Da wären wir wieder. Willkommen zurück. Banjo-Kissui am Stück. Toller Reim. Schönen guten Abend. Ja, Banjo-Kissui, ein Spiel, das 2010 von mir, ich glaube, 47 Let's Play Parts brauchte und 2012 und 2018 wiedergebracht wurde. Wurde schon vor zwei Wochen, fast zwei Wochen, war vor zwei Wochen am Freitag, von mir geracet gegen die Kollegen Volo und Trakel. Das ganze Race überführe ich, aber aufgrund Controller-Problemen bin ich beim Endboss-Kampf so hängen geblieben. Reden wir nicht drüber. Das war Training. Also wir haben, das sag ich jetzt. Die Revanche kam ja nicht mal von mir, sondern von den Kollegen. Ja, ich bin früh online. Sorry. Und ich nehme das natürlich gerne an. Alle wollen auch eine Schippe draufpacken. Aber auch ich lasse mich nicht lumpen. Werde diesmal keine Späßchen machen, wie unter Wasser extra Leben holen oder irgend so ein Kram. Vor allen Dingen, es ist mitten in der Woche. Vielleicht wollen die Leute morgen ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? Deswegen gebe ich einfach so Vollgas, dass wir so schnell durch sind, wie es nun geht. Selbst ohne eine Revanche, ohne die Kollegen, hätte ich nochmal ein Race gemacht, einfach um zu sehen, wie gut bin ich eigentlich. Wie gut kann ich das überhaupt? Und ja, heute lasse ich zählen. Also heute kommt es drauf an, ne? Wie ich mich heute schlage. Ich meine, ich habe es vor zwei Wochen nochmal gespielt. Ich sollte eigentlich keine Note mehr verpassen. Es darf kein grober Schnitzer passieren. Das wäre schon alles. Erstmal grüße ich euch. Einen Abend, Leute! Der Benji Zock, der New LPK, der Luka Muka, der Blues Brother, der Horonite, der Torgel, der Tabstresh, Chris Darklink, abgezockt, Luxury, Darmon, King Dedede. Und alle, die zuschauen und gleich noch zuschauen werden, ich weiß, es klingen sich erst manche gleich ein. Weil 20.30 Uhr dann. Danke, Hori! Hi, Markus. Nochmal danke, dass du gestern bei mir reingeschaut hast. Hat mich sehr gefreut. Und ich Z.O.C. kann nebenher auch Spüro, weil ich das Spiel feiere. Ja, das Spiel ist wirklich wunderschön, muss man sagen. Der Punkt ist auch, ich habe einfach gesehen, ich weiß nicht mehr, wen ich gehostet habe. Wegen dieser automatischen Liste. Ich weiß nicht, oder wer früher online kam. Aber ich dachte mir, du streamst und die ein, zwei Leute, die einfach aus irgendwelchen Gründen auf einem Kanal sind, kann ich zu dir schicken. Und ja, warum nicht, ne? Ja, Hori! Du guckst ja heute auch vorbei. Ach ja, eine Erneuerung gibt's. Muss ich mal sehen, ob das so passt. Und zwar, ihr seht unten links. Habe ich das aktualisiert? Wart mal. Wart mal, das... Aktuelle Bombenbande. 214 stimmt, okay, cool. Ne, und links seht ihr, wie viele Subs auf meinem Kanal sind. 300 brauchen wir bis zum nächsten Emote. Und, äh, mal sehen, wie das funktioniert, ob wir das in Zukunft auch nochmal reinpacken können. Aber das stört ja nicht, da am Rand ist ja eh nichts. Hallo, Domi-Fee. Elinor Dashwood. Royal G, 77. Gut. Ich wäre dann langsam soweit. Jetzt gucke ich mal, was die Kollegen treiben. Herr Wollo hat heute schon 200 Euro eben gerade. In derselben Zeit quasi, wie ich das Stream mit gespendet bekommen. Schämt euch. Spaß. Spaß. Einen Abend, Zombie. Wie immer möchte ich nun eins nochmal bitten. Mitten im Race. Und wenn auch viele, wenn wir zu dritt reden und so. Es ist... Kann ich nicht so... Lang eingehen auf Donations und so, wie ich's gerne täte. Weil... Machen die anderen ja auch nicht. Aber... Natürlich erwähne ich euch. Natürlich bin ich super dankbar. Ne? Nur, ich hab immer das Gefühl, ich quassel denen dazwischen. Das mindert den Spielfluss. Aber das wird sich noch... Das reguliert sich ja. Aber ich will halt auch wirklich angestrengt Gas geben. Was euch nicht hindern soll. Um Himmels Willen. Ne? Ne? Zirkonymus, moin! Link, Master Sword. Gut. Ich schreib denen mal. Und sonst, wie geht's euch so? So, hattet ihr bislang eine schöne Woche? Wie gefällt euch Spyro? Ach, darüber können wir gleich noch reden. Oh ja, eine kleine Änderung. Siehste mal. Oben die... scrollenden Texte sind noch auf die Donations der letzten Tage. Das, äh, werde ich mal auf heute begrenzen, weil das mach ich sonst immer so. Wisst ihr, warum die oben so laufen? Bei dem Ankündigungsvideo auf YouTube. Da seht ihr immer, dass das, äh, dass die schon laufen. Ich will da einfach was haben. Oder wenn ich einfach ein Screen oder... das Bild einstelle, dann will ich sehen, wo in etwa der Text ist. Deswegen stelle ich auf, ähm... Tipi das um auf die letzten sieben Tage. Jetzt steht's auf die letzten 60 Minuten. Warte, aktualisieren. Dass die Donations der letzten 60 Minuten angezeigt werden. Einfach nur als Blick hinter die Kulissen. So, 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 so. Geht gleich los, da holen wir die Leute. Da holen wir die Leute. Da kann's losgehen. Einen guten Abend. Auch dir, Markus. Einen wunderschönen guten Abend. Ganz kurz. Sivri, vielen Dank für deinen Resub im fünften Monat. Vielen, 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 vielen lieben Dank, Mann. So, Leute, da könnt ihr schon mal sagen, ob das so passt mit der Stimme vom Herr Trakel. Ja, da kommt grad noch weiter Raster bei mir. Das ist grad ein bisschen schwer bei mir dazwischen zu kommen. Retro Flares, auf dir einen wunderschönen Abend und vielen Dank für deinen Resub im siebten Monat. Ja, Markus, du bist ja richtig heiß auf das Race. Ey, ich weiß nicht. Ich hätte sowieso, selbst wenn ihr nicht gekommen wärt, hätte ich gesagt, ich mach das jetzt alleine. Weil ich einfach wollte. Ich wollte einfach gucken, was kann ich eigentlich. Also für Races kannst du uns beide in der Regel immer ansprechen. Ja, aber direkt dasselbe Spiel, nachdem du gewonnen hast. Ja, das lag darin, weil die Community sich das bei mir gewünscht hat. Die Community wollte gerne nochmal Banjo-Kazooie sehen und da dachte ich mir, ja gut, komm, du wolltest sowieso nochmal einen Re-Race haben. Bolo ist generell gerne dafür zu haben. Hab ich euch einfach gefragt und ja, jetzt gibt's halt noch eine zweite Runde. Ja, das war Training bisher. Aufwärmrunde. Ja, ich denke halt auch, dass ich meinen Titel nicht verteidigen kann. Ich gebe mir beste Mühe. Ist ja sehr interessant, was ihr dazu erzählen habt, aber ich möchte kurz begrüßen. Hallo. Auch du. Willkommen in der Runde. Guten Abend. Seid ihr bereit für das, was kommt hier? Was hast du denn vorbereitet? Du trägst ja dick auf. Ich trägst ja, ich sag mal, den weiß ich nicht. Also, mein Anfang war beim letzten Mal so unglaublich schlecht. Und ich denke, wenn ich das hinkriege, den Anfang ein bisschen besser zu machen, dann habt ihr eigentlich gar keine Chance. Ja, ich will das Ende besser machen. Ist halt so das Ding. Ja, genau, genau. Das Ende kann ich ja, aber der Anfang war richtig schlecht. Ich kann's auch, nur, ne? Ich hab mir jetzt den C-Stick nicht auf den Stick gelegt, sondern auf das Steuerkreuz. Das ist die ganze Schose. Da muss ich zwar mit der rechten Hand auf die linke Seite zum Kamera und so, aber immer noch besser als nix zu treffen. Das hab ich schon, hab ich in deinem Stream-Dings-Video, wie sie gehört. Ja. Ankündigung. Und NTSC statt PAL. Oha. Aber das wurde beim letzten Mal gesagt, das macht gar nicht so viel. Alles wohl. Ja. Also, wenn ich das nicht verstehe, du spielst jetzt, Markus, auch über N64 wieder? Ja. Gut, weil es gab einige, die behaupten, du hättest die 360 genommen, aber nee. Nee, ist doch nicht so. Hat er nicht. Eben. Die 360 hatte der Wolle nämlich genommen. Das sieht man. Ich bleibe dabei. Ich bin eigentlich dem Nachteil, weil ich kann die Texte nicht wegdrücken. Das ist, äh... Und Lager, du kannst schon mal dein, du kannst schon mal zum Maulwurf gehen. Oh, toll. 100 neue Anzeigen. Ja, Startpunkt ist, wenn wir Bottles abgehandelt haben. Habe ich jetzt in dem Fall schon. Hast du schon. Okay, dann... Ja, dann leg ich das auch mal eben. Weil sie, wenn das Gespräch mit dem beendet ist, dass da nichts mehr gedrückt wird, bis das Go kommt. Danke, Kaki, für 100 Bits. Also, ich kann die Texte nicht wegdrücken. Merkt man hier gar nicht an. Ich hab eine Frage an dich, ganz kurz. Würdest du mit mir Metroid Fusion spielen wollen? Das wurde gerade erdreht. Gerade erdreht. Er macht den Stream an und das Goal ist direkt voll bei ihm. Es wurden direkt 200 Euro hier reingeballert. Einfach in Stunden lohnen möchte ich auch gerne mal. Innerhalb der ersten zwei Minuten live. Noch nicht mal. Das sind ja Peanuts. Ne, das war ich ja Screamer. Du weißt ja, du weißt ja. Ne. Ne, das ist schon ziemlich krass. So, Training ablehnen möchten wir. Danke. Keine Texte wirklich drücken. Ja, ich sag's dir. Das ist halt schon ein Nachteil. Markus ist noch ein Tick lauter. Hallo, Test, Test, Test. Kann den Markus auch noch ein bisschen leiser machen? Ist ja kein Thema. Was? Ich schrei doch nicht. Ja, du nicht. Überhaupt nicht. Wollo ist ja lausend. Ja, bei mir soll es eigentlich passen, oder? Metroid Fusion ist cool. Metroid Fusion ist cool. Du hast es gehört, Devil. Metroid Fusion wird demnächst beim Wollo kommen. Anonymous, vielen lieben Dank für 49 Euro, Bruder. Dankeschön. Läuft. Vielen Dank. Da ist Stunden lohnen, ja. Vielleicht geht's also weiter. Wahrscheinlich nicht. Danke schön. Ich will ja nichts sagen. Anonymous, da denke ich immer an was anderes, wa? Ne, diesen Pals ist alles legit. Ist alles legit. Ich weiß, wer es ist. Alles gut. Auf jeden Fall Dankeschön, 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 Dankeschön. Grüße noch an alle, die reingekommen sind in den Chat. Ausrufezeichen Rays, Leute. Gönnt euch den Stream bei allen drei. Ich wollte es gerade sagen. Haben wir einen Multidink? Ja. Ich habe einen Ausrufezeichen. Ich habe auch einen. Soll ich den kurz rübergeben, Markus? Ja, schmeiß mal in die Gruppe. Dann gebe ich das meinen Leuten und... Du müsstest halt theoretisch nur die Namen einmal kurz austauschen mit Markus und mit meinem zum Beispiel. Sekunde. So, da. Es geht darum, welcher Stream groß angezeigt wird. Und natürlich möchte man seinen eigenen Leuten ja seinen eigenen Züge groß anzahlen. Ist ja klar. So, Leute. Dann haue ich das euch einfach mal in den Chat. Ansonsten ein bisschen Eigenarbeit können die Leute ja auch mal machen. Genau. Es ist nicht schwer, so einen Link zu erstellen, Leute. Ich auch nicht, Gizmo. Das wäre so ein... Dann können wir auch beide spielen, tatsächlich. Sind wir denn am Startpunkt, alle? Ich bin am Startpunkt. Ich habe mit ihm geredet. Ich bin komplett ready. Ich auch. Ich warte nur auf den Startschuss. Dann wollen wir mal, wa? Ich würde sagen... Zähl runter, Markus. Du darfst. Ich darf? Okay. Ja. Drei, zwei, eins, go! Weee! No! Ich will die Bärenrolle machen und ich rede Bottles an. Was zur Hölle? Okay. Selbst die Bärenrolle weiß, dass man damit schneller ist. Das habe ich total verdrängt. Verdammt, schon wieder Tipps. Ja. Oh, ich hasse den Anfang, ne? Ich komme immer so schnell durcheinander und denke mir... Ja, ich habe bei dir nachgeschaut, wie du dich so... Verschrecklich, oder? Was bei dir am Anfang so abging und Spiral Mountain war bei dir ein bisschen... Wischiwaschi. Ein bisschen Wischiwaschi. Auf jeden Fall. Das ist noch nett ausgedrückt. Treasure Trove Club war noch viel schlimmer. Die war... Also die war so unterirdisch schlecht, dass man sich echt dachte... Spielte das zum ersten Mal? In dieser Woche das erste Mal. Die Beschwerden werden auch bald losgehen. Es kommt zu viel Banjo-Kazooie hier. Ja, wahrscheinlich. Das geht überhaupt nicht. Ich mache nur noch dasselbe bei mir. Wir machen Best of Five. Wer wie oft Banjo-Kazooie gewinnt. Mit jedem Mal werde ich halt besser. Wollo sagt halt immer, ich lerne recht schnell die Sachen. Ja. Ich frage, ob ich halt noch besser werden kann. Noch besser, Drage. Das ist schwer. Ich glaube, das geht nicht. Ich meine, ich persönlich halt. Jeder hat ja irgendwie so seinen Punkt, bis wohin er besser werden kann. Und danach geht es halt einfach nicht besser. Das ist die Sache. Dass ich da überhaupt für mich persönlich noch besser werden kann. Auch da. Ich muss endlich mal Spiral Mountain besser können. Das ist nicht mehr schön. So, so, so. Was ist bei euch los? Alles senkrecht, ja? Bei uns, ja. Also, wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, da war Wollo noch nicht drin in der Runde. Du bist sehr gehypt auf Race momentan. Was ich aber auch gut finde. Ja, ich weiß nicht. Ich fühle mich in meine Ära angekratzt. Das ist alles. Das ist der einzige Grund. Und natürlich genieße ich die Gesellschaft. Ja. Ja, aber als nächstes Returns, ne? Das höre ich sehr oft. Und die Leute feiern es ja auch. Das ist meine Gesellschaft auch sehr groß gewesen. Markus führt schon wieder. Ich könnte potzen. Aber ist... Also, ist er schon drin im Level, oder? Ja, der ist schon drin. Na, bei Crunty bin ich. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt oben beim Bottlethast gewesen. Ja, was machen wir als nächstes? Können direkt, ne? Returns, ne? Ja, ich habe... Genau, ich habe nämlich heute bei jemand anderem halt Returns gesehen und... Direkt Appetit. Dachte ich mir so einen Returns Race dann als nächstes? Ich kann das nicht abschätzen, wie lange das dauert. Nicht, dass es zu heftig wird. Äh, das dauert nur so 4,5. Ich wollte auch sagen, 4,5 ungefähr. Wir machen halt ohne die Puzzleteile. Es geht nur um die Puzzleteile. Und die ganzen Level halt dadurch. Danke, AnyReal für 5 Euro. Dankeschön. Ja, das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, wenn du nicht richtig suchst, weil du keine Puzzleteile brauchst. Ob du dann auch an den Kong-Buchstaben irgendwie... Äh, also die Kong-Buchstaben liegen sehr krass auf dem Weg mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Genau. Die könnte man dir dann zur Not sagen, wenn so eine Ausnahme kommt. Weil das ist... Also ansonsten, sagen wir mal, 90% der Level ist immer nur straight durch. Mhm. Da musst du halt sagen, ob du dann da mitmachen willst, Interesse hättest oder nicht? Ja, klar, klar, klar. Und vielleicht ist dann der Kollege Mu auch wieder dabei. Vielleicht hat er dann Zeit. Ja, hoffen wir mal, ne? So ein, so, so beschäftigter Mann ist ja der Wahnsinn. Ja. Und Tu hast eh mich so beschäftigt, finde ich. Ja, kein Muck. Das Ding ist, bei Returns ist eher eine Skill. Also, hier ist ja fast auswendig lernen oder wir haben das ja im Blut, aber da ist ja wirklich... Da werden auf jeder Seite Fails passieren. Würde ich schätzen. Definitiv. Aber ich muss dich auch warnen, wir haben das... Wir machen das nicht zum ersten Mal. Tja. Returns, also das haben wir, habe ich auch schon häufig gespielt tatsächlich. Ich glaube dieses Jahr zweimal? Dreimal dieses Mal. Vielleicht auch schon dreimal dieses Mal. Das ist hart. Das ist halt ein gutes Rage-Spiel. Da kann man... Sehr schön abflüchtigen. Macht Spaß. Ich probiere mal ganz andere Routen aus. Das ist bei mir ähnlich, wie gerade, was ich gerade... ...ein etwas anderen Weg probiere. Und hoffen, dass es ein bisschen besser ist. Deswegen, die ersten Leute fragen, wer liegt vorne, ist schwer auszumachen, wenn alle... ...lieger sind. Den habe ich gesehen, verdammt. Ansonsten, was man... Oh. Ah, einen Moment kurz. Eddie, vielen lieben Dank für den Fünfer. Und irgend so ein Random-Pyp ebenfalls. Vielen lieben Dank für den Fünfer. Muss das jetzt sein, das Lied. Immer. Das tut das nur Routen. Dankeschön. Überlege, ob ich halt hinterfrage, welches Lied das bei dir ist. Auf jeden Fall danke ich mal eben in meiner Runde an den Flederbeer... ...für die gegifteten Subs. Das müssten acht Stück an der Zahl gewesen sein. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Nice. Ja. Jetzt habe ich Flederbeer an dich verloren. Das ist nicht gut. Herr Visado. Ich habe den Schlumpf an dich verloren. Herr Visado. Ich war ja fast enttäuscht. Also plötzlich doch mit Spyro 1 durchspaß so schnell. Wieso? Wieso enttäuscht? Mhm. Hast du keinen Spaß? Ich wollte ein bestimmtes Level, das hat mich ziemlich abgeätzt. Und da wollte ich gucken, wie hat das der Wollo gemacht. Da habe ich lange dran gesessen. Aber ich habe es nicht kompliziert. Also auf den Part freue ich mich nämlich auch schon bei dir. Ein paar zehn Jahre laut Twitter, ne? Ja, du weißt Bescheid, ne? Das Level bleibt sofort im Gedächtnis. Dann habe ich bei dir mal durchgeklickt durch den Stream, aber irgendwie auf einmal Credits, auf einmal wie geskippt. Ich kann mich auch irren, aber... Nee, nee. Das war am Tag davor. Habe ich das noch gemacht am Ende. Das wusste ich nicht, wie das da geht. Das ist das Level, wo man die ganze Zeit rennen muss, ne? Wunderbar. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und Annie, dir danke ich vielmals für den Fünfer, der gerade jetzt danach reingekommen ist. Ja, aber keine 100% oder was? Nee, nee. Das ist ja katastrophal. War ja blind und im Stream, da wollte ich nicht unbedingt... Alter Schwede, das musste ich mir studieren mit anderen YouTube-Videos, weil... Alter. Das glaube ich. Mir mussten sie es auch im Chat sagen, wie man das machen soll. Da waren wir da auch nicht ganz sicher, was sie jetzt von mir fordern. Und wo die gesagt haben, was Phase ist, dachte ich mir auch so... Das schaffe ich nicht, Leute. Das schaffe ich nicht, ey. Retro, auch dir vielen Dank, wie du fliehen warst. Danke sehr. Ich habe heute in der Tat ein bisschen Angst vor dem Quiz, wenn ich auf Englisch spiele. Da habe ich halt auch ein bisschen Bammelgacher bei dem Quiz. Das Problem sind aber trotzdem so, dass wir die Grunti-Fragen... Der Rest geht eigentlich. Grunti-Fragen sind mir wurscht. 33% Chance. Der Name der Charaktere ändert sich auch nicht. Also die Daher... Genau. Dann wäre es schwierig. Ja, keine Ahnung, wie viele... Oder welche Aussage es war. Es gibt keinen Schornstein oder sowas. Das kriegst du den. Mal gucken. Dass ich die Texte nicht wegdrücken kann, ne? Das... Oh, ey. Das riecht mir immer so lange. Vor allem hier bei drei... Drei verschiedenen Moves. Danke, geht doch. Die sitzt hier ewig. Überall sind sie krass am Spenden. Los Bombenbande. Zeigen dir nur, was wir so... Markus, was ich eigentlich gerade noch für dich hatte... Von wegen... Hast du es schon mal von unseren Multi-Races auch mitbekommen, die wir gemacht haben? Vielleicht wäre das auch was Interessantes für dich. Geh ins Detail. Multi-Races ist im Prinzip, dass wir auf einem Rad 30 Spiele fiktiv jetzt draufsetzen. Ah. Gegen der Anfall halt. Und wir drehen an dem Rad und spielen dieses Spiel. Wer als erstes das Spiel fertig hat in dem Ziel, was wir uns gesetzt haben, bekommt den Punkt. Da kann er dann zum Beispiel sagen, Mario 3 auf any percent durchspielen. Deswegen Mega-Man teilnehmen. Sonic oder sowas halt. Ja, dann würde ich ja abfeiern, wenn Sonic gezogen wird zum Beispiel. Ja, und Mario 64 gezogen wird. Also es kommen ja mehrere Sachen dann dran. Genau. Und der Gewinner kriegt immer zwei Punkte. Verlierer kriegt einen Punkt. Und der Zweier ein. Und dann wird halt festgelegt, so und so viele Punkte geht es zu holen. Sofern das möglich ist in meinen zeitlichen Eingrenzungen. Ja, das war jetzt so so eine Sache gerade, weil dich ja auch Races interessieren. Und dass man da eventuell sowas mal bei Gelegenheit dann macht. Am nächsten Mal. Ist mir nur so in die Idee gekommen. Kann man. Die dürfen die Spiele halt nicht allzu lang sein, sonst. Ja klar, das sind halt dann alles nur so kürzere Sachen. Sind dann auch nicht immer zwingend durchspielen, sondern hier Mario World, die ersten drei Welten. Ah, das ist, wenn man die erste Welt auch hat, dann 20 Sterne. Ja. Doch, cool. Dann, keine Ahnung, können wir immer besprechen und was so da 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 möglich wäre im Rat. Und wer weiß. Jetzt muss man da nicht mehr durchsprechen. Das war halt für alle was finden, wo man da entweder gleich gut ist oder dass man halt so die Spiele ein bisschen abwägt. Danke an Bluesbruder für die 5,01 Euro, hab's nicht vergessen. Und danke an Ruyos für den Fünfer. Danke, danke, danke schön. Bin nur etwas konzentriert. Ich denke mal, diesmal wirst du gewinnen, Markus. Nein. Doch, er wird gewinnen. Du hast eben selbst gesagt, er ist schon wieder vorne. Ja, aber der kann ja auch die Texte wegdrücken. Das, das, ähm, das legt sich, ne, mit der Zeit. Das ist mir ein echtes Dorn im Auge, ne, diese Texte wegdrückerei. Ich finde, das dürft ihr nicht, weil es ist ein Nachteil mir gegenüber. Dafür haben wir andere Nachteile. So, Welt 1 complete. Wie weit seid ihr? Alter, willst du mich verarschen? Ich sag's dir doch. Was ist los? Ich guck nochmal nach, nicht, dass ich... Ich bin ja, weiß nicht, welcher selbst. Ich bin bei sechs Puzzleteilen gerade mal. Verwandle mich jetzt, bin ich. Gut, gut, gut. Da bin ich noch nicht. Erbt mich. Was denn? In der Hektik hab ich... In der Hektik hab ich ein... Oh, schlimmer, schlimmer. Schlimmer aus? Ja, Mann. Was denn? Ich bin so unzufrieden. Ich bin so unzufrieden. Was hast du vergessen? Ich wäre auch unzufrieden. Oder nicht der Ginger, oder? Nee, nee. Er muss auf jeden Fall alle Noten nochmal holen. Das seh ich gerade. Oh, das ist hart. Das ist richtig. Normalerweise geh ich am Ende unten die Wasser holen. Das geht noch nicht mal so. Ohne Momente. Uff, Markus. Das ist jetzt hier auch volljagt. Nimmst du meine Rolle nicht rein? Ganz Zeit hinten. Ja. Sowas passiert leider so schnell. Ich dachte... Ah, Leute. Für mich ist der ganze Run im Arsch. Ich hatte andere Ziele. Aber okay. Dann noch das Ziel, euch zu besiegen. Das könnt ihr jetzt... Warum? Wie weit seid ihr denn? Was fehlt euch da noch? Ich... Äh... Brauch noch... Zwei Puzzleteile? Ja. Zwei Puzzleteile. Ich muss einmal die Termitenhügel hoch. Und dann noch ein paar Sachen einsammeln. Dann war's das. Irgendwie das Gefühl, dass mir denn... Ich schau mir, wie du so schnell gewesen hast. Das ist ja irre. Sechs. Kann ich denn so weit hinten liegen? Naja, es ist ja nur Bambus Mountain. Es gibt Schlimmeres. Wenn das mein Fail des Tages ist, dann... Das ist dann okay. Auf jeden Fall. Noch läuft die Wette. Ja, ich hab einen relativ langen Timer eingestellt. Sehr hustlos, Markus. Du schaffst es. Ich hab mir möglichst noch Leute die Chance haben. Danke, Elektrik-Fuchs für den Nuisabt. Zwei Monate. Du bleibst ein Pikmin. Thank you. So volle Euphorie. So schnell. Weg da raus aus der Welt, ne? Fuck off. Ich mein, gib doch mal uns nicht die Schuld, dass wir ihn abgelenkt haben. Durch irgendwelche Gespräche. Ich hole mir diesmal aber keine extra Leben in Clicklockwurt und sowas. Wir machen heute Zeit. Ja, gut, das ist halt auch in der Sache. Du hast halt noch ein bisschen Bonus-Content den Leuten gezeigt. Ja, das war, weil ihr mich den ganzen Stream über an Sicherheit gewogen habt. Oh, es geht nur noch um den zweiten oder dritten Platz. Und... Alter, Alter. Tepst, Trash, danke für den Euro. Vielmal in Euro. Das passiert ja diesmal nicht, oder? Ne, diesmal passieren nur andere Sachen offensichtlich. So, hab ich irgendwas vergessen? Dann bitte... Ah, nein, nicht mehr. Heute, sag mal was dazu. Wo ist denn noch was? Jetzt fehlen so viele Noten. Ich weiß nur, die stecken. Also, ich muss mich zurückverwandeln. Weil in der Hütte... ...für rund 50 Minuten. Und bei Mumbo. Das könnte es denn sein. Oh, irgendwie hast du 50 Minuten fehlen. Na. Na, den Weg. Ein wahrer Gentleman lässt seinen Gegnern einen kleinen Vorsprung. Spielst du mal mit Handicap. Der Verlierer... ...wollt gerade sein, der Gewinner vom letzten Mal muss immer mit Handicap spielen. Aber du warst der Letzte. In meiner Meinung hattest du eigentlich gewonnen. Das war halt so... ...gingen wir durch. Das hat am besten gespielt, so. Muss man zugeben. Du hast ja einen Rekord übertroffen. 95 Noten. Die letzten 5 sind hier drin. Mir fehlt eine Note gerade irgendwo. Das heißt, ich hab... ...Mambus Mountain... Ah, mir fehlt eine Note in Mumbo. Da ist er, da ist er. Das ist schade. Ich hab Mambus Mountain zweimal gemacht, während... ...Tragel ist geschafft. Jetzt aber raus hier. Ja, das hat auch zwei doofe Wege laufen. Warte, ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Das ist alles in mir zusammengebrochen. Ich guck in die Statistiken. Wunderbar. Gudu, guten Abend. Shinohara. Ich werd das Race nicht gewinnen, Sehfried. Das ist halt Fakt. Ich hatte halt beim letzten Mal Glück. Ja. Warte, ganz ehrlich, ich hab so schlecht gespielt. Ich brauch einfach, dass jemand anderes gewinnt als ich. Aber wenn ich in Form bin, kann ich das hier schaffen. Das ist so. Das wollte er nicht. Ich muss halt auf die Fehler der anderen hoffen. Ach, das ist der falsche Kessel. Ich hält. Den brauch ich gar nicht. Egal. Ich muss sagen, dass du aber die Türen nicht mehr vergessen hast. Den Kessel, ich muss geschitten. Den Kessel hab ich mir extra nochmal anguckt, welcher das genau war. Alter. Das ist schmach. Wollo 33, Sympathisant. Ich wollte es sowieso schon sagen, beim letzten Mal hat man ja den Wollo, der hinten lag, gesehen. Unsympathischer Typ. Aber heute werden wir den Wollo kennenlernen, der vorne liegt. Und das ist ein richtig, richtig unsympathischer Typ. Du warst ja letztens mal direkt schlecht drauf. Also erst mal die Laune gekillt. So scheiße war ich gar nicht drauf. Das hat mich halt genervt, ne? Aber das war gar nicht unbedingt so das Hintenliegen. Sondern dieses, wenn man so kacke spielt, wiegt einen das halt auf. So eine unterirdische Leistung abzuliefern. Ich kann es verstehen. Weil ich weiß ja, ich kann es besser. Oder auf dem ersten Platz ist ein Arschloch. Hätte ich nicht mehr. Vielen lieben Dank, Rexay für 50 Euro. 50-fachen Dank. Motivationsboost. Wenn ich am Ende gewinne, hast du deinen Teil dazu beigetragen. Danke dir. So. Treasure Trove kauf. Bin auch gerade rein. Ja, liegen wir etwa gleich auf? Ja, das schon. Aber ich weiß, dass du hier früher rauskommen willst, als ich. Ich würde es krass finden, wenn er wieder vorbeizieht. An mir. In der Treasure Trove. Wie lange bist du schon drin? Hä? Wie lange bist du schon in der Welt 2? Weiß ich nicht. Kann ich doch die Sekunde jetzt nicht sagen. Zwei Minuten? Na gut. Ich... Ich sehe mal zu. Wie lange? Der Vorteil, dass wir es das letzte Mal gespielt haben, ist einfach, dass wir jetzt die Routen vielleicht besser drin haben. Ja. Also auf jeden Fall. Hast du dir jetzt mal eine Route... Ja, Rei. Willkommen im Team. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Danke dir. Hast du jetzt eine Route zurechtgelegt für Treasure Trove kauf? Das hat dich doch ein bisschen geforscht. Nee, ich werde es einfach so machen. Ja, bei mir auch. Aber mein Weiß hat einfach besser, wo die Sachen sind. Ich mache es halt auch. So schlecht wie letztes Mal kann es halt gar nicht werden. Fast schon. Heu, 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 heu. Okay. Schade. War ein Versuch, war ein Versuch. Hm, was denn? Nee, nix. Strats, ja, war ein Versuch. Frag mich, was du versucht haben könntest. Da geht nichts an. Als ob ich das auch könnte, was du vorhast. Kann grundsätzlich erstmal jeder. Ja, aber was hast du probiert? Das ist doch egal, es hat nicht geklappt, alles ist gut. Nicht klappt es bei uns. Hat zwei Sekunden jetzt gekostet, anstatt zwei Sekunden zu sparen. Von daher. Versuch das auch immer und schaff es nie. Muss man halt vorher einmal geübt haben, sonst ist das alles auch ein bisschen. Ein bisschen widerlich. Einen Speedrun wolltest du ja mal üben. Ja, ich weiß, ich bin den Menschen hier noch im Speedrun von Banjo-Kazooie schuldig. Ich komme, also momentan komme ich dazu gar nichts mehr. Ich habe noch 10 Spiele, die ich am Stück durchholzen muss. Übrigens auch mittlerweile Pokémon Gen 3. Das wird spannend. Ja. Die, die ich abgebrochen habe. Ja. Also wenn ich dann das auch nicht schaffe, werde ich mich da auch besuchen. Na klar, das auch nicht. Danke, Likoni, für den Bit. Aber es hat einen Vorteil, dass du den Speedrun noch nicht gemacht hast. Dadurch kannst du hier mit uns mitracen. Eben. Das wäre nicht mehr möglich. Muss man halt auch dazu sagen. Eben. Wenn ich das Spiel in unter 3 Stunden schaffe, dann, ja, dann habt ihr halt keine Chance. Der Counter stand bei mir vom Spielstand auf 4 Stunden 45, als ich den vorhin angeguckt hatte. Also vom letzten Mal bei uns. 4 Stunden 45? Mhm. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie das denn so zustande gekommen ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ich schätze, da ist der Bossfight nicht drin, Rangel. Eigentlich speichert der den ab. Es sei denn, ich weiß nicht, ob ich es bis zum Ende habe durchlaufen lassen. Party N100, guten Abend allerseits. Jut und Loki, danke für die 100 Bits. Auch dir einen guten Abend. Falsche Kiste. Laufzeitung war 5 Stunden 30. Das war heftig, ey. Also für mich. Gegen. Ich wollte gerade sagen. Das Ding ist halt, dass so ein Spiel am Stück immer eklig ist. Das muss man halt dazu sagen. Also es ist nie, im Grunde nie einfach, ein ganzes Spiel durchzuspielen, finde ich. Selbst Kirby's Triple Deluxe, das hat auch so knapp 5 Stunden gedauert, hat ich am Ende keinen Bock mehr, ey. Wuh! Also von daher, so ein Banjo-Kazooie ist am Stück halt auch immer anstrengend. Immer. Immer. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir war, Wollo, wo du Spyro gespielt hast, dass der Preis in Ordnung geht für drei Remastered-Spiele und was hätte Nintendo draus gemacht. Ja, oder? Ja, schon. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ist so, ne? Denke ich mir nämlich auch. Also Nintendo hätte erstmal jedes Einzelverkauf. Also... Ich denke, da sind wir uns einig. Das schon. Und vor allen Dingen, die stehen ja nicht so für, ich sag mal, grafische Remakes. Wenn, dann machen sie es auf den Handheld, wie Luigi's Mansion, Kirby und das extra magische Garn und... Karina of Time, Majora's Mask. Gut, da ist jetzt Let's Go Pikachu vielleicht mal die Ausnahme, aber das ist jetzt nicht auch, das ist durch Grafik überzeugt. Ne? Und so ein, so, 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 so ein Spyro hier, das halt auch wirklich, also wirklich komplett neu gemacht ist. Und dann drei Spiele zu diesem Preis. Und jetzt überleg dir mal, New Super Mario vs. You. Das war wieder das allerbeste Beispiel, was jetzt kommt. Denn Nintendo würde... Das ist ein fucking Vollpreistitel. Für fünf Jahre altes Spiel, an dem nicht Hand angelegt wurde. Und mir kann ja auch keiner sagen, Wollo, ja, aber Wollo, denk doch dran, Nintendo, das lief auf der Wii U ja nicht so gut. Die haben ein ganz viel Geld damit gemacht. Mir kann keiner erzählen, dass diese 2D-Marius sich nicht refinanziert haben und unglaubliche Unsummen eingespielt haben. Dabei. Das haben sie nämlich. Genau wie dieser Stream hier gerade unglaubliche Unsummen einspielt. Anonymous, vielen lieben Dank für 50 Euro. Heftig bei dir. Ja. Ist halt richtig heftig momentan. Vielen, vielen, vielen Dank, Mann. Ja, bei Nintendo hätten sie bei Spyro irgendwie noch einen Easy-Modus eingebaut, dass du permanent überall fliegen kannst, nicht nur gleiten oder so. Oder... Was jetzt, was jetzt, was, 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 kurze Spröme mit da reingehen. Wenn Nintendo Spyro geremastert hätte, hätten die nur einen Easy-Modus eingebaut, dass du permanent fliegen kannst oder sowas in der Art. Richtig, richtig, genau. Funky-Mode. Ja. Nee, wenn der Spyro für, keine Ahnung, ich sag mal 30 Euro nur den ersten Teil, da hätte ich jetzt nicht über den Preis gemeckert, ne? Aber... Ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Das wäre komplett in Ordnung. Vor allem, das ist aber auch ein spaßiges Spiel. Möchte ich mal so an dieser Stelle sagen. Ich habe das ja auch als Kind nicht wirklich gespielt. Und ich war echt krass überrascht, wie gut das ist. Hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Also würdest du es empfehlen, die Leute, die es da nicht... Boah, Drakel. Ich habe es halt auch nicht gespielt gehabt. Also das Ding ist tatsächlich, für Leute, die die Banjo-Kazooie mögen, die werden auch definitiv mit Spyro einen Riesenspaß haben. Teil 1 ist ein bisschen simpler mit dem Sammeln, aber ich mag es. Also du kannst das Spiel ja auch im Grunde auch hierauf unterbrechen, ne? Das ist reines Sammeln. Und proben. Also bei Spyro ist es halt noch ein bisschen krasser als hier. Dafür sind dann die Sachen cooler versteckt. Würde ich sagen. Also dass man auch mal echt ein bisschen rätseln muss. Wie kommst du jetzt da hin, um das Zeug zu kriegen? Und ein bisschen mehr so muss. Ich fand, wie gesagt, mir hat es Riesenspaß gemacht. Wie war das mit der Demo bei Crash Bandicoot? War die Demo von Spyro? Habe ich jetzt schon öfter gehört, aber du hast es auch... Es kann gut sein, dass bei Crash 2 oder 3 die Spyro-Demo dabei war. Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste man irgendwie freispielen, aber du weißt auch nicht mehr wie. Das ist... kann sein, ja. Ich habe nämlich gehört, bei Crash Bandicoot N-Zane-Trilogy für die Switch geht auf dieselbe Art und Weise... Zumindest der Trailer von dem neuen Spyro wird da freigeschaltet, wenn du dasselbe machst. Ich weiß aber nicht, was verlangt ist. Es ist witzig, dass sie daran gedacht haben. Ich will dir jetzt auch nicht sagen. Müsste hier aufpassen. Ich überlege, ich mache gerade Blödsinn, glaube ich, schon wieder. Ich bin doch gerade krass verwirrt. Ich gehe jetzt drücken, was passiert? Bin ja überhaupt nicht geflogen. Aber das geht. Ich hätte das neue perfekte Routing für Banjo befolgen. Tresher Trofkopf kriegt so viel Perfekt hin. Die Route. Es gibt keine Ideal Route, glaube ich. No, ta, ta. Kriege es. Oh, nein. Anonymos, vielen lieben Dank für Fütter. Meine Güte, das geht aber halt, ja, gerade. Andy hat im Chat geschrieben, bitte in seinem Namen einmal ein Fuffi donaten. Das gab es gerade schon mal von Killer-Elfkin. Jetzt hört auf, Alter. Ach, im Namen von jedem außer Anonymos. Dankeschön. Jetzt. Aufmer. Wie schwer, dass ich das bei Donations bekommen. Nein, ich beschwere mich an den. Ich habe das zu viel. Du kennst doch meine Meinung. Irgendwann bereuen die Leute das. Ich habe immer Angst, dass die Leute das bereuen. Vor allen Dingen, wenn das so viel immer ist, dann... Ich sehe es ähnlich eigentlich. Genau, habe ich immer ein bisschen Angst, ey. Das will ich eigentlich nicht. Gut, dann stelle ich... Dann stelle ich mich für den Herrn anonymes mal vor. Guten Tag, mein Herr, du bist jetzt bei Markus. Schau doch bei mir vorbei. Was mache ich nicht mehr? Direkt vorbei. Die Aktion. Oh, 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 oh. Im Prinzip hast du ja recht. Es ist halt immer angenehmer, wenn es halt geteilt ist von der Community. Wenn die Kosten nicht nur bei einem liegen, sondern bei allen im Prinzip. So oft halt. Das ist immer am schönsten. Genau. Nein, dann hat auch keiner wirklich richtig krass Vieh gegeben. Dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben. Irgendjemand gegenüber. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall... Ich bin dir sehr, sehr dankbar, ne? Also nicht falsch verstehen. Nicht in den falschen Hals kriegen. Und ich sage... Wenn man so weiter bestellt, der mag kein Banjo. Danke an die Mate für den Resub. Dankeschön. Vielen Dank, Jinjo. Oh Leute, scheiß doch bitte richtig rein. Danke. Danke, danke, danke. Jinjo verpeilen. Was weiß, was man alle verpeilen kann, bitte? Hey, Markus hat schon wieder neun Puzzleteile. Was ist denn da los? Ich brauche nur noch den Boss... Oh. Anonymous. Viel lieben Dank für... 10 Euro. Oder jemand in seinem Namen. Aber auf jeden Fall viel lieben Dank für den 10er. Dankeschön. Jetzt habe ich es wirklich getriggert. Das wollte ich gar nicht. Da fühle ich mich immer schlecht. Ja, ne? Das ist immer dieses... Man baitet kurz rein und dann sagt man so... Leute, macht das doch nicht. Ich fall doch nicht drauf rein. Das geht auch so. Das war nur als Joke gemeint. Aber super lieb, danke. Immer nur so. Es war auch immer nur halb als Joke gemeint, ne? In jedem... In jedem Schwarz steckt ein Prümchen Wahrheit drin. Ja. Mit diesem Spruch. Vielleicht muss ich noch so viel machen. Und der ist schon wieder durch. Wärst du euch? Geht. Nur noch den Snipper und dann... Und dann dieser Fail. Leer, Honigwaben? Ich habe beide Honigwaben. Ich habe die wunderbar verbunden. Anonymous auch bei mir. Vielen lieben Dank für den 10er. Du hättest es nicht machen müssen, aber es ist super nett von dir. Danke sehr. Ein super Typ. Ja. Natürlich denkt man sich das Anime. Man hat immer Bock, mehr Geld zu kriegen. Das liegt in der Natur der Sache. Ist okay. Und das kann dir keiner vorwerfen. Weil mehr Geld bedeutet auch weniger Stress. Ja, aber sind diese Parallelen von Spyro und Crash Bandicoot, wenn ich so nachgedacht habe, ne? Ja, gibt es gar keine... Also vom Spiel an sich gibt es keine Parallelen. Ich meine, keine Ahnung. Beide fingen... Keine Angst, man. Der hat dann nachher keinen Bock mehr auf Spyro, wenn er sowas war. Hat nichts mit Crash zu tun. Ach so. Ja, okay, gut. Bis auf die Tatsache, dass die halt... Aus dem Selbststudio, glaube ich. Ja, die wurden halt beide auch gefühlt so als Playstation-Maskottchen... Ja, war so ein bisschen... Man war sich nicht ganz schlüssig. Wer ist es denn nun? Ja, aber als Trilogie und man sagt so, oder so habe ich das zumindest verstanden, von Teil zu Teil immer noch ein bisschen besser. Bei beiden. Dann auf PS2. Durfte es dann auch für Gamecube und Xbox rauskommen. Beide. Da ging es dann auch... Für beide einfach nur steil bergab. Ja, das war dann im Schatten irgendwie. Und Playstation 3 und Xbox 360 lief dann gar nichts mehr. Also ein... Da kam noch kurz was, aber dann war 10 Jahre Ruhe. So ungefähr. So war das gefühlt. Und jetzt gehören sie beide mit Trilogie-Remakes zurück. Das ist... Und auf dem GBA gab es auch diese Diffusion-Teile. Weiß nicht, ob die kennst. Es gibt ja sogar auf dem GBA auch ein Spiel, wo Crash und Spyro zusammen sind, ne? Vielleicht meine ich das ja. Also es gab Crash Bandicoot Fusion und Spyro. Ich hab's nie gesehen, tatsächlich. Deswegen weiß ich es jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass es sowas in die Richtung auf jeden Fall gibt. Und das ist auf jeden Fall... Es gibt ja auch mehrere GBA-Spiele gefunden. DS auch, ne? Auf dem DS war ich in Sachen Spyro und Crash schon so weit raus, dass ich da gar kein Problem habe. GBA gab's einiges. Ich hab ein bisschen natürlich mich recherchiert, schlau gemacht vom LP und dann drüber geguckt, was da so rauskam. Da gab's ja von Spyro irgendwie so eine New Beginning-Trilogie auf der PS3. Aber das war gar nix. Metascore von 40 und so. Okay. Das war dann... Das aus. Und dann kehren sie mit den alten Schinken zurück. So ist das. Hey, Gott sei Dank. Season of Flame, genau. Sie haben lieber gut neu gemacht, als schlecht komplett... Also das komplette Spielen... Nö. Komplett schlecht. Ich genieße das irgendwie. Es erinnert mich ein bisschen vom Gameplay tatsächlich an die 3D-Anfänge. Aber nett. Ja, ja. Auf jeden Fall. Es wird halt nur dauern, hab ich das Gefühl. 100%. Das wird richtig dauern. Nach 10 Parts, die... Keine Ahnung, ein bisschen über 50% haben. Das sind 20 Parts. Und 3 Spiele sind dann 60 Parts. Da kommt Pokémon. Ich glaub, die anderen werden länger. Ja, auch das noch. Das ist mein Gefühl so... Wenn die dann auch noch so Mini-Aufgaben und sowas haben, ne, das... Gibt's ja normalerweise dann länger ziehen. Frage, mach den Wollo. Nein, es war alles in Tenet, was ich gemacht habe. Der ist ja schon fertig. Ja. Ich bin mit dem Jinju gestorben. Schuze Frage an den Chat. Hab ich das Puzzleteil geholt bei Treasure Troop? Guck mal, in der nächsten Seite. Bin mir gerade unsicher. Dankeschön, Flix-Designs für den Resub. Du hast die rote Bombe. Resub-Pipe, dankeschön. Du bleibst im Pikmin. Und in der Bombenbande. Ich bin ein Held. Hast du den Hexenschalter vergessen? Ne, den Hexenschalter hab ich gemacht, aber ich hab das Puzzleteil an sich nicht so. Sehr gut. Sind doch mal hin. Jetzt hat jeder einen Fehler gemacht? Oder? Ich denke... Also, ich mach halt so kleine Fehler aktuell. Verschiedene kleine Fehler. Ich sag mal so... Ich bin auf jeden Fall bis jetzt schneller als vom letzten Mal. Das kann ich sagen. Aber du suchst noch in Welt 2. Letztes Mal war ich noch... Wäre ich jetzt noch lange in Welt 2 gewesen. Also, ich bin durch mit Welt 2. Ja, ich auch. Ich mach jetzt... das Level auf und dann... geht's weiter. Markus ist halt schon im Level. Ich frage mich, wie der so schnell war. Ist schon wieder im Level 3 drin? Ja! Das, obwohl ich... Direkt 200 Noten sammeln muss. Ich hab's dir doch gesagt. Das ist... Das wir ihn zerstören, das wird... Das wird nicht einfach. Ich geb mir jetzt auch Mühe. Habt ihr's geschafft. Der muss halt schon nochmal sterben irgendwann. Anders... Markus hat, glaube ich, auch... Eventuell beim Quiz. Hoffen wir, dass da dein Quiz irgendwo schön drauf geht. Beim Boss kriegt ihr mich heute nicht. Ich hab... Ich hab direkt mit neuen Controller-Belegungen erstmal den Spielstand weitergemacht, um sicherzugehen, dass ich Grunty... zerstöre. Ich wollte erinnern, Mann. Ich hab nichts gemacht. Äh... Du bist... Bis heute nicht wieder angemacht, seitdem. Retro, ich danke dir für die 440. Und ja, Pokémon war natürlich für mich auch viel Kindheit. Wie du es gerade erwähnt hast, mit den Karten tauschen, etc. Wobei, das war halt wirklich auch primär tauschen bei mir. Gespielt eher weniger. Ja. Mit den Pokémon-Karten. Echt? Ich hab... Also, ja, ich konnte die halt mit niemandem tauschen. Ich war ja schon ein bisschen älter, da sie erst rauskamen. Bei mir in der Schule... Also, ich höre das ja immer gerne von anderen Leuten, wie sie sagen, bei uns in der Schule hatten alle Pokémon. Aber bei uns war es dann eher nur so, dass es... Es gab an der Schule drei Nerds, die die Pokémon hatten. Und die standen da in der Ecke und haben zusammen sich unterhalten. Sonst hatte niemand Pokémon. So war es halt auch mit den Karten. Ja, ich hab, äh... Ich war ja... 1999 kam das nach Deutschland. Da war ich halb zehn. Das war das perfekte Pokémon-Alter. Und da hat wirklich jeder was gehabt. Und die in deinem Jahrgang, das waren eher so, die fanden sich zu cool dafür einfach. Die fanden sich zu cool. Ich war allerdings nicht zu cool dafür. Die haben die Augen vertreten, wenn wir ankamen mit unseren Gameboys und Karten. So war das. Ja. Ich bin auf der falschen Seite. Ich weiß gar nicht, ob die anderen wirklich wussten, was Pokémon ist. Also, bin mir da nicht so sicher. Das war bei mir später irgendwie mit Yu-Gi-Oh! und Beyblade. Die kamen ja auch fast zeitgleich. Und da war bei mir das Interesse nicht mehr so groß, das kennenzulernen. Oh, Yu-Gi-Oh! Da hatte ich noch Bock drauf. Aber da war noch... Gar nicht. Da kann ich dann halt wirklich niemand mehr, der das auch... Und Flix, danke für die zwei Euro. Muss mal wieder. Leider fehlt mir momentan die Zeit, ab wie die Teams zu verfolgen. Waren das noch zuerst die Sticker. Damit hatte ich meine ersten Erfahrungen, ehrlich gesagt, gehabt. Ach, du meinst das Panini-Album? Genau. Das habe ich noch rumliegen voll. Das ist mein ältestes Panini-Album, was ich voll habe. Ich habe ein paar von einem Kollegen bekommen, der ein paar doppelt hatte. Die hatte mir halt gegeben und damit hat das dann bei mir alles angefangen mit Pokémon. Ja, und Co, sag ich jetzt mal. Ja, das hat bei uns auch, das Pokémon-Kartenspiel hat keiner geschnallt, so wirklich. Also... Das ist doch nicht schwierig. Ey, wisst ihr, was ich sogar gemacht hatte? Wir hatten bei uns in einer Stadt, also in unserer Kleinstadt, eine Pokémon-Liga. Also das war im Jugendzentrum. Da konnte man dann hingehen, um Pokémon-Karten zu spielen. Ich bin selbst da bin ich hingegangen. Ich werde sterben. Oh, verlierst du an den Noten ja nicht. Das ist ja halb so schlimm dann. Das ist schon schlimm. Ach, hier seien doch alle. Also es gab bei uns nicht direkt eine Pokémon-Liga, glaube ich, aber halt so ein Comic-Lad im Prinzip, wo sich halt einige Leute drinnen getroffen haben zum Spielen. Da wurde aber jetzt nicht über den Pokémon, sondern da wurde primär Magic eigentlich gespielt. Ich muss kurz dazwischenhauen. Gizmo, vielen lieben Dank für 100 Euro. Du kriegst deine Miete heute zusammen, definitiv. Boah, ich habe sehr hohe Miete. Ich glaube nicht. Der Abend ist noch lang. Gizmo, vielen lieben Dank. Gizmo war übrigens auch einer derjenigen, die mit mir damals Pokémon gespielt haben. Dankeschön, Mann. Ihr seid irre. Seid fucking irre. Du brauchst dir keine Sorgen mehr machen in dem Monat vielleicht. Nee, tatsächlich habe ich so das, was ich im Monat gerne hätte, habe ich schon zusammen. Banjo, sei Dank. Krass. Die ganzen Tage lieben auch alle sehr gut. Entsprechend. Ich danke dir für die 3 Euro. Am Zweifel nicht. Ich glaube wegen deiner Grafikkarte. Ich habe es kurz zwischen Türen angegert noch gelesen gehabt. Gab es da Probleme mit? Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es spielt es nicht ab. Ich helfe da gleich nach. Moment bitte. Wohl besser jetzt. Wovor sich da gleich eine unschöne Warteschlange bildet. Anonymous. Für 40. Aber eben die 500 voll gemacht. Na, Dankeschön. Meibens. Dankeschön. Danke. Leute, ich verliere noch. Mann. Ist es, ich verliere. Also, ich würde freiwillig verlieren, wenn ich so einen Support bekomme. Dann hätte ich kein Problem. Ich habe die geschickt. Ich habe die geschickt, damit ich das Race gewinnen kann. Mir ist jedes Mittel recht heute. Koste ist, was ist Wolle. Geht alles von Markus Kotter. Da darf heute jeder zugreifen. Der dritte Nord bei uns an der Schule war tatsächlich zum Schluss derjenige, der die Pokémon-Liga geleitet hat. Er hatte nämlich einen Praktikumsplatz damals bei dem Spielwarenladen, der sogar größer werden konnte. Durch Pokémon damals konnten die anbauen. Weil alle Leute halt Pokémon-Stück da gekauft haben. Das war ja auch heftig. Das war damals, das kann man sich heute, also die Kids von heute, wenn die denken, Pokémon ist groß, dann, die wissen nicht, was damals los war. Nee, echt nicht. Wie gesagt, da konnten Läden anbauen nach zwei, drei Monaten Pokémon, weil das so extrem war. Alles wurde gekauft von den Schädten. In Unmengen. Und ja, und er durfte auf jeden Fall die Pokémon-Liga leiten. Weil die hatten das dann auch veranstalten. Was ja auch klar ist, ne? Verkauft wieder Karten. Und Zeitschriften und Bücher und VHS und Stofftiere und alles. Hm. War geil. Endzone hat ja auch den Riesen, das Riesenhoch gehabt durch Pokémon, ja. Garantiert. Dann kam ja noch die Kid-Zone raus. Oh ja. Das war meine Zeit. Und selbst ich hab die Kid-Zone gelesen. Aber ich hab alles gelesen damals. Also wirklich alle Zeitschriften, die es gab. War richtig süchtig. Pokémon-Karten waren innerhalb von ein bis zwei Stunden ausverkauft nach der Neulieferung. Ey, wie lange ich nach Pokémon Stadium gegeiert habe, weil es ständig ausverkauft war. Das war teuer, Alter. Ja. Das war teuer. Das war teuer. 150 Mark, glaube ich. Oder? Und am Ende war es so, 150. Ja. In der Schule, der das Spiel hatte, weil ich so verzweifelt war, dem habe ich 160 Mark für sein gebrauchtes Pokémon Stadium gegeben. War ich so verzweifelt, weil ich wollte es unbedingt haben. Das war mir überlebenswichtig, dass ich Pokémon Stadium habe. Ja, ich erinnere mich nicht. Ich war damals halt auch unterwegs mit meiner Mark. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Hartz-Termin-Mord oder sowas? Wir waren auf alle Fälle in der Stadt. Karstadt. Und da habe ich das gesehen und habe gesagt, ich will das unbedingt haben. Sie war halt auch so, 150 Mark. Das ist teurer als alle anderen. Warum ist das so teuer? Da ist halt noch was dabei. Damit kannst du die Game Boy-Spieler hat noch da aufspielen. Das muss sein. Aber Banjo 2 hat auch 150 Mark gekostet. Echt? Ja. Kennt ihr Golemon? Ja. Mystical Ninja Style in Golemon? Ja. Das war damals zuerst das teuerste Game. Das kostete auch irgendwie 170, 180 zum Start. Ja, Gizmo. Vielen lieben Dank für 50 Euro, Mann. Die Miete muss bezahlt werden. Okay, ich gebe mal was vor. Miete würde 830 kostenbar. Da baitet er weiter, der Junge. Ich bedanke mich für 2 Euro von Scared Nova. Außerdem wird gefragt, zählen die Mumbo-Schädel auch? Doch die Antwort lautet nein. Weil es einfach eine Währung ist. Man braucht nicht so viele. 100% wie es wie in den Statistiken zu sehen. Alle 900 Noten. Ich habe 3 Zimmer, Killer-Elfchen. Was redest du? 100 Puzzleteile. Das ist eine 90 Quadratmeter Wohnung in der Innenstadt. Das ist doch günstig. Und die lernen Honigwaben. Ja, aber das heißt ja trotzdem. Also 830 Miete? Hätte ich schon recht, hatte ich. Ja, das kostet es halt, ne? Oh. Chaos, Konrad, vielen lieben Dank für die 4 Euro. Ich habe 1400 Euro Miete. Ja gut, du hast auch wiederum Familie. Ja. Viele Zimmer auf mein Arbeitszimmer. In der Stadt. Deine Frau hat die... Nee, 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 nee. Die alte, die alte Bude, die wäre schon finanziert. Mit dem von heute tatsächlich. Deine Frau, Markus, arbeitet die eigentlich auch mal in Fragen nach oder Privatsache? Ja, die arbeitet, wenn auch Teilzeit, aber... Nee, aber es geht ja darum, dass ihr mitarbeitet, die Miete dann bei euch zu finanzieren. Weil wenn ihr das alleine machen müsst, puh. Tja. Nee, ist nicht einfach. Aber deswegen ja. Kurador, willkommen im Team. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Und dann wird YouTube auch noch so, wie es YouTube 2018 Nummer ist, ne? Vielen lieben Dank, 10 und vielen Dank, weil ich für den Support. Brauchen wir jetzt kein Duell mit dem Woll oder sowas anfangen, wo mehr Support oder öfters Supporter reinkommt, das kann man nicht gewinnen. Aber auch die andere Kleine immer mal so mal so, ne? Es gibt immer mal so Streams, wo es beim Einrichtig gut läuft. Und es gibt halt auch die Tagwort gar nichts, ey. Das ist halt... Die gibt's bei jedem, würde ich sagen, ne? Ja, das ist immer mal so. Ist auch kein Wettkampf tatsächlich. Also in meiner Welt zumindest nicht. Nein, überhaupt nicht. So, habe ich hier draußen alles. Ich hoffe... Puzzletail. Neuner, das ist schon wieder neun. Ich weiß, wo der Gang... Wenn ich Glück habe, muss ich nur noch hier... Das Spiel von dem läuft doch mindestens dreimal so schnell wie das, oder? Das kann ja gar nicht. Die Leute können ja auch vergleichen und sagen, ob das stimmt. Läuft mein Spiel schneller? Ich trau mich nicht. Ich hol nochmal Luft. Das wäre jetzt echt bitter. Ja, also erster werde ich nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Ach komm, fängt schon wieder so an. Ne, du zerbärst es mich ja. Das ist ja Wahnsinn. Und ich dachte, ich könnte heute richtig glänzen. Aber... So gar nicht. Heute falle ich nicht drauf rein. Deine Psychologie, deine Psychotricks. Das sind keine Psychotricks. Das sind keine Psychotricks. Das sind keine Psychotricks. Ich wünschte es, die wären es. Das ist ja irre. Flederbär schenkt Gizmo ein Abo. Vielen lieben Dank, Fleder. Und Gizmo high five, Mann. Kannst du sagen, Gizmo kein Sub? Das ist... Ne, der ist schon die ganze Zeit nackig. Hier läuft der rum. Ja, auch so. Freundchen. Ich wollte deinen Penis gar nicht sehen, aber... Das hat er die ganze Zeit rumbaumeln lassen. Da machst du nix. Bei sechs bin ich. Puke. Vielen lieben Dank für 1,52. Dein Lied wurde übersprungen. Ich kümmere mich drüber. Das ist nicht das Problem. Warte, ich will da. 7, 8, 9. Mir fehlt ein Prozent. Ironic, danke dir für den Euro. Mir fehlt irgendein Puzzletail, glaube ich. Was, bist du auch schon fertig mit dem Level? Nein, nein. Gottes Willen. Ich, mach mir doch keine Angst, Mann. Ich bin am Durchrechnen gerade, wo ich jetzt noch was holen muss. So, wie ich gerade... So, dann Anonymous. Nochmals danke dir für 50. Vielen, vielen Dank. Keine Angst, Leute. Alles intended. Alles gewollt. Ich hoffe nicht. Achso, der bringt sich um, ja. Das ist mit 12. Äh, puke. Verlassen mal. Okay. Ja, plus, brother. Ich sterbe. Manchmal macht man das taktisch, sich umzubringen. Ich wollte es eigentlich gar nicht verraten, aber nicht, dass sich Leute wundern. Ich habe es vorhin auch einmal gemacht, hat sich angeboten. Banana, vielen Dank für die 3 Euro. Start das? Das startet. Ah, Gurymon. Ja. So wie eben. Das war gewollt, leider, wo ich da gestorben bin. Mehr oder weniger. Jetzt fängt bei mir auch der Deathcounter an. Godo, so Skullking. Das zählt nicht, wenn es Absicht ist. Was ist denn? Was habt ihr alle im Chat? Ihr seht was vorgefallen? Ich mache mir gerade Angst. Alle reagieren gerade so komisch. Wir sind noch alle komisch. Die Mane sieht ja gleich wieder an. Ja, muss ich doch. Das eine läuft automatisch, das andere habe ich über YouTube gestartet. Was ist los mit euch? Ihr kennt das System doch wohl langsam. Muss ich euch das echt erklären? Ihr könnt ja nochmal den Multilink in den Chat posten, liebe Mods. Weil jetzt die Frage aufkommt, wer führt. Was nichts zu bedeuten hat. Die Leute wollen nur wissen, wie weit du schon führst. Wie groß ein Vorsprung ist. Fucking endlos. Also wenn keine so Fails passieren, ne? Notensuche oder so ein Quatsch, ne? Dann mache ich Feierabend. Na, er fängt schon an. Immer bescheiden. Danke, Horry, für den Multilink. Kann ich auch mal einen Blick drauf werfen. Wobei, dann pausiert mein Emulator. Das ist auch so gewesen beim letzten Run. Bei den Credits. Also nach dem Quiz. Und Drackel war auch genauso weit wie ich. Und keine Ahnung, ich habe irgendeinen Emulator gehabt, der... Also würde ich ja nie benutzen. Natürlich. Aber ich habe da rumgeklickt und das Spiel war dann pausiert. Die ganze Zeit, wo ich rumgeklickt habe. Naja. Das ist jetzt eine Einstellungssache, aber... Ja. Wir nutzen den gleichen. Ich kann das ja teilweise sehen, welchen du nutzt. Und ich habe dieses Problem nicht, dass er da pausiert. Jetzt habe ich einen anderen. In der Tat. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Nummer das ist, aber... Ja, okay. 1,7 habe ich jetzt. Bubble Club. Der ist im nächsten Level drin, ey. Park my life. Als ob der im Bubble Club ist. Warum? Ich gehe jetzt nach Hause, es ist vorbei. Ich habe keine Lust. Da hast du ja deinen Soll bekommen, ne? Einen Lohn, ne? Nicht mehr feierlich hier, was passiert. Die Leute haben dich doch schon supportet, die wollen das sehen. Oh, lustige, lustige Story. Ich war ja heute Pokémon kaufen. Und ich und der Prototyp gehe in den gleichen Filula, natürlich, um unsere Männchen zu bekommen. Und der Prototyp frag mich so, und wenn ich einen Spruch hast du bekommen? Von dem Typen ist verkauft immer der gleiche Typ. Und aber bevor ich jetzt loslege, ich mag den gerne. Ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch und nett. Auf jeden Fall sagt er zu mir, viel Spaß beim Pokémon fangen. Wo man sich halt schon so denkt, ging ja noch. Aber zum Prototyp sagte er, Mann, du siehst aus wie jemand, der gerne Pokémon spielt. Das ist unangenehm, ey. Aber es geht nicht. Es gab, glaube ich, schon schlimmere Sprüche. Welches habe ich ausgelassen? Aber ich wurde auch gefragt, welche Person ich haben will. Und ich musste es sagen. Ich musste dann sagen, ja, am liebsten Pikachu. Ich fühle mich ja wie ein Außenseiter, wenn ich Let's Go Pikachu nehmen will und ich eh wohl die. Guten Abend, Play Madden! Die Prototyp sieht halt echt nicht so aus wie jemand, der gerne Pokémon spielt. Also so gar nicht. Habe ich mir auch gedacht, Paul. Ich habe schon ein richtiges. Ich habe nicht so bewusst. Community, ich brauche Hilfe. Welches Puzzleteil habe ich ausgelassen? Wichtigste Frage. Ginger's habe ich. Ich bin das meins. Ich habe das Battle hinten gemacht. Ich bin die Battle hinten hochgegangen. Oh fuck, oh fuck, bevor ich das jetzt vergesse. Weißt du, dass es gerade jemand darf? Dürfen die Leute mir das sagen? Wieso nicht einfach? Ist mir egal, ja. Weil ich am liebsten Pikachu haben wollte. Aber es gab sowieso nur noch Pikachu. Evoli war ausverkauft. Alles mit Bällen war ausverkauft. Jetzt muss ich mir den Ball per Hand kaufen, ey. Das könnte hinkommen. Ich habe da einfach nur das Wasser hochgemacht. Da hast du einen Punkt. Danke sehr. Also ich habe mir ja schon Gedanken gemacht über mein Team, was ich in meinem Let's Play zeigen werde in dem neuen Pokémon. Aber einerseits wäre es cool, dieses neue Metall-Pokémon zu haben, ne? Bellmetall. Die Entwicklung. Aber du musst es irgendwie 60 Mal fangen in Pokémon Go oder sowas? Ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie was darüber gehört, dass man das so fangen muss. Richtig. Also die einfache Stufe mit einmal fangen. Klar, aber du musst es 60 oder 600 Mal fangen. Weiß auch nicht so recht. Ähm, ja. Das mache ich nicht. Ne, kann ich verstehen. Bisschen viel. Bisschen viel Stress. Anonymous, vielen lieben Dank für 60 Euro, Mann. Dankeschön. Wir sind beide mittlerweile. Wir sind beide mittlerweile. Kann man manchmal aufs Laufsauflöten finden? Dankeschön. Guck doch eben nach. Wer so einen Support hat, kann auch ruhig mal eben nachschauen, wenn ihn das interessiert. Ich muss gestehen, für das Pokémon-Team habe ich mir so gar keine Gedanken gemacht. Das, was mir über den Weg läuft, nämlich halt mit. Nee, das war ich nämlich raus. Das, was mir über den Weg laufen wird, das werden meine Mannequins. Auf alle Fälle ein Nidoran muss ins Team. Den habe ich auch vor. Braust gar nicht spielen, das ist klar. Mir ging es eigentlich eher wegen der Randomizer-Sage. Ich weiß. Das ist mir dann während ich es gesagt habe auch eingetragen. Ey, Dragl, ich verlasse jetzt Kränkers Kämmerle, du. Ich bin auf dem Weg zum Ausgang. Ich sehe gerade, dein Scream ist bei mir hingeblieben. Du wirfst den Ausgang wie so ein Noob. Ja, weil ich halt volles Life habe. Was soll ich machen? Soll ich mich jetzt irgendwo... Ertrinken? Ja, okay, wäre vielleicht auch noch gegangen. Er wäre vielleicht auch noch gegangen. Astenpunkt. Zu spät. Jetzt bin ich schon so weit gelaufen. Mensch, vielleicht bin ich da. Die Community entscheidet. Da muss ich leider sagen, Steve, nachdem die Community mich halt bei Pokémon Smaragd so hart auflaufen lassen, von wegen, die Community darf entscheiden, werde ich das nicht machen. Sorry. Da möchte mir die Community nur wieder die schwerste, der schwersten Challenges geben. Ja, okay, ich habe es ja jetzt schon zwei Stunden gespielt. Und ich habe schon gesagt, wenn ich das Freitag spiele, gibt es auf jeden Fall eine Challenge. No Starter Challenge, den darf ich nicht benutzen. Und so eine Mini-Naster, weil du musst ja die Pokémon fangen, logischerweise, um zu leveln, aber dass ich immer nur das erste Pokémon, das ich fange, nutzen darf auf so einer Route. Weil ansonsten ist das, also, es ist so einfach, es ist halt wirklich, wirklich. Okay. Es ist einsteigerfreundlichst selber. Ich sag mal so, ne, Rocco, komplette Arena gemacht mit einem Mega-Plan auf level 9 und jedes Pokémon gewonnen hättet mit Absorber. Wir reden von so einfach. Okay, das ist ein bisschen lächerlich. Also, deswegen ist tatsächlich so, würde ich sagen, ohne Challenge ist das ein bisschen witzlos, beinahe schon. Bekommt man die Starter, wie in Gelb in etwa, irgendwo mal geschenkt, oder wie ist das? Ich habe mal gesehen, dass es im Bertania-Wald zum Beispiel schon dieser Samen zu finden gibt, auch im Bild zumindest. Aber bei mir kam er selber nicht, weil der relativ selten ist wohl. Aber die kannst du alle so finden. Verstanden. Als Wilde, oder was? Die normalen drei Starter, ne? Mhm. Als Wildes Pokémon, ne? Den Starter Pikachu, eh wo die rausnehmen? Ne, es geht nicht darum, dass man die rausnehmen kann, sondern die findest du, die normalen anderen Starter, so wie ich es jetzt gerade verstehe. Man kann die aber auch so bekommen wie in Gelb, erfahre ich gerade. Auch das Gelb. Oh, Tobi. Okay, gut. Dann ist er gut. Flederbär schenkt NDSG ein Abo, oder mit? High Five, NDSG, Bruder, und viel ihm dank Fleder. Hier, den Gifterroni. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, dass ihr erfahrt, wo man den Bisasam finden kann. Ihr lauft dem Ganzen über den Weg. Was denn jetzt schon wieder? Fühlt sich jemand gespoilert. Er verrät halt einfach, wo es Bisasam gibt. Das Wortwörtlich zitiert. Also, inhaltlich, wie viel... Wer hat das gesagt? Wer sagt das? Wem muss ich hier auf die Finger klopfen? Wer, wer, wer hat das gesagt? Ich kann hochscrollen, Markel. Kannst du mal einfach was sagen? Ja, mach das. Guck rein. Ich muss jetzt eh gleich mit Bottles ne halbe Stunde reden. Deswegen hab ich die Zeit sowieso. Ja, ist okay. Okay, wenn du die Zeit hast, dann mach es doch. Ja, wieder Steve TT, aber... Mein Gott, das ist Pokémon fucking Rot von 1999, über wann es rauskam. Es ist nichts anderes. Es könnt euch nichts spoilern. Also, bei mir kam ein Kommentar von wegen, das ist eine Fortsetzung zu Pokémon Sonne Mond. Das ist ein komplett neues Spiel, neue Story. Ich denke mir so, nee, eigentlich nicht. Oder was war ich verpasst? Nein. 99% dasselbe, oder nicht? Tatsächlich, es wurde ja irgendwie mal so zu Beginn suggeriert, als wäre das eine neue Story. Hatte ich nie das Gefühl. Ich nämlich auch nicht. Aber es hat mich dann jedes Mal so verwirrt, wo ich mir dachte, Alter, ist es jetzt doch eine neue Story? Ich hatte halt Angst, dass es vielleicht wirklich eine neue Story sein könnte. Aber ich glaube, mit neue Story meinen die einfach nur, weil dein Rival ist halt nicht mehr Gary. Und du triffst halt Gary und Co. dann mal so zwischendurch irgendwann. Die Texte sind, glaube ich, auch neu, die da drin stehen, weil Gary soll jetzt ja, oder der Rivale soll ja freundlicher sein. Genau. Dann meinen die wieder, hier ein paar Texte sind verändert worden. Erlebt eine komplett neue Story. Halt die Schnauze. Das ist halt überhaupt nicht wahr. Ich weiß nicht, ob das eine Verbesserung ist. Gary ist schon... Wie für mich ist das, dass die Rivalen so ein bisschen kriminell sind? Das finde ich auch nicht gut. Dass der, äh... Dass das jetzt so netter ist. Tut halt überhaupt nicht Not. Man will ja auch ein bisschen... Tja. Man braucht auch irgendjemanden, den man nicht mag. Jesse und James. Ist hier jetzt auch nicht so... Wie badass, ich weiß nicht. Ah! Tiptup. Dieser Tiptup. Huch. Ach, fuck. Tiptup. Oh, nein. Der Rival ist blau oder rot? Nein. Nein, nein, nein. Blau und rot sind auch da. Also blau hab ich sogar... Nein, ich darf ja nichts sagen. Gary ist blau. Scheiße. Ich hol mir lieber Energie, bevor das hier ein bisschen... So ein Mist. Kombi war mir zu schwer. Das geht so nicht. Irgendwas sagen wir, dass ich das goldene Krokodil wieder vergessen habe. So wie beim letzten Mal habe ich auch. Was ist denn los? Das sieht man doch am Anfang. Wieso nehme ich das denn hier mit? Ich stelle dir immer die Kamera ein, dass ich das übersehen will. Wahnsinnig. Was ist denn Schärfe, Markus? Ich brauche eine neue Kombination und Energie. Wurde im Trailer gezeigt. Aber Tobi, du hast das Spiel ja auch schon. Was ist denn dein fachmännischer Kommentar dazu? Würde mich ja mal interessieren. Tatsächlich. Play Madden. Jetzt play von mir nicht, aber von Markus kommt eins. Ich spiele es halt im Stream. Yay. Wenn da Interesse besteht, aber... LP-technisch kannst du es dann halt bei Markus gucken. Madden, nicht Gary, war kriminell der aus der zweiten Generation. Der Dieb. Der war ja eigentlich der Schlimmste, wenn man so willst. Aber Gary war ja auch ein Fiesling. Ja. Tobi hat den Spaß seines Lebens, laut Twitter. Aber Tobi, du würdest es auch sagen. Ist schon ganz schön leicht. Das wäre nicht erzählen, dass du jetzt... Ich raste raus. Gib mir einen Stift. Jetzt mache ich den Vollumove. Das letzte Mal hat das gefunktioniert, ne? Ist ja klar. Sich alle diesen Code ausschreiben müssen. Das ist, äh... Ach, wirklich, Leute. Das muss. Das hat nicht jeder so'n Pro-Gamer wie du, Trage. Das... Das hat ja nichts mit Pro-Gamer zu tun. Einfach mal das... Das vorhandene Gehirn nutzen. Nein, ist nix mehr. Das ist alles weggespielt. Nix mehr da. Multistream was Feines, ja? Gerade bei so Races ist es ein Multistream, was Feines ist. Ach, Mann! Du verkackst es doch jetzt nicht mit Aufschreiben. Stirb! Das ist meine einzige Hoffnung! Keine Chance. Hab Energie geholt. Das ist... Das spiel den Scheiß. Wahnsinn. Das sagst du jedes Mal. Innenaus könnt ihr halt... Geht doch. Wollo, ich hab's ja gar nicht mitbekommen. Äh... Wie sieht's aus mit deinen... Mit deinen Shakes? Läuft das noch? Klappt das? Das läuft immer noch. Das läuft noch richtig lange. Hätte ja sein können, dass... Ne? Aber... Ne? Bisher... Und Erfolge. Ich hab da was gelesen, glaube ich. Erfolge auf jeden Fall. Das schon, aber... Auch mir... Die Nebenwirkungen sind ein bisschen... Ein bisschen sehr ranzig, so. Deswegen... Ich hab immer noch ein bisschen Angst, dass man mir irgendwann sagt, so... Freundchen, das geht so nicht weiter. Da sind so ein paar eklige Sachen, die ich jetzt nicht erzählen würde. Das hast du verschrieben bekommen. Wenn es irgendwie was Gesundes, Leichtes wäre, dann könnte ich mir für zwischendrin auch sowas vorstellen. Jetzt erzählt es mir von Nebenwirkungen. Ja, das liegt bei mir am Kronen, dass ich so Nebenwirkungen habe. Die anderen hatten auch alle so ein bisschen, aber keiner so schlimm wie ich. Und du könntest sowas machen, tatsächlich. Das gibt es auch in der Kurzversion, so sechs Wochen. Oder wenn du nur sechs Wochen Shakes kriegst. Ich weiß, ich will ja nicht komplett, aber irgendwann irgendwo zwischendrin mal einen Heißhunger einfach wegwechsen. Das wäre vielleicht... Dafür ist es nicht gedacht. Nee. Dafür ist es nicht gedacht, aber es gibt ja auch so ein Kram. Hier kennst du zum Beispiel Saturo oder so? Da gibt es ja auch immer, dass du so eine komplette Mahlzeit dann einfach als Shake zu dir nimmst. Ich dachte mir nur, als ich gelesen habe, dass es bei dir so Anklang findet, wer weiß. Ja, und Saturo und so ein Shit schmeckt dann sogar auch. Meins ist eher so, ja. Das ist verschrieben von dir, oder? Ja, da habe ich mir selbst verschrieben, aber das wird halt auch von der Krankenkasse mitbezahlt. Und ist halt schon... Kannst du dir verschreiben lassen, ab einem BMI von 30, ohne dir zu nahe drehen zu wollen, wie man immer so schön sagt. Ich weiß es selber nicht, sowas. Den wirst du tatsächlich haben. Wir haben dann nämlich einen, der hat 31 oder so. Und der ist dünner als Draken. Du bist wahrscheinlich nicht dünner als Draken. Nee. Nee, das ist dann... Deswegen, die hassen. Die hassen. Und ziehst du durch, ja? Bist gewillt. Das ist der Plan, ne? Ich kann halt nicht mehr nicht durchziehen, weil so viele Leute da schon so... Das ist mal so gut. Dann bist du auch irgendwie so ein bisschen jetzt drin gefangen in der Sache. Ich habe die Waschmaschine. Der ist so und so weit. Oh, komm, an, an. Vespersos, vielen Dank für 15 Euro. Dankeschön. Hoppla. Sie kommen natürlich immer mal wieder so ein paar Gedanken, wo man sich denkt, ey... Scheiß doch jetzt drauf. Ich will das nicht mehr machen. Geh mir was vernünftiges zu essen. Hm. Aber ja. Dann denkt man wieder, ne? Alle Leute wissen davon. Die Schmach ist jedem zu sagen, so, ja, nicht geklappt. Willst du auch nicht. Und meine Mutter will mich killen. Das kommt auch hinzu. Das geht halt nicht. Kann ich nicht machen. Dann zieh durch. Kommt der Tag, der ist vorbei, erst mal. Ja. 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 Bestimmt. Hei, hei, hei. Wenn man angefangen hat, sollte man es halt auch durchziehen. Jetzt sagst du so einfach. Ja, ich weiß. Sollte man dann. Man sollte so einiges im Leben tragen. Das heißt noch lange nicht, dass man... Der Volo kann ja durchziehen. Die Vorteile würden die Nachteile wahrscheinlich überwiesen. Daher. Definitiv. Ist halt aber auch die Sucht, ne? So innerlich. So du wahrscheinlich nicht. Aber ich. Ich weiß gar nicht mal, wie ist das denn bei dir? So Sachen, irgendwie Thema Ernährung. Da weiß ich zum Beispiel über dich sogar. Ja, ich bin da ein bisschen... Nichts bekannt. Wückt sich's los. Ich bin da ein bisschen... Ich sollte vielleicht mehr schauen, was ich da alles... Am schlimmsten ist, glaube ich, sogar Getränke. Wenn ich den ganzen Tag, keine Ahnung, Mezzo-Kram oder Eistee... Ich glaube, das ist sogar ein Teil, das ist ein bisschen zu heftig. Irgendwie... Nur Wasser oder so, finde ich dann auch nicht irgendwie befriedigend. Das kenne ich sehr gut. Ich trinke nichts anderes. Und spätestens... Spätestens seit der Let's Play-Zeit, sag ich mal, wäre mehr Bewegung gar nicht verkehrt. Ja, wenn ich ehrlich bin. Ja, mit dem Kündigen meines Jobs bin ich einfach auch so auseinandergegangen. Das ist schon nicht mehr schön. Das ist bei mir nicht anders. Seitdem ich halt wirklich mehr zu Hause halt sitze und hier halt immer mehr hier von zu Hause halt alles macht. Der ganze Muskelbau und so nimmt so ab, dermaßen. Weil natürlich halt auch körpergeblich das dafür entgegen zu tun. Das ist einfach diese Bewegung, die dem Körper dann fehlt. Ja, absolut. Das brauche ich nochmal. Das brauche ich nochmal. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Was war Phase? Rot. Gelb. Muskelmasse in Fett und Gewandeln. Quasi, ja. Falsch. Ich habe das Gefühl, ich mache das hier schon wieder zu früh, alles. Blau. Boah, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dass es mit dem Tennis alles gut gehen wird. Wie gesagt, meine Kondition hat es so dermaßen abgeholt, das gibt es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du Tennis spielen sollst. Das ist Quash habe ich gespielt. Ja, aber das ist auch schon ein paar Tage her, ne? Denk ich. Ja, das ist das schön. Da war es noch mehr im Saft, nehme ich an. So ein bisschen, ja. Und Boy ist halt eine Maschine geworden. Der wird dich rannehmen. Also, wenn ich hier von einem Gratisfick rede, dann wird das auch auf jeden Fall ein Gratisfick für ihn. Blues Brother schreibt, ich bin ein Freund von Light-Getränken. Aber in Light- und Zero-Sachen ist auch noch so viel Chemikalie drin, das ist anderweitig nicht gesund. Ja, da muss man immer gucken, ne? Es ist halt so das Ding, das Gewicht, das man mit sich rumträgt, ist aber auch nicht. Ist auch alles andere als gesund, ne? Und wenn du es mit den Light-Produkten eventuell schaffst, von den Kilos runterzukommen, ist das auf jeden Fall ne Sache, die man in Kauf nehmen sollte. Ist ja immer so mit Medikamenten und so. Also, das war sich zum Beispiel gegen meinen Morbus-Boden-Kriege. Das hat halt auch viele, viele Nebenwirkungen. Und da ist es halt auch so, dass man gucken muss, wenn die Nebenwirkungen das eigentliche Problem nicht überwiegen, dann ist das halt besser als vorher. So, Punkt. Immer dieses, ähm... Ja, gut, man könnte jetzt sagen, gut, du hast ja die Möglichkeit, Wasser zu trinken. Sei kein Idiot, trink halt Wasser. Ja, das sagen die Leute immer so einfach. Aber ich finde das halt super schwierig, nur Wasser zu trinken. Ja, das geht mir irgendwann so auf den Sack. Mit Wasser und Schuss Apfel, Zitrone rein. Ja, das geht natürlich auch, ne? Aber dann hast du im Grunde auch wieder ein Light-Getränk. Wobei ich in der Pubertät, zu Schulzeiten, auch mal in den Sommerferien, ich echt nur von Wasser und Schwarzbrot ernährt, habe. Noch nie. Noch nie. Habe ich noch nie geschafft, Wasser. Einfach weil, keine Ahnung, Pubertät und willst auf einmal achtest auf dein Äußeres so. Und dann bin ich, boah, wie alt war ich? 13, 14? Immer von sogar schon 100 auf 78 Kilo wieder runter. Du hast mit 13, 14 auf dein Äußeres geachtet? Da fing es an, ja. Die konnten froh sein, wenn ich in die Schule gegangen bin und geduscht habe. Oder wenn ich die Zähne geputzt habe, konnte ich froh sein in dem Alter. War das weh, das höchste der Gefühle. Das war das Haargel-Zeitalter, da liefen alle mit gegelten Haaren rum und heute gibt es das nicht mehr. Ja, das habe ich halt auch später gemacht, ne? Klar, aber... Nee... Also so, die Ernährung war in die Spätsänder. Ja, da war ich in die Spätsänder. Ja, deswegen war wohl auch unbeliebt. Ja, ich war auch unbeliebt. Ups. Verdammt. Also was ich halt ehr kann, ist halt wirklich, auf die Ernährung so komplett halt auf Sachen zu verzichten. Aber jetzt wirklich gezielt irgendwelche Sachen essen, das fällt mir schwer. Radikal finde ich immer schlimm. Ein bisschen was zu reduzieren von irgendwas, da lasse ich mit mir reden. Tatsächlich finde ich radikal am leichtesten. Weil wenn ich mir noch die Möglichkeit lasse, irgendwie was zu machen, dann bin ich halt jemand, der schnell ausartet und übertreibt. Mal gucken, ob das alles war. Ist das schon fertig in der Welt? Ja. Nein, was? Moment. Ah, schon wieder. Ich hatte das in den Vergessen. Honigwebchen. Ich weiß ja, wo beide sind. Ich weiß welches. Ich kann mir auch denken, welche. Ja, ich weiß, wo beide sind. Also eigentlich... Was tue ich nicht alles, um euch eine Chance zu lassen? Ja, das ist mittlerweile, muss man es ja auch mal anerkennen hier, ne? Wirklich fair play. Wenn ich das... Markus, ist das aber auch richtig, was du machst, wenn du uns die Chancen gibst. Weil das sind dann einfach spannende Races. Besser, wenn es halt eng beisein ist, als wenn einer vorne wegzieht. Das machst du alles richtig. Der Markus ist ein Ehrenmann, ne? Kann man auch mal ruhig sagen. Absoluter Ehrenmann an dieser Stelle. Für die Zuschauer. Für die Attraktivität dieses Projekts. Sehr gut. So, ich muss nur noch Weil machen, dann... Nur noch ist gut. Der Sack. Ein bisschen mehr muss ich leider noch machen. Find ich geil. Bei Weil bin ich zwar schon, aber ich muss halt auch noch die Noten holen. Noch Ginger mit dem Kroko holen. Ich habe auch einen neuen Emote-Slot freigeschaltet, tatsächlich. Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich da feines machen kann. All Might, vermutlich, was sich gewünscht wurde. Aber als was könnte man denen machen, Leute? also wenn er einen vorschlag hat ja gerne mal für eine aussage allmight bringen könnte sollte was positives sein jetzt das dritte nicht verhauen das letzte mal ja zweimal schiefgegangen das ganze genau solche fehlerchen wollte ich eigentlich unterbinden ist halt krass dass du trotz dieser fehler soweit führst muss ich wohl doch irgendwann noch mal im dezember und sei es alleine aber ihr wollt bestimmt wieder mitmachen wenn es im dezember erst wieder ist klar mal sehen was wir bis dahin sagen vielleicht zwischen den jahren oder so das nächste wäre ja wie gesagt in den donky kong ja ja ganz gut keine panik ich meinte nur irgendwann will ich dann noch mal besser machen wow wow danke spiel ja danke für dieses wunderschöne rn g ja es hat nichts von mir aufgetaucht kriegt ihr das hin in den sarkophag rein zu klitchen geht in der xbox 360 version irgendwie nicht sagen immer wieder leute das geht aber ich halte das für ein gerücht ich habe es mal hinbekommen aber es klappt auch nicht immer bei mir ist das nicht super einfach eigentlich eigentlich ja danke spiel bei mir definitiv ein euro was habt ihr denn naja wenn ich halt das wifi jetzt verhau verliere ich zwei live und ich habe nur noch zwei ich verliere nicht mega knapp einer zweite mega knapp axel von der info mein vater macht sich immer zucker auf die spagetti aber du meinst nicht den käse ja das ist oben das dauert viel zu lange das ist mir viel zu viel Zeit ist mir die pumpe gegangen ey merkwürdige stöhne an meinem stream geht mir mal bitte ein bisschen live gerade vor wieder zu mr while reingehe ja ich mache erstmal den restwerk das ist mir jetzt schon wieder das darf nur noch der orange schnitt in so ich glaube zu wissen wo der war so ist da wird es gleich ganz weil noch mal neu machen gibt es zu dass du am locken bist und die dritte runde auch mit einem mehr gewonnen ganz klar ich habe ein gleichstand gehabt der ist der ärgerliche gerade das ist schlecht lieber polter elefant danke für deinen resub sieben monate super sache du bleibst ein pikmin und in die bombenbande ergrüßt auch volle und trakel gut zurück ebenso hausse bezeichnen race könnte euch allerdings noch einmal angucken weil du hast ein linker bei dem markus bei dem müssen die mocks machen ich probiere jetzt mal was aus pflück auf den wunderschönen abend hier wurde die noten ausgelassen kann man was probieren aber hat nicht so funktioniert egal ich glaube hier habe ich den noten ausgelassen heute für mich durch ja anonymus vielen lieben dank für 145 48 alter ja ich will es jetzt gar nicht ausrechnen wie viel hat schon vielen 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 dank damit haben wir genau die miete vorgemacht unglaublich verdammt unglaublich vielen vielen dank das kann ich kann ich nicht wieder gut machen und das stream geht noch so lang die nächste miete auch noch direkt die nächste miete vorsorgen einfach krankenkasse leute krankenkasse können wir auch noch direkt hier heute die schweine fällig machen scheiß krankenkasse aber ich das habe ich dumm und dämlich jeder der selbstständig ist sagt sofort krankenkasse das schlimmste von allen vielen vielen dank auf jeden fall nein nein ich bin ich bin für heute mehr als glücklich für heute mehr als glücklich man traut sich aber auch nicht ne so ein geld jeden monat und ich brauche es nicht aber wer will schon die krankenkasse ne dann passiert dir was und dann dann war es das das geht ja sogar ne habe ich mir zumindest mal sagen lassen wenn man das möchte muss man die krankenkasse tatsächlich nicht haben als künstler aber ich bin ja ständig krank also von daher wenn wir ich meine krankenkasse schon sehr viel sind ok das ist ja gerade zum ersten mal dass du es eigentlich nicht brauchst aber ja aber wenn dir dann was passiert ne kriegst du doch da gibt es die option es gibt die option das habe ich mal von meinem äh netzwerkchef gehört dass er so gehen kann dass man das machen kann aber das würde ich halt auch niemandem empfehlen weil wenn ihr dann das habt so in meinem fall sowieso nicht weil wir rennen ja nur ich war ja heute schon mehr bewahrten von daher äh aber sobald irgendwas ist bist du halt sofort gefickt ne jo und ich war heute bei der krankenkasse die wollten ein einkommensnachweise haben danke ja das nervt das wenn ich aber jetzt gerade bei mir angefragt wird das mache ich sobald sich irgendwie die gelegenheit ergibt oder am ende des races spätestens ich möchte da ein bisschen geduld für den mitbringen das hat jetzt gerade ein bisschen schwer in dem racer als sachen fertig zu machen ich habe ich gedrückt ich habe den nächsten schalter gedrückt ich überlege gerade die krankenkasse gewährt keinen rabatt für garantierte stammkunden ich glaube wenn es nach der krankenkasse gehen würde würden wir noch einen fetten aufschlag oh kack ne 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 die richtigkeiten bitte die dritte runde jetzt auch nochmal so schön wie ich mich schlage naja ich fall jetzt gerade wieder zurück you my cookie danke für den resub im dritten monat du bleibst ein pigment und in der bombenbande wirklich vielen lieben dank ich muss auf die nächsten fehler der anderen hoffen ich mach genug die reichen nicht eben die reichen nicht ich mach keine belastenden fehler zurück also ich würde gerne mal die vor der nase abtauchen die vor der nase abtauchen die ist eislang leid, leute alles gut eine kalorie auf 100 Flixlion, high five, neun geile Monate, bleib wie du bist, nenn ich sub, vielen, vielen Dank, Mann. Gut, endlich, hat geklappt. Das hat Zeit gekostet. Nein, 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 ich will nicht. Vergiss nicht das Puzzleteil mit den Augen. Das Puzzleteil, ach so, oh, nee, das vergiss nicht, das kommt erst beim Spiel. Ja, das kommt erst beim Spiel. Ich kann auch endlich den Sumpf verlassen, meine Güte hat das gedauert. Oh, du hast drin den Freezy Peak, Markus ist wahrscheinlich schon über die Hälfte in Freezy Peak. Der ist gleich fertig mit Freezy Peak. Übertreib nicht. Gesehen, danke für 100 Bits, Darklink, danke für 100 Bits. Sehr lieb für euch. Entschuldigung. Das ist unsere Taktik, dich zu verunsichern. Entschuldigung. Das ist unsere Taktik, dich zu verunsichern. Hat ja geklappt schon mal. Man muss mal nicht mehr verunsichern. Der ist ja... Kurudo, das bleibt dir überlassen, danke dir natürlich, dass du halt auf beide Streams schaust. Du hast alle drei besser gesagt. Genieße sie auf alle Fälle. Cry nur dann, wenn die anderen weitere Fehler machen. Aber Kurudo ist mir nicht sehr sympathisch, wenn ich ehrlich sein soll. Kann mich nicht entscheiden, ob ich für dich bin oder für Markus. Aber über eine Sache bin ich mir definitiv bewusst. Hallo. Für den bin ich nicht. Der gewinnt ja eh gewinnen, von daher. Das ist ja immer schon mal... Das ist ja schon mal gut. Da hab ich's dir ja schön leicht gemacht, ne? Ja? Ja, meine Leute drücken mir die Daumen. Das freut mich grad sehr, was sie alles schreiben. Das gibt Kraft. Community Power. Ich muss ja die Huppe wenden. Ich bin allein schon... Besorge frech leiden. Musik. Was mach ich jetzt? Wo wollen wir hin? Und das ist grad Atem wegen der Krankenkasse. Das war auch so ne Thematik damals bei nem Twitch-Treffen, wo sie halt verschiedene Informationen gegeben haben und Hilfestellungen und alles. Dann haben sie halt auch drei größere Streamer halt befragt, wie das bei denen so alles ist. Und wie das mit dem Finanziellen halt immer alles so klappt. Die sagen, das ist halt alles immer gut, aber sobald's dann auf die Krankenkasse zugeht, da kommt halt dann immer ein großer Botzen, der halt erstmal das Geld wieder runtergeht. Ich glaub, die Krankenkasse ist ja wirklich das teuerste von allen. Tja. Neben der Miete natürlich. Aber die Miete hast du so oder so. Aber die Miete hast du so oder so. Aber im Bereich selbstständig halt... Ja. ...ist halt Krankenkasse einfach mit Abstand das teuerste. Nein, würde ich auch nicht sagen, kommt auf einmal was zu verdienste. Krankenkasse hat halt so ein höchst Limit. Ich hab ja sogar mit Frauen und Kind noch ein paar steuerliche Vorteile und so. Ja, das stimmt. und steuer ist ja gut das wird irgendwann auf jeden fall überwiegen in der regel eigensteuer kann bestimmt teurer sein als kranken kann aber dann muss man auch dementsprechend dem bereich hat verdienen erstmal die steuer dann doch mal irgendwann höher wird je länger ich drüber nachgedacht habe auch wenn der gedanke erstmal so absurd klingt je länger ich drüber nachdenke desto mehr finde ich gefallen in einem banjo tui als ob noch nie aber du kennst ja alles irgendwie oder nicht ich kenne die ersten zwei drei level so ja also die ersten beiden level kann als es dem letzten als es dem letzten gespielt hast du wasser weiter oder ich meine in diesem hex park aber ja dann dann habe ich gott sei dank bandscheibenvorfall bekommen das war ja dezent zu früh schon ja aber natürlich ist mir auch teil eins lieber aber trotzdem nie durchspielen und gar kein interesse ja das problem ist dass wir zu groß ja ja ich bin der Meinung dass das banjo kazooie einfach von der größe her der grill kompakter es ist so perfekt gemacht es ist wirklich also so ist für mich das perfekte sammelspiel aus das war eine lange sommer ferien 2001 für mich ich hatte es auch als kind halt nie ne das ist immer das selbe problem bei mir hab da nicht so die bindung zu tui zu kazooie habe ich die bindung und als erwachsenen konnte es mich nicht so überzeugen wie es mich hätte überzeugen müssen dann will ich das durchziehe warte er ist wieder in die falsche richtung gesteckt fleder schenkt sie muss über trainer ein sub damit high five zero und vielen lieben dank fleder für den geschenk gibt es da fällt ein race natürlich auf jeden fall raus aber aber willst du nicht mal irgendwann keine ahnung die challenge machen das durchzuhauen ich habe es ja schon mehrfach versucht es ist immer so schlimm ich finde es immer so schrecklich ich finde es sogar schwer in der play dazu zu gucken oder was ich ja auch super gerne gucke ist es ist ja wenn die leute irgendwie spieler am stück spielen bin ich ein riesen fan von aber wenn jemand banjo tui am stück durchspielt dann verliert er mich ab 2 level schon weil ich einfach keinen bock mehr habe das ist einfach nicht mein spiel so gerne ich es auch mögen würde weil wegen banjo und so aber es geht nicht kommen da nicht rein mir ist so kein mimimi ich versuche es doch schon so positiv das negativ rüber zu bringen wie es nur irgendwie geht so und jetzt jetzt was passiert mit dem ich habe mir ja dasselbe dass ich banjo tui halt einfach nicht hinkriege ich würde es heute gerne spielen weil es ist halt so gut banjo kassoui eigentlich ja doch eigentlich auch so gut sein denkt aber es ist einfach nicht das gefühl von von kassoui kommt halt überhaupt nicht rüber im tui für mich das war eine riesen ich habe ewig gewartet oder hundert mal verschoben damals keine ahnung ich glaube zu der zeit hatte ich schon gar keine n64 mehr da hatte ich eine dreamcast das kann sehr gut sein freder verschickt an lichtblicke sub high five lichtblicke willkommen peep und vielen dank freder für den gift so ihr seid alle fleißig bei freezipeak ja du bist durch ne 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 ich mache heute so fuck fehler ich will so schnell sein mir fehlen mumbo schädel und ich glaube ich habe hier schon alle so ziemlich wo kriege ich jetzt mumbo schädel her zum geier geil ich bin gestorben in freezipeak schlakel ist gestorben ja aber auch nur weil ich nicht in den schneemann reingeglitscht habe bitte ja ich bin nicht auf diät würde ich jetzt sagen komm ich hole mir einen döner zweierplatz jetzt safe das ist nicht ich hoffe dass das alles mit dem geschenk jetzt da drin noch drin ist dass es offen ist nicht dass ich da wieder durchfliegen muss mehrfach das müsste offen sein du spielst ne andere version bedankt aber das geschenk ist schon mal weg das ist so dumm das kommt davon wenn man wenn man racen will und keine ahnung sammelt keine scheiß mumbo schädel ein ich raste aus was soll ich machen ich kann hier nicht weiter ich habe hier schon alles gekrappt wenn ich hier raus gehe sind die noten wieder resettet ich merke auch was ganz schlimmes ich war gar nicht zuerst im ding in der wüste kann mir doch gleich komisch vor was ich hier mache ja dann mache ich das ich wollte ja auch gar nicht reinzahlen das ist halt ja unglücklich geflogen würde ich mal sagen dann switch ich jetzt zur wüste dann finde ich da dabei nicht genug schädel und dann fuck off hast du denn schon alle alle noten ja wie denn ohne verwandlung oh ihr macht mich so glücklich na warte ab ich hätte nicht gedacht ich hätte nicht gedacht dass alle leute mich heute so glücklich machen ich wusste nicht dass heute geburtstag und weihnachten auf dem gleichen tag weg das wusste ich nicht hätte ich das gewusst ne wie er sich ergötzt an andere leute leid ja das ist der der Bolo gewinnt wahrscheinlich Bolo unsympathischer Kerl den mag keiner aber der hat Spaß auf einem anderen Zeichen auf einem anderen Zeichen da musst du das positive sehen oh wat ab naja so langsam tue ich mich eigentlich einigermaßen sicher komm langsam in den Modus wo ich mir denke das könnte ein Sieg werden oh wie viel hast du denn im freeze easy noch nicht genug das müsste man mal genau bemessen wo man was sammeln muss wie viele Mumbo Schädel und so ja richtig schön racen warum ich sowas gemacht hab zeilen wir uns das war ja nicht beabsichtigt er ist halt einfach ungünstig geflogen du bist überhaupt gestorben ich bin hab nen Sturzflug gegen den Knopf gemacht hab den Knopf halt leicht verfehlt bin gegen den Schneemann geknarrt und der ist dann in den Schneemann reingeklippt das stimmt aber am Ende genau so ist es in dieser Welt macht das Spiel noch Spaß aber das endet auch bald beim reinklippen bin ich halt dann so tief gefallen danach dass ich halt Fallschaden bekomme zu vielen ach das ist ja das ist sehr bitter Bolo ich trage das ich möchte dein dein entsprechendes Mitleid wirklich zu tiefsten Spuren tu mir wirklich auch ein bisschen leicht für dich ich bin froh dass mir das nicht passiert ist hm wie ein Hosenscheiß das Guglaut wenn er gewinnt und mega schlecht wenn er verliert ich nenn es ich nenn es ehrgeiz aha genau was mir dann spricht ja aber das Problem ist ja auch ich hab nie gelernt zu verlieren und so weil ich hatte ja keine Freunde so und es gab immer nur entweder gegen mich oder gegen meinen kleinen Bruder und meinen kleinen Bruder konnte ich halt besiegen so hab ich gewonnen ich kenn nur gewinnen und sonst nichts hab's doch nie gelernt wie ein Ehrenmann verliert das tut mir leid Hallöchen Sound schön dass du da bist und Gudo geht schon wieder gute Nacht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten dann hau uns rein bis nächste Woche bei Banjo Kazooie das wöchentliche Banjo Kazooie Race das wöchentliche Banjo Kazooie Race ja wie gesagt so bei mir war eigentlich kaum jemand vorbeigekommen um mit Videospiele zu spielen oder so das gab's halt leider nicht es ist geschlossen geil ach komm ich darf nochmal durch den Ring fliegen dafür spielst du heute mit irgendwelchen Dudes ist doch schön ja ne ich hol das jetzt nach mit über 30 das ist das Verlieren lernen schauen wir mal ob ich das Verlieren heute lerne ja wirst du definitiv ne wirst du nicht andersrum ne wirst du nicht andersrum ne wirst du nicht andersrum das wirst du heute auch nicht lernen na das wird ein Spaß naja ich muss dann gleich nur noch bei Freeze Easy halt die Noten wieder einsammeln was soll's aber ansonsten gucken wir mal wer zuerst bei Mad Monster ist ne dann haben wir wieder einen fairen Vergleich ja ja das wird der ganze Welt bei der Wüste nochmal ne Markus macht ja schon die Wüste naja bist du die Wüste schon fertig? ne eben nicht ich muss ja eh Momoschädel sammeln also geh ich hier hin ich den Move hab ich also was soll's ich dachte schon wieder ey ein Schock meines Lebens äh gut Free Easy Peak mir fehlt noch halt alles was mit dem mit dem mit dem Robert zusammenhängt hast du die 100 Noten zusammengekriegt? ich werd schon nochmal sammeln müssen hat ja nicht jeder so ne schöne Xbox Version also ich hab's schon aber ich hab die 100 Noten bisher jedes Mal geholt und äh bin dabei nicht gestorben also bisher hatte ich noch keinen keinerlei Vorteile und so wird's auch bis zum Wetterende bleiben weil ich hab nicht vor zu sterben wenn Markus gewinnt haben die beiden eh keine Noten mehr gegen ihn anzutreten ja das muss nicht sein nein überhaupt nicht so ist das nicht so ist das nicht was gegen mich? wo man natürlich keinen Bock mehr hätte wenn jemand in einer Tour Haus hoch gewinnt ja da würde man halt sagen ne dann da würden wir schon die Spiele entsprechend wechseln dann spielen wir irgendwann Mario 64 statt Sonic und dann ich frag mich gerade wo wo mir die ganzen Puzzleteile fehlen hier ach ja ach ja doch ich weiß es oh mein Gott ey ich glaube so weit liegst du gar nicht hinten Markus selbst wenn du das alles nochmal neu holen musst ich bedenke wie lange ich hier im Freezy Peak noch gammel das ist ja statt dass ich im Freezy Peak irgendwie noch ewig suche nach Mombo schädeln oder in der Oberwelt oder sonst wo ist halt hier das Sinnvollste ich hab jetzt alle Moves Ende ich will nicht mehr ich will nicht mehr ja hast du einen Jump 1, Race? das war auch cool ne, kannst du knicken hast du auch was mit Jump 2 weder noch Mario works schön magisch wieder aber ich hab das Gefühl wir werden heute allgemein schneller durchkommen als letztes Mal denke ich auch also Leute dranbleiben ihr kriegt das mit das spannende Finale hm mhm wenn ihr den längsten Stream sehen wollt wenn ihr möglichst lang unterhalten wollt konntet ganz besonders meinen Kanal ich werde am längsten neu brauchen am Ende wird Grunty ja noch mal entscheiden wer hier geflüchtet wird ich hab bei Grunty keine Probleme das war nur das war irregulär die Flugstelle macht mir immer so ein bisschen Angst ne ok fand ich Olsars im Gespräch stimmt aber wir haben uns jetzt entschieden das nächste Race wird äh wird Donkey Kong Country Returns sein haben wir uns auch fest eingeschrieben und wieder bis bis die Edge von Neon Olsars können wir auch noch machen kein Ding wobei mir Teil 1 halt ein bisschen Bauchschmerzen bereiten kann das ist nicht mehr bei dir so die anderen Teile sind bestimmt voll spaßig die anderen Teile gehen die KC hat zum siebten Mal dieses Jahr im Race yay so kann es kommen ich weiß nicht wann ich zum letzten Mal Returns gespielt habe 2013 Let's Play Again kann es gewesen sein aber aber ich weiß ja nicht was wenn ihr das geraced habt habt ihr ja schon gemacht wie sieht denn das aus mit den Fails man kommt ja nicht drum rum sag ich mal oder? also ich fail nicht viel in dem Spiel es sind nur kleine Fails die da passieren aber jetzt nicht dass du dann kann immer in einem Level mein Leben ne? oder zwei aber Car Temple schaff ich eigentlich alle First Try in der Regel Flederbär äh vielen lieben Dank äh Daniel Endgamer wir kommen im Team Car Temple schaffst du First Try ich sag nur das letzte Level das allerletzte ist offiziell auch ein Car Temple für mich und Boy mit einem Traum wir kommen im Team auch da fiel ihm dann Fleder für den Gipser und wieder das Quiz das hat letztes Mal nicht wirklich Opfer gefordert da ist Potential da seh ich äh können wir ne ganz kurze Pause machen ich müsste einmal Gibt das Signal jetzt gut Pause da hab ich auf Pause gedrückt dann nutze ich die Gelegenheit und mach mal kurz bei mir die Giveaway Verlosung schon mal auf das macht man bis gleich Bis gleich Viel Erfolg Ah wie nennen wir denn eine wunderschöne Command Leute erzählt seid ihr entertained soweit ich hoffe doch wir geben uns beste Mühe das Race spannend zu halten ähm du hast schon gewonnen sei ruhig ja eben ich hab ja gesagt den Titel verteidigen ha innerlich hab ich gelacht darüber das war letztes Mal schon wirklich ein Glück wo ich gewonnen hab das geb ich zu mhm wir haben gravierende Fehler gemacht das ist einfach ihr habt eben ihr habt gravierende Fehler gemacht du hast halt noch diese One Ups halt alle geholt weil du halt so sicher warst so weit vorne lagst tja hättest du das nicht gemacht hättest du garantiert gewonnen gehabt ich weiß nicht ich hab ja dann eh nochmal abgekackt ich war so sauer über mich selbst nett auf euch oder so äh nicht falsch verstehen ich hab mich so geärgert wenn du naja deswegen Hallo Kev Kev Einfach Banjo nennen Machen wir BK Na komm doch machen wir Banjo ist eigentlich ganz ok dann mach ich das giveaway bei mir auf das zählt für alle Leute ihr könnt an dem giveaway teilnehmen und Subs haben erhöhte Chancen was gibt es zu gewinnen da das Subgoal voll ist verlose ich da immer ein Steam Spiel gibt einen Pool von neun Spielen wo ihr euch eins von aussuchen dürft der Gewinner gucken entweder nachher der nächsten Pause oder wenn das Race zu Ende ist zieh ich den Gewinner dafür naja nutzt die Gelegenheit und meldet euch schon mal an mit hallo timers time hab grad mal die Heizung runter gedreht die war mir zu hoch ja ja klar kann ich mal es geht also so warum finde ich es ehrlich gesagt gar nicht ja ich hab auf äh fast 5 gemacht die Heizung und das ne fühlen wir arschkalt Anonymous hey dankeschön für 15 Euro freut mich sehr ja Wollo ist nicht da dann muss er woanders jetzt aktuell hingehen und sein Support lassen hey ich freu mich über alles danke dir ja klar jeder Support ist wichtig Wollo hat uns heute getoppt aber ja klar das ist ich gönn's dem Mann ja auch dass er das halt entsprechend da Leute hat die ihn so statt supporten klar er macht das mit dem stream schon sehr lange bei dir ist es halt bisher immer über youtube gewesen Anonymous auch bei mir vielen lieben dank für die 15 Euro gerade vielen vielen lieben dank gerne doch wenn wir euch so unterhalten können mit unserer hat ist doch super naja ich meine das ganze hier was wir machen auf der einen seite ist es halt natürlich spaß für uns alle aber es ist halt auch die arbeit gleichzeitig und Arbeit muss halt irgendwie bezahlt werden deswegen ist halt auch schon wichtig dass irgendwie so ein bisschen was reinkommt tja tja muss man ja leider dazu sagen youtube allein kann ich nicht mehr von leben aber wenn ich nachdem ich twitch dazu geholt habe kann ich beide Hobbys quasi haben da haben die Leute auch was davon sogar mehr ich werde dir jetzt eine unangenehme Frage eventuell stellen hau raus nachdem du jetzt nachdem du jetzt mehr mit twitch machst mit dem streamen was findest du besser das streamen oder das let's playen das streamen ist sehr frisch ne das ist nicht so ähm 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 das ist ein alter Hase für dich das ist einfach was neues gerade ja die Leute du siehst auch immer neue Leute manche Leute sind sehr oft dabei das ist sehr schön dann natürlich pusht ich das wenn Support kommt das das gab es vorher nicht deswegen finde ich das sehr erfrischend und da freue ich mich teilweise wirklich auch heute auf den stream auf die Revanche habe ich mich wirklich tagelang gefreut hm und ähm aber das klingt so nach aber let's play das würde ich nicht aufgeben wollen ne so bin ich ganz ehrlich na DrugsArts willkommen im Team vielen lieben Dank für den Zap haben die Leute ja Angst so äh kannst du das goal äh das zeichen geben go 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 oh stopp 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 bitte mal hm stopp bei mir ist das Bild komplett eingefroren ich kann nichts mehr machen Pause wenn ich auf Pause drücke einmal neu laden sag Bescheid ich keinen Aufschluck drehen pick up hallo Markus wieso kein Spyro das läuft als Let's Play bei mir ok wir können weitermachen 3 2 1 go wow 100 Euro Link der Angel hundertfachen Dank Heftig Konkurrenz jetzt für Anonymos Markus du wirst wieder gewinnen ah Markus du wirst wieder gewinnen wie glaub ich denn da wer jetzt dagegen halten kann Mario Party 5 habe ich einmal gewonnen gegen die verehrten Kollegen wirklich heftigen Dank schreiende Yoshis und Hypymods in den Chat für Link der Angel und das ist was ich meinte mit dem Pushen das ist heftig gut danke eben das da hast du ja direkt dieses Gefühl von wegen wow geiler Support auf YouTube passt es halt immer nur so ja so Häppchenweise da siehst du ja eigentlich nicht dass irgendwie groß noch was besonders reinkommt YouTube fühlt sich fühlt sich undankbar an im Gegensatz zu Twitch finde ich immer ja es gab schon auf auf YouTube ist es halt also mal so zu vergleichen auf YouTube ist es meist so dass du noch Ärger dafür kriegst für den kostenlosen Kram den du zur Verfügung stellst ne dass die Leute noch drüber aufregen während auf Twitch halt eigentlich immer nur nur Dankbarkeit rüberkommt also ich habe auf Twitch noch nie erlebt dass die Leute halt so krass gesagt haben alle scheiße hier und bla und blub und auf YouTube passiert das halt auf heutiger finde ich besser ja was mich manchmal stört ich habe und lade ein Video hoch und bin wie immer also das ist auch ein Grund warum ich YouTube gerne mache gespannt auf Kommentare. Wie finden die das oder das oder die Szene? Und dann gucke ich nach einer halben Stunde die Kommentare und dann steht da halt erster, zweiter, warum diese blöden Kommentare und nichts Vernünftiges. Also kommt natürlich mit der Zeit auch, aber manchmal gucke ich so 20 Kommentare, okay, lass mal hören und eigentlich kein Inhalt. Das ist sehr enttäuschend. Das kam schon mal vor. Das ist halt nicht so. Tenry schenkte Lichtblicke eins ab. Super Geste. Danke, Tenry. Lichtblicke, du bist jetzt ein Pikmin. Willkommen in der Bombenbande und viel Spaß. Ja. Ja, und früher war es auf YouTube Locker. Da konnte ich auch 2010, ich konnte jeden Mist hochladen und die Leute haben sich angeguckt und das ist ein bisschen bei Streams heute so. Ja, das stimmt. Also ich brauche auf YouTube gar nicht mehr mit Retro-Titeln anfangen, weil das, oder Let's Play Gans von F-Zero und so, das ist das, äh... Das ist doch gerade das, was man gucken möchte. Das ist, äh, da kann man die Energie irgendwo anders reinstecken, ganz einfach. Sag ich halt aus meiner, von meiner Seite so. Äh, ah ja. Jetzt, Ende des Jahres, habe ich ja viel schönen neuen Stuff. Dann gucken die Leute das auch. Und die Spiele finde ich gut. Spyro, Pokémon, Yo-Kai-Watch, Smash und im Januar dann, äh, Mario Deluxe, Resident Evil 2. Also da, mit neuen Spielen. Aber Spyro läuft auch gut bei dir, ne? Also das, was ich gesehen hatte. Ja. Da konnte man, äh, kann man eigentlich nicht meckern. Nö, nö, ich will mich nicht... Also es ist, äh, jetzt wirklich in der Tat wieder ein bisschen erholt von den Klicks. Neue Titel. Äh, Wuffel, also ich könnte dir halt sagen, welcher Laden das ist, aber ich bezweifle, dass du da hinfahren willst, wenn Smash rauskommt. Das ist so, so die Sache, weil, ähm, der Laden ist hier in Osnabrach. Der versendet auch nicht, also. Ah, Markus, wegen deinem, äh, Spiele-zu-zu-spät-Problem. Hast du mal über, über Spiele-Grotte nachgedacht, da zu bestellen? Wo, wo, wo? Deine Spiele-Spiele-Grotte.de? Achso, nee, ist doch... Also, ja, hab schon gehört, aber nicht. Ist auf jeden Fall ein Laden, wo, wo du eigentlich immer, also wirklich ausnahmslos, immer das Spiel mindestens einen Tag vor hast. Immer. Und da hat Nintendo nichts dagegen? Ich hoffe, das auch mal zu ihr. Ist Nintendo dagegen jetzt... Wen interessiert das? Ich will nochmal erinnern, das interessiert doch keine Sau. Ich erinnere, ich danke dir vielmals für die gegifteten Sub an die Lichtblicke. Vielen, vielen, vielen Dank. Déjà-vu. Oh nice, das Memory-perfekt, Alter. Dann, äh, wofür kann ich das sagen? Google mal nach Sven Hefel-Bramsch. Sven Hefel mit Ä. Da sitzt der Laden deines Vertrauens da. Also, Spiele-Grotte eher, dann hab ich einen Tag vorher, sagst du. Ja, Spiele-Grotte hast du eigentlich immer einen Tag vorher. Könnte ich ja mal probieren bei Smash. Wäre eine klasse Ausnahme, wenn du es nicht hättest. Tatsächlich, also. Wenn du da echt momentan so Schwierigkeiten hast, dann ist das auf jeden Fall... Das ist schlimm. Ich weiß nicht, warum hier Medienmarkten zu tun jetzt so... Gut, ich hab ja, weiß nicht, hab ich glaube ich erzählt sogar, hab ich mit denen drüber geredet und die haben gesagt, ja, Nintendo guckt bei uns morgens vorbei, ob das schon da ist oder was. Ja, das haben sie da bei mir auch schon gesagt. Dann kann ich was stilles nicht machen. Terra, willkommen im Team, vielen, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank. Pokémon hatten die heute Pappaufsteller, hatten, keine Ahnung, so Werbeprospekte, aber... Das Spiel... Ich probier's morgen Abend doch mal, dass ich morgen Abend schön aufnehmen kann. Na, ich drücke die E. Die haben's halt schon da, aber es ist halt im Lagern. Ja, klar. Logo. Du musst den Verkäufern Zähne eine Hand drücken, ne? Das hab ich... Donkey Kong Country Returns, ne? 2010. 3. Dezember kam's raus. 2. Dezember bin ich hin und hab gesagt, ne, quasi inhaltlich gesagt, gib mir. Ja. Ja. Und, ähm... Der hat da gesagt, nee, und ich hab gesagt, ich geb dir 50 Euro extra. 50! Und das war vor... Das war bevor, äh, YouTube überhaupt um Geld ging. Ja, ich hab nix verdient damit. Das ging um Abos, Klicks und, keine Ahnung, Community. Kann das nachvollziehen. September 2011 kam erst TJN und die Partnerschaft. So, äh, und der hat da gemacht. Sagt er, ich soll am nächsten Tag loskommen zum Abrechnen. War mir so scheißegal, ich hab das Spiel gehabt. Hab ich später nochmal probiert. Aber nein. Nein. Mein Job ist mir wichtiger. Bei GameStop war das. Also, ich weiß, was ich vor allem ist. Oder weil, wenn sich Leute an die Regeln halten. Ja, sogar das, das Problem ist halt, ähm, wenn du jetzt Let's Plays und so als, 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 als Job machst, du hast halt keine wirkliche Wahl. Weil, du brauchst das Spiel unbedingt früher. Weil, es gibt immer Leute, die es früher haben. Und wenn du es nicht früher hast, ist das, ist das, ist das, ist das, ist ein echtes Problem. Ja. Kann man so als, äh, normalverbrauchern wahrscheinlich nicht, nicht so ganz nah vollziehen, wo die Dringlichkeit da ist. Aber das, das ist nochmal so. Äh, Volllet's Play hab ich ja immer noch, hab ich eine Woche später geholt oder so. Kein Problem. Bis ich Zeit hab am Wochenende, kann ich warten oder irgendwie so. Äh, wo muss ich noch hin? Ja. Und das hat auch gerockt, ne? Also, zwar hab ich total grottisch gespielt. Ich wusste nicht mal, dass ich nicht pusten kann oder, äh, wie das alles war. Stimmt, ich glaub, ich hab damals auch in dieses Let's Play reingebaut und musste aufhören, weil ich so sauer wurde. Weil ich einfach nie gepustet wurde. Ihr habt euch einfach direkt, ihr habt am 2. Dezember bekommen, aufgenommen, hochgeladen, zack. Und das, äh, die Parts hatten direkt drei, äh, 5.000 Aufrufe, was für 2010 einfach so viel war wie heute 500.000. Ja. Also, das war mal. Heute hab ich immer noch 5.000. Nee, Nintendo gibt, äh, die Pro ist nicht mehr raus. Das ist vorbei. Die kriegen wir nicht mehr. Eddie, danke schön für den Resub. Vier Monate, vielen lieben Dank. Ja, Nintendo ist seit 2018. Die brauchen die YouTuber nicht mehr. Die brauchten die nur in schwierigen Wii U-Zeiten. Dann lass dich auch raus, hängst du mir nicht mehr. Da hab ich mir auch die Frechheit mal rausgenommen, das ein oder andere Gewinnspiel, äh, da kamen die ja, da hatte ich ja mal zeitgleich drei, vier Gewinnspiele am Laufen. Mit verschiedenen Leuten. Und irgendwann hab ich dann, weiß nicht, ist vielleicht auch ein Arsch-Move von mir, aber irgendwie hab ich dann auch gesagt, so, immer vertröstet ihr mich und ich mach immer alles mit, ja. Obwohl, die können ja nix dafür, okay. Ah, die können nix dafür. Ah, ich glaub, die haben ja schon ein bisschen Entscheidungsgewalt, wem die was geben und wem nicht. Also, ja gut, wenn die jetzt von oben gesagt haben, YouTuber kriegen nichts mehr gut, dann natürlich nicht. Aber im Vorfeld konnten die halt schon sagen, ne? Der, ja. Der jetzt, nein. Auf den hab ich jetzt nicht so viel Bock. Zum Release, zum Release immer. Und manchmal erstens hieß es zum Release 0 Uhr, dann hat's auch nicht geklappt. Das haben wir, glaub ich, mit Mu schon besprochen, bei Mario Party. So, und, ja. Mach ich jetzt. Wohin? Ja. Das wird halt auch alles nicht mehr besser. Was soll's? Was soll's? Hilft ja nix. Ja, eben. Muss man dann halt so machen. Man hat ja schon den Luxus wenigstens, dass man nicht noch zur Arbeit muss. Und dann noch nebenbei irgendwie versuchen muss, das rechtzeitig an den Start zu kriegen. Das war halt nur super angenehm. Von mir aus können die, können die uns auch die Regel aufhalzen, nix vor Release hochladen. Alles klar. So, aber, aber du hast einfach zwei Tage vorher und kannst schon Videos produzieren. Ihr streamt jetzt. Ihr seid die Streamer. Das ist für euch kein Ding. Aber, wenn ich immer nur abends, ab 20.30 Uhr... Ne, ich kenn das auch noch. Ich kenn das. Sehr, sehr gut. War da nicht so, ich war schon immer so sauer und dachte mir, weißt du, so ein Nintendo-LPM brauchen wir auch nicht nochmal in Loche gehen. Weißt du, die haben sowieso den ganzen Tag Zeit, das aufzunehmen. Kriegen dann auch drei Wochen eher. Tja. Weißt du, und du musst dir auf dem letzten Drücker das Spiel noch besorgen, vor der Nachtschicht aufnehmen, hochladen und dann ohne Schlaf zur Nachtschicht dafür. Tja. Ach, die hatte ich schon immer gegönnt. die hat schon immer gegönnt. Vorteil ist es, ist es auf jeden Fall. also, also, so oder so, da kann man eigentlich nicht meckern. Das ist sowieso, generell, dürfen wir nicht meckern, weil, das ist so ein Luxus, das hier machen zu können. Nur mal ehrlich ist, ne, das ist schon gigantisch, eigentlich. Luxus? Hätte man, hätte man dem kleinen Chris gesagt, und du wirst, du wirst irgendwann mit Banjo-Pazooie spielen, dein Geld verdienen, ne? Dann, ey, er wäre ausgerastet. Vor Freude. Wird es jetzt gar nicht erwarten können, weil dann geht es denn los. Hier muss erst, erst musst du noch 15 Jahre arbeiten gehen, danach. Ah, diese Freiheit, das ist natürlich auch ziemlich schön, dass wir uns aussuchen können. Wir sind nicht gezwungen, jetzt, keine Ahnung, den neuesten Shit, also, bringt zwar das meiste, aber, pff. Der Spaß muss dann auch dabei sein. Gehen. Äh, das habe ich, das habe ich, das habe ich nicht. Oh komm, labet mir nicht die Hütte voll. Deswegen immer ein interessanter Spagat zwischen, was, äh, was wollen die Leute sehen und was macht dir wirklich Spaß? Lass mich ab und zu auf neue Sachen ein. Ich bedanke dir, dass du das mal sagst, ne, aber es geht ja immer dieses Spiel, was du willst. Spiel, was du willst. Mach nur das, was du willst. Das ist aber, das ist aber kompletter Blödsinn. Es heißt dann immer, ja, du bist ja der Streamer oder es ist ja dein Stream. Ja, nee, es macht ja keinen Sinn, wenn ich Dinge bringe, die keine Sau sehen will, sondern nur, wenn ich gut finde. Es muss ja auch irgendwie immer eine Möglichkeit geben, da einen Kompromiss zu finden, eigentlich. Hm. Es gibt ja nicht mal eine Sache, die ich machen will. Wenn man das verbinden kann, wenn ein neues Spiel rauskommt, dass du, dass du feierst, ja. Was ist dein Most Wanted Titel? Oder eure Most Wanted Titel zur Zeit? Was, was? Aktuell, Smash of Pokémon habe ich mich auch sehr gefreut und da habe ich eigentlich die ganze Zeit den Gegenwind vom Chat. So nach dem Motto, ich will das eigentlich gar nicht sein. Also dieses Beispiel hast du gerade genannt, zum Beispiel bei mir kommt morgen die Siedler History Kollektion raus. Nein. Die alten Siedlerteile. Ich freue mich auf die Sache. Wie kommt denn dazu? Ich spiele halt gerne die Siedlerteile. So, aber ich denke nicht mal daran, die irgendwie zu streamen, weil es halt einfach niemanden interessieren wird. Da kann ich mir halt dann lieber im Privaten halt das ganze Spiel halt gönnen und das Spiel dann auch so genießen. Kingdom Hearts. Ich glaube, niemand will bei mir Kingdom Hearts sehen, weil ich werde das, ich werde Kingdom Hearts 1 ein bisschen zerreißen. Ich wollte das mal blind, einfach im Stream ausprobieren Kingdom Hearts. Das werde ich wahrscheinlich auch noch tun. Mal gucken. Da kannst du gerne gucken. Ich bin nicht so der, oh mein Gott, ich bin für die Mache ich bin unbedingt der, der optimale Ansprechpartner. So, zurück in Freeze, Easy Peek. Ja, die Frage da gerade bei mir, wer führt? Entweder ist es Wollo oder Markus. Einer der beiden führt aktuell. Wir werden mal sehen. Wollo, was fehlt bei dir noch? Nur eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Kann ich dir so jetzt gar nicht sagen, was du hast. Weiß das aber nicht. Ich mach einfach nur. Mach mal. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal das Memory wieder perfekt hingekriegt. Da habe ich in keinem Let's Play bisher so lupenrein wie gerade. Ich habe ja den Code nicht gemerkt seit dem letzten Mal. Ich werde wieder ein bisschen rumsuchen müssen. Egal. Hallöchen, Freundin, Ferienstaub. Sie sind, äh, herzlich willkommen. So redest man sich immer in diese Situation mit der Radiosache dran denken, die du geteilt hattest. Ja, das habe ich auch gesehen. Wunderbar. Ey, aber ich finde immer noch der Meinung, so Let's Play ist und so, die ist ja schon in irgendeiner Form auch ein bisschen unangenehm, wenn dich so einer dabei erwischt. Aber so ein Internetradio wäre so der Supergau der Unangenehmlichkeit, die mich dabei erwischen würde. Das weiß ich gar nicht. Das mag ich nicht. Wer Spaß dran hat, soll ich gerne machen, aber ich würde es auch hören. Selber. Ich spiele mir gerade was zusammen. Ich habe das halt auch kaum verfolgt gehabt, so Internetradiosender. Hennen, hennen. Ein Kumpel von mir hatte damals einen halt mitgemanagt. Und von einem Warcraft-Server, die hatten einen gehabt. Lustigerweise. Da gab es ein Nintendo-Radio, unter anderem. Und da gab es eine japanische Musik, wer hat es gedacht? Ja. Das fand ich gut. Dann kommt die nächste Soling-Challenge gucken wollen. Kannst du noch nicht sagen? Nach dem Drackel der letzten Streamt hat und so sagte ja, Randomizer ja, gerne. Aber bei Soling das Gesicht verzogen hat und sagte, so müssen wir mal schauen. Glaub ich tatsächlich, dass keine Soling mehr hat. Doch, doch. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gestehen. Ich habe genau es gesehen. Das hat einen anderen Grund, dass ich mein Gesicht verzogen habe. Ich habe richtig Bock auf Soling 1. Gen. Eine Sekunde sah so aus, als wüsste ich, was ich hier tue. Was ist hier? Oh. Ich bin so still. Was gibt es noch für Themen? Das ist ein langer Arsch. Ich bin gerade halt hier Memory dran. Wollte ich mich drücken. Ich mache gerade sehr viele Fehler bei Memory. Machst du auch das Memory? Ja, ich auch. Deswegen vielleicht gerade diese Stille auch. Ja. Ja, ich bin mir auch gerade ein bisschen im Memory-Fokus. So. Nee, so Soling, ich hätte halt schon wirklich sehr viel Lust auf eine neue Soling-Challenge. Erste Gen. im Prinzip so, wie wir die ersten beiden Läufe gemacht haben, Rollo. Ja, ja. Ich bin aber schon am besten. Ich verstanden. Ja. Wenn ich fragen darf, wolltest du anfangs auch Problem mit dem Resetten für Starter-Pokémon? Als ich das Geschlecht nicht geändert bekommen. Als habe ich Resetten beim Starter-Pokémon. Ich habe mein Pokémon bekommen und war zufrieden. Kein Versuch. Das ist auch so neumodig bei Pokémon Let's Place geworden, dass sie sagen, dein Wesen ist scheiße, das geht doch so nicht. Du brauchst ein anderes Wesen sofort. Du wirst so lang geraged, bis ich das mache. Wo ich mir auch immer denke, Leute, ich spiele das hier casual durch mit den Top 4. Die Leute tun immer so, als müsste man dafür schon anfangen, irgendwie zu züchten auf perfekte EVs, DVs. Ich spiele das Spiel doch nur durch. das wird kein Problem, das wird schon gehen. Ja, da muss man nicht für studieren, um mit Spiegel zu zocken. Naabend, Alucard Darking. Pose dir mal einer den Multilink. Er hat danach gefragt. Oh. Musst du alles neu machen in der Welt. Die Noten und die Jinjos. Die Puzzleteile habe ich noch. Also das ist eigentlich das halt aufwandelst. Einfach glückhaben, Muda Mute bekommen. Bei den Einstellungen, so wie ich das erkenne, spielen würde, da wäre das nicht der Fall, dass du da direkt am Anfang Muda Mute kriegen kannst. Hi Kevin, willkommen. In der Regel nicht, also so für die, die die Dings eigentlich immer relativ schnell raus, aber wenn es nicht draußen liegt, muss ich tatsächlich fragen, ja. Is aber ein ganz netter durchsichtleiten Spruch reingedrückt, aber insgesamt die ganz netter Verkäufer. So, was muss ich denn noch machen? Ich habe eigentlich nicht den, ah ja doch. Axel von der Info, ich spiele Poké und auch einfach so und achte auf nichts. Kann man ja, ne? Wie haben wir früher gespielt? Den Starter auf Level Hund, also hochgelevelt und das hat gereicht. VMS laufen dabei. wie richtig. Mehr wurde nicht getan. Das ging. Das war auch totale Käse eigentlich, aber alles gewonnen hittet. Aber wenn das Spiel das so erlaubt. Ich glaube, moderne Spiele stoppen dich dann irgendwann. Irgendwann gibt es ja mal Arena Leiter, bei denen kommst du dann nicht weit. bei Rot und Blau ging es auf jeden Fall. Ja. Undere Pumpe gewinnt. Mehr habe ich nicht gebraucht. Tourt auf Level 80 plus und fertig. Durchmarschieren. Das ist nur ein Plupstrahl. Ich habe nur eine Stunde nach dem Okay einen Wieser Samen gesucht, aber das sieht doch nicht so aus, oder? Nein. Würde man dir nicht ansehen, dass das gemacht hat. Das geht mir genauso im Prinzip mit den ganzen Spezialangriffswerten. Als Kind habe ich die nie wirklich beachtet, muss ich gestehen. die ganzen Werte. Rot, Blau, wir wussten kaum, was wir... Ich wusste nicht, dass... Du hast einfach gespielt. Eben. Auch die Elemente habe ich mir nicht alle gemerkt. Wasser, Feuer ist klar, aber... Keine Ahnung. Aber auch das, das konnte ich irgendwann. Irgendwann, aber... Da muss man ja auch nicht bedenken, dass irgendwelche, weiß ich, zwei verschiedene Elemente haben und welches ist jetzt das, worauf ich achten muss. Keine Ahnung. Also ich hatte halt mal Probleme, die habe ich auch jetzt noch bei Sachen mit Normalgeist und Psycho, wo da jetzt was genau effektiv ist. Wo ich mir keine Eselsbrücke merken kann mit irgendwelchen Unlicht und Geist und da tue ich mich manchmal schwer. Ja gut, Unlicht gab es damals in der ersten Gen ja noch gar nicht. Ne, ne. Oder Fee. Als ob ich mir merken könnte, auf was Fee jetzt genau alles effektiv ist. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Kein bisschen. Ich wollte gerade sagen, mir wurde das letztens gesagt, weil ich auch gefragt habe, als ob ich das wüsste, so, oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Also ich glaube, Fee ist zum Beispiel schwach gegen Gift. Gift und Stahl, ne? Das kann gut sein, ja. Gegen Kampf, Käfer und Unlicht. Das könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht sagen. Ja, Fee soll wieder Unlicht abschwächen, das ist der Punkt. Fällt denen halt auch früh ein, ne? So, sechste Generation. Oder ich weiß nicht, die haben ja was geändert. Blutsauger, was Zubat benutzt hat. Hat 20 Stärke gehabt und jetzt auf einmal 60. Einfach mal so geändert in der siebten Generation. Marakan, ich danke dir für deinen Host. Willkommen zu dem Banjo-Kazooie-Race gegen den jetzt bei Marcos und Voluju. Hallo. Du hast A Link to the Pass gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Hoffe, es ist gut gelaufen. Bei euch, die da jetzt gerade rüberkommen, Ausrufezeichen-Race, gehört euch den Streamer auf allen drei Kanälen. Dann könnt ihr sehen, wie weit ich aktuell schon hinten liege. Ja, wo steckst du überhaupt? In der Wüste. In der Wüste. Und ja, bin hier gerade ein bisschen am Rund fliegen. Ey, das mache ich auch gerade. Warum machst du dasselbe wie ich die ganze Zeit? Wir machen das Memory gleich. Gibt's so, ne? Ja, aber das heißt, da liegt ja gar nicht so viel zurück. Da tut nur so. Ja, was ich schon erledigt habe. Also ich habe jetzt übrigens und was mal, ich habe jetzt gerade 85 Minuten. Ich dachte schon, wollte ich seine Tagesordnung aufziehen. Na. Hat's irgendwie so angefangen. Flederbär schenkt an PlayMed ein Abo. Vielen Dank. Wow. Kommt mit dem Team PlayMed. Okay, ich gebe auf. Nee, du kannst nicht aufgeben. Okay, doch, meine Noten. Ich will. Meine Noten. Ja, hast recht gehabt, muss weiterspielen. Ja, hatte ich heute schon zweimal. da schenkt man Sucho ein Giftzapp. Auch da, vielen lieben Dank. Nagus ist schon zweimal. Ist auch schon gestorben. Muss auch alles doppelt und dreifach machen. Umso skandalöser, dass er immer noch vor mir ist. Na ja, nee, gestorben nicht. Das war zu früh aus der Welt rausgegangen, aus Dummheit. Und zu wenig Mumbo-Schädel. Ah ja, die Mumbo-Schädel. Vielleicht bleiben wir ja ein Problem. Da gibt's bestimmt keine Probleme, aber das war so ein Punkt. Oh mein Gott, das hätt ich ja beinahe. Oh mein Gott. Sieht doch bestimmt schon der ein oder andere wie gefreut, dass ich das immer noch nicht geholt habe. Moment, hast du schon Boggy, äh, Revanche Race? Nee. Muss ja gleich auch noch mal rein. Da bin ich jetzt dran. Und? Und verliere. Wahnsinn. Die Sau. Musst du danach noch irgendwas machen, oder? Oder bist du dann da durch? Ich muss mal gucken. Die Jinjos, die, die Noten. Aber es müsste, ich hoffe, das seh ich dann gleich. Aber dann kann ich Richtung Mad Monster gehen. Mann, der hat, das gibt's doch gar nicht, Leute. Ich mach doch gar nicht so viel falsch, oder? Der macht mir eine Speed, das war ein guter, der würde das doch in drei Stunden durchspielen. In Wahrheit, ist das doch irre. Ohne Fehler gerade. Wieder Psychologie hier. Du bist gut dabei. Alles gut. Ist halt Banjo, Warno. wenn du, so schlecht spiel ich das doch gerade gar nicht. Was? So schlecht spiel ich das doch gerade gar nicht. aber, wenn ich schon mag, muss ich die ganze Zeit höre, ich muss erst mal nochmal Mumbo-Schädel holen und dann nochmal alle Noten einsammeln. Das muss doch irgendwann, muss das doch mal so, so weit fruchten, dass ich, dass ich eine Führung habe, wenn ich hier keine großen Fehler mache. Bin zum dritten Mal bei Boggy dran. Im Ende der Revanche. Ich überlege gerade, ich glaube mir fehlt ein... Was ist denn? Was ist denn? Endlich ist positiv. Große Nachteile an der N64-Version einfach. Das ist schon gemein. Ja, weil ich hab die ganzen Ringe durchflogen. Und wo ich den letzten Ring durchflogen hab, bin ich von der Biene da gekillt worden, weil sie mich einfach festgenagert hat an der Ecke. Ja, schon wieder ein Kill durch Flugfehl. In der Flugpassage, lustigerweise, ja. So schlimm hab ich das ja noch nie gehabt. Bei mir wird jetzt vielleicht diskutiert über Pokémon-Typen, wie man sich gemerkt. Haben wir eine Liste auf, oder? Ganz einfach. Und danke dir, Germanium. Das stimmt tatsächlich, die hab ich echt nicht gemacht. Markus, willst du Spyro 2 und Trainern auch noch zu 100% machen? Ich denke schon, ich weiß es aber nicht. Blind und 100% ist eine gefährliche Kombination. Gefährliches Versprechen, oder? Aber ich schätze mal, da muss ich wohl durch, ne? Auch wenn's weh tut. Guck mal. Doch, doch. Ich glaub, das Spiel ist drauf ausgelegt. Okay, ich bin fertig. Ach, sag an. Vielleicht wäre ich auch schon so weit. Vielleicht. Bist du aber nicht. Bist du aber nicht! Ich bin nicht geil! Vielleicht bin ich ein bisschen unentspannter für ein aktuelles Stadion. Wir haben hier ne Weltmeister verliert! Mhm. Haus hoch sogar. Haus hoch, eventuell. Spielts dann noch für uns zu Ende, Dragl? Weiß ich noch nicht. Schönenst du uns hart? Wäre schon nett. Denk an die Hosts! Denk an die Hosts! Ah, das sind die 100 Noten, Gott sei Dank. Kann man doch nicht. Die will man doch. Da musst du auch Crash Bandicoot 1-300% machen. Da hab ich gesagt, nein. Weil's auch schon wieder so ist. Das wär so nice, ey. Das ist wie Banjo. Das ist wie eine Idee, Markus. So ein Crash 1-100%. Das würden uns doch alle sehr, sehr glücklich machen. Ich sag mal... Wie sag ich das am besten? Das ist auch wie Banjo. Ich höre mal das diplomatisch aus. Vermisst du ne Kiste, dann hast du halt keine, ne? Das stört mich. Bei Spyro... Bei Spyro ist alles gespeichert. So, wo ist der letzte Jinjo? Dann bin ich hier fertig. Er ist unentspannt. Ich bin unentspannt, Johnny. Willst du das Quiz sehen, Lala? Gibt ja zwei Leute, die das Quiz machen werden. Da bekommst du das Quiz doch zu sehen. Wie kommst du voran, Wallow? Ich geh jetzt gerade wieder nach Fürsisi Peak. Oh, Mann, Mann. Und dann bin ich raus. Oh, Mann, Mann. Und dann bin ich raus. Ja, ich brauch nur noch einen Jinjo. Und ich überleg jetzt mal, wo der steckt. Okay, dann führst... Er füllt immer noch knapp. Das ist unglaublich. Und dann... Das ist mir zu spannend noch. Was? Eine Banjo-Maschine. Nee, ganze billige Fehler da. In den Schneemännern war keiner. Wo war denn noch einer? Ganz oben? Ja, klar. Auf dem... Oh, hier. Oder er weiß nicht, wo das ist. Dann führe ich vielleicht... Wir werden sehen, wer zuerst hier raus ist. Ich weiß, wo alle sind. Nur welcher ist es? Er ist es. Auf dem... Besen. Aber ich glaube, letztes Mal war ich hier schon fast eine ganze Welt irgendwo. Also von daher... Der wird mir keine Rusty Bucket Bay Fails passieren. Ja, mir hoffentlich auch nicht. Jedes Mal irgendwie Potenzial ist. Rusty Bucket Bay ist halt prädestiniert dafür, am Ende eine fehlende Note zu haben. Heute nicht. Ich bin durch mit meinen Fails. Reicht jetzt. So. So, kurz mal checken hier. Hundertprozent. Hundertprozent. Gut. Weg hier. So ein Scheiß. Okay, rennt. Easy first try. Gar nichts los. Was haltet ihr denn vom Detektiv Pikachu Film? Das ist doch eigentlich ne gar nicht so dumme Frage an dieser Stelle. Ähm. Wurde bei mir jetzt auch schon gestimmt. Ich... Ist okay. Ich finde es jetzt nicht super schlecht, aber... Auch jetzt nicht so ein... Supergutes irgendwie für mich. Also ich... 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 Ich finde... Wir sagen die Tatsache, dass die Pokémon halt... Über die Pokémon Designs lässt sich streiten. Sie haben halt halt einfach an deren... Grundlagen halt gehalten. Ja, aber... Ja gut, Grundlagen hin oder her, aber... Hast du dir Pummelow so pelzig vorgestellt? Ich denke nicht. Ja gut, bei Pummelow... Da hast du halt recht. Da lässt sich wirklich schon drüber streiten. Aber... Ich bring mal die Beispiele. Pikachu ist halt ne Maus. Maus hat nen Fell. Ja, aber irgendwie stellt man es sich nie so... So vor. Einer war doch viel zu schlimm, was Pelz angeht. Wer war denn das noch gleich? Pummelow für mich. 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 Ja. Also ich hab's ja in Let's Blade. Hab die ja auch komplett durchgespielt. Ich bezweifle es. Ich hab Detective Pikachu im Stream gespielt. Komplett? Bist du bescheuer? Haha. Finde ich nicht. Das äh... Nein. Das ist halt... Also ich nenn' Detective Pikachu ja immer Phoenix Wright für Zehnjährige. Und jeder der über zehn ist, sollte anstatt Detective Pikachu dann doch lieber auf Phoenix Wright zugreifen. Denn das ist halt... Ey, ist halt viel besser. Das ist... Steht... Außer jeder Frage. Aber so an sich fürs Reinspielen ist ganz nett. Und den Humor von dem Pikachu find ich eigentlich auch gar nicht verkehrt. Deswegen denk ich halt auch, dass der Film wahrscheinlich ganz lustig wird. Das haben viele nicht verstanden. Also im Let's Play und so jetzt generell. Warum hat der so ne Stimme? Das ist ja grad der Witz. Das ist der Gag, ja. Muss ich immer dazusagen. Herzlichen Glückwunsch. Der Witz ist über euch rüber geflogen. Glückwunsch. Na deshalb. Ich fand aber das erste Kapitel ziemlich... Also wurde diese... Die Boa Madame in dem Park und so... Das war so zäh. Ich hab da echt dran im Spiel gezweifelt. Dann wurde es ein bisschen besser. Aber es ist halt... Alles zäh. 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 Ja. Also als Film kann ich es mir besser vorstellen als als Spiel. Nächstes Jahr kommt der Sonic-Film. Ist nicht so... Ist nicht so zäh. Nächstes Jahr kommt der Sonic-Film. Ja, davon habe ich auch ein bisschen Angst. Schon aus Freude und Angst. Achso, Real-Verfilmung. Ich weiß nicht, wie dann Eggman gelöst wird zum Beispiel. Das... Ja, gut. Der soll bitter aussehen wie in Sonic-Film 6. Ja, ja. Eigentlich. Von Eggman. Gabs doch noch andere Gerüchte zu Real-Verfilmung. War das Zelda eventuell, was da noch kommen sollte? Also Zelda wird überlegt, ob eine Netflix-Serie kommt. Da ist aber das Ding... Das würde der Produzent von der Castlevania-Serie machen. Oder der würde das gerne tun. Und das war ja auch schon ein Anime. Von daher gehe ich davon aus, dass Zelda dann auch Anime werden würde. Okay. Ich glaube... Ich habe doch was gelesen. Mario-Film für 2022. Da war was. Ja, aber das ist ja... Ja, also... Der wird, glaube ich, so krass darauf ausgelegt sein für Kinder, dass ich da wahrscheinlich... Ihr habt doch wohl hoffentlich alle den 1993er-Film gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn 1993 sogar gesehen. Was? Ich habe Bildausschnitte gesehen, das reicht mir. Durch diese Kindheitsbindung an diesen Film, finde ich den einfach gut. Weil 1993, da war Mario einfach... Also über Mario ging nix. Und dann so ein Film mit echten Menschen und Mario. Das fand ich viel zu geil. Also... Deswegen, ich habe den vor zwei Jahren oder so noch mal geguckt. Ich finde den immer noch gut. Mag ihn einfach. Also, wenn du Freunde bei dir hast oder so, ne? Wenn du einen lustigen Abend haben willst, leg den ein bei Freunden, ey. Ey, kannst du mir doch nicht sagen, dass er dann schlecht ankam, oder? Ich bin gar nicht froh. Das war eine muntere Stimmung, ja. Ja, oder? Man darf es halt auch nicht zu ernst nehmen, ne? Wenn man dann natürlich so als irgendwelche Nintendo-Ultras dann da hingehen und das wieder bierernst nehmen, die Scheiße da... Ja klar, das war... Die kann man es auch nicht genießen, aber so... Das war damals alles nicht so definiert wie heute. Aber trotzdem wurde da so viel dazu getextet. Genau. Die hatten einfach eine Marke, die Rechte an den Namen und müssen irgendwie Klempner sein. Und das war alles der einzige Zusammenhang. Klempner, Brooklyn, es gibt noch ein geheimes Pilzkönigreich und so... Yoshi, Jurassic Park-like und... Prinzessin Daisy nicht zu vergessen. Ja, das ist die Information, die man hatte scheinbar. Aber immer um Pilze. Es geht um Pilze und dann sind das Schimmelpilze quasi. Ja, das fand ich auch ein bisschen froh. Das... Ich weiß nicht. Darüber lässt sich halt streiten. Luigi hat keinen Bart. Einfach mal so... Da fällt ja nichts mehr ein. Da kann sie nicht... Das finde ich nicht so schlimm. Viel schlimmer war doch, dass Luigi in dem Film der coole Frauenheld ist. Und Mario ist verheiratet. War der verheiratet? Ja. Die hat am Anfang ein Essen im Restaurant. Das kann sein. Und die hat eine rivalisierende Klempner-Firma... Ich weiß den Namen jetzt nicht. Da hat er immer geflucht. Ah, Skalossi! Oder irgendwie so... Miyamoto sagte ja, Mario wäre so 20, 22 Jahre alt vom Alter her. Nur weil er ein Bart hat. Man soll sich den viel jünger vorstellen. Nee, also ich stelle mir Mario nicht mit 22 vor. Da kann Miyamoto noch so oft sagen. Von mir aus. Für mich ist Mario... Er ist über 40. Schon immer. Ja, das kommt, wenn du in der Kindheit diesen Film guckst. Das habe ich aber auch... Also das hätte ich auch vorher schon gedacht, dass Mario... ... so 40 ist. Hat mit dem Film jetzt nichts zu tun. Der einzige Mario, was ich gesehen habe war die Zeichentrickserie damals. Die habe ich auch gesehen. Zeichentrickserie und auch zu Donkey Kong und zu Sonic. Die alte Serie halt. Das habe ich... Sonic habe ich so ein bisschen gesehen hier und da. Habe ich alles auf VHS, man. Sonic. Mir ist letztens irgendwie die Musik unter die Ohren... Unter den Ohren gekommen einmal. Dadurch muss ich da wieder dran denken, das ist ja auch eine Sonic-Serie da. Durch die Smash-Trailer, wo du unterlegen konntest. Jaaaa! Kann sein. Getweeted. War das richtig genau. Genau. Dadurch wird wieder drauf kommen. Die Musik hatte ich mal erkennen. Aber eigentlich zurückblickend waren die ersten Folgen, weil ich nicht den Leuten immer erzähle die Serie und dann gucken die, googeln. Also googeln. YouTube gucken und dann kommen alte Folgen davon und... Jaaaa! Die wurden später besser, sag ich mal so. Irgendwann wurden die dann sogar ernst. Also... Nicht Fun, sondern keine Ahnung... Story und so. Hä? Jaaaa! Eigentlich waren das andere. Das waren zwei verschiedene Sonic-Serien eigentlich. Aber in Deutschland... hießen ja einfach beide Sonic der Irre Igel. Und dann kam Sonic Underground, Sonic X, Sonic Boom. Also... fit bin ich nicht in der Sonic-Lore. Ich hab mir die Mario Brothers 3... Dann gab's DVDs. Hab ich billig auf Ebay bekommen. Also neu. Ja. Das ist auch schon... Kulturgut. Also das ist... Guckt? Ja. Ich glaub das gibt's auch auf Netflix oder auf Amazon. Ja. Und jetzt schon auch wieder drei, vier Jahre her oder so. Aber... Keine Ahnung. Die Koopa-Linger sehen da so schrecklich aus. Und dann heißen die... Großmaul, Cheatsy, Hip und Hawk und... Oha, ganz... Das ist schon... Leider Trash. Aber das hab ich als Kind auch gesehen, ja. Mario. Donkey Kong kam erst viel später, das war ja... Boah. Ja, da war ich schon alt, deswegen kenn ich das auch noch. Ich hab das zu N64-Zeiten in der Endzone gelesen. Was denn Donkey Kong Country TV Serie gibt's in den USA? Wie geil wär das denn? Und dann kamen die Jahre später, so 2000 oder so. Ja. Kennst du Captain N? Ja, der war auch in den Magazinen drin. Club Nintendo. War Captain N in der Club Nintendo? Das weiß ich gar nicht. Aber das war halt auch so eine Serie. War mit Samus da irgendwie was noch? Genau, mit Samus... Also Mother Brain kam da drin vor. Mega Man. Ich wollt diese Comics eigentlich... Oder es gab auch Mario-Comics, ne? Und dann waren auch so andere Geschichten mit drin. Aber da ich als kleines Kind Metroid nicht kannte und auch Captain N, da hat mich das nicht groß interessiert. Ich fand das Intro halt so krass. Da war ein echter Junge, der gerade Nintendo spielt, der in die Nintendo-Welt gezogen wurde. Kenn das nur als Comic. Ich hab das vor ein paar Jahren von einem Arbeitskollegen erfahren, wo er mir das gezeigt hatte. Allgemein, diese ganzen alten Sachen, die eher so in der Versenkung verschwinden. Auch wie Hotel Mario. Was ich nie kannte. Ach, das kannte man damals erst recht nicht. Ne, das kannte man damals wegen... Aber... Heute kennt's halt jeder. Also geht nicht anders. Ja, durchs Internet halt einfach. Weil es halt immer wieder gespurgelt wird irgendwie. Dadurch halt. Nintendo nicht. Nintendo schweigt das tot, so gut es geht. Ne. Ja, da bin ich aber auch nicht falsch. Die stehen zu vielem. Die stehen zum Virtual Boy und alles. Aber da... Da hört's auf mit... CDI-Spielen. Ja gut, da sind sie ja auch nicht wirklich für verantwortlich gewesen. Das war die beste Aktion fand ich so... Wegen den Zelda, als sie die Eye-Teilen... Weil... Die schweigt Nintendo ja auch komplett tot, wie es so schön heißt. Und... Dann wurden die von einem guten Kollegen halt auf... Gamescom halt... Angesprochen, erwähnt. Auf der Bühnenshow. Haha! Und? Da dachte ich mir halt auch so. Nintendo schweigt das Thema tot und er greift es einfach mal auf. Ich weiß gar nicht. Er wurde auf der Bühne mit Tim Feldner oder was? Seid ihr jetzt nicht... Ne, es ging... Ähm... Da wurde Breath of the Wild einfach angesprochen. Heißt es so, Zelda bekommt endlich mal wieder Sprachausgabe. Und wisst ihr, wann das letzte Mal gewesen ist, wo Zelda Sprachausgabe hatte? Ja und dann hat er einfach kurz einen Einblick zu den CDI-Titeln gezeigt. Heftig. Das meine ich halt so mit... Angerissen. Flederbär schenkt Foxia ein Geschenk-Abo. Foxia, willkommen im... Fleder, vielen Dank. Fleder, vielen Dank. Fleder, musst du auch jetzt den Leuten die Chance geben, auch den Riesapp selber zu machen. Foxia war doch schon dabei. Naja, alles gut leider. Ich hab den... Den Orangen einfach verdrängt gehabt. Weil ich ihn ja eigentlich schon hatte, durch meinen... Durch meinen Todesfall. Dadurch ist es ein bisschen durcheinander gekommen grad. Und die vier Noten. Die vier Noten bei dem Memory Spiel, die ich nochmal nachholen musste, auch verdrängt. Der RIP hat halt einfach alles durcheinander gebracht, grade von der Rute. Ich hab ein bisschen Angst um die Mumbo-Schädel. 20 brauch ich hier. Und ich hab 12, also... Oh Mann ey. Naja, strugglen einfach durchgängig mit den Mumbo-Schädeln. Das wär so gut. Naja, Clicklockwood... Ich hab keine Chance hier, das ist krass. Clicklockwood wär... Kein... Kein Ding. Ich hab mich auch gefragt, warum ich noch nie drüber nachdachte, das so wie Treipel zu machen das letzte Mal. Einfach die Verwandlung wirklich als letztes. Bei was denn? Clicklockwood. Ich hab immer sofort im Frühling Biene eingesammelt und später nochmal Biene. Warum kam ich nie auf die Idee? Wär ich auch nie, wenn ich nicht das schon so oft gemacht habe. Ich hab auch keine Gedanken drum gemacht. Deswegen wird's heute das Debüt sein. Ja. Ich brauch aber noch 8 Schädel, sonst... Alter, sonst krieg ich voll den Ausraste, dann werden die Noten wieder weg und alles. Davon erhole ich mich aber dann nicht mehr, ey. Oh, ich denk doch. Markus, du kannst nicht letzter werden. Das ist heute nicht möglich. So viel Fail, das tun ich dir nicht zu. Okay, komm, komm, komm. Okay, 14 hab ich. Trotzdem 20, Mann. Ups. Ich bin eben der Erste, wenn klar. Wollen wir alle, ne? Alle. Ich bin jetzt erstmal unterwegs, das Puzzle da fertig zu machen für Mad Monster. Immerhin ist es noch nicht so, wie ich dachte, dass ich die ganze Welt zurückkriege, aber fast. Ist noch nicht mal drin. Und ich hab noch nicht Freezy Peak abgeschlossen, dann muss ich noch das zehnte Puzzleteil holen. Auch das fehlt. Auch noch nicht. Uuuuh. Wie gesagt, also ich... Ich lieg so weit hinten, einfach durch diesen Death in... in der Wüste. Drittletzte Welt. Letztes Drittel des Spiels. Du bist jetzt im Mad Monster drin. Markus. Dann bin ich schon länger. Kann ich schon sagen, okay. Das nur allgemein mal. Jetzt erst, dann hätte ich schon. Dann würde ich mir denken, geil. Banjo Kasui gibt einen Euro. Haha, schön, danke. Hey Banjo, was hältst du von dem Menschen, der uns steuert? Na ja, egal, solange er uns hilft, BUZ. Z-Lost zusammen geht das ja einigermaßen in Ordnung. Danke schön. Die schickt ebenfalls einen Raid rüber. Marci, ich danke dir vielenmals... ...für den Host-Tracklich-Raid. Du hast dir Mario & Puppets Kingdom Battle angeschaut. Und du hast davon geschwärmt von dem Spiel. Ich hab's mitbekommen. Na so kriegt man alle Hosts, ne? Wenn man einfach... ...bei jedem alles guckt. Haha. Wissen, was die anderen Leute machen. Interesse zeigen. Ist ja auch wirklich so. Interesse heucheln, ne? Ist es nicht nur heucheln, es ist halt wirklich so. Jaja, das ist ja auch nur Spaß. Danke dir auf jeden Fall, Marci. Ich hoffe, dass das hat, wie gesagt, deinen Spaß. Deswegen auch ne gute Berechnung. Habt ihr Mario & Puppets Kingdom Battle gespielt beide? Oder beide nicht so gerne. Ich habe verzichtet. Ich hab' ausgelassen. Ich hab's auch nicht gespielt. Ich wollte's immer spielen, hatte mir dann auch gedacht, ey... Ich wollte mir das immer irgendwie aufheben fürs Krankenhaus, falls man ins Krankenhaus muss, dass ich dann irgendwas zum Zocken habe. Aber irgendwie hat es sich dann auch nie ergeben. Es sieht schon sehr schön aus und so, aber das Gameplay hab' ich mir halt gedacht... Ich mag schon ein Gameplay eigentlich sogar, ne? Theoretisch wär das was für mich, aber irgendwie... Hat sich's halt nicht ergeben für mich. War ja dann eine gute Empfehlung, die ich dir gegeben hab' Marci mit dem Spiel. Also das ist halt... Ich mag halt diesen Rabbit Humor halt einfach auch. Das hat der große Vorteil für mich. Das schreckt mich zum Beispiel ab. Hätte ich kein Problem, ne? Der ist der einzige, wo ich mir denke so... Das ist mir zu eibern. Nee. Ja, aber die haben das schon sehr gut hinbekommen von der Mimik und so, also... Ja. Das war schon... Auf jeden Fall. Da konnte Mario Odyssey, da ist der Vergleich oftmals gefallen, ne? Also... Sie haben halt im Prinzip wirklich... Die ganzen Mario-Charaktere halt so gelassen, wie sie halt sind mit ihren ganzen Arten halt. Haben da jetzt nicht irgendwie dann den Mario auf einmal als einen extremen Draufgänger gemacht oder sonst was. Das war einfach wirklich deren Charaktere treu geblieben und mit den Rabbit-Teilen halt... So ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Wie es sich aber auch gehört. Da konnten sie sich austoben. Ausleben. Genau. Da konnten sie sich austoben richtig. Dass sie halt aus der Peach dann zum Beispiel halt einfach so ne... Ja, dass sie so ne Selfie-Lady gemacht haben. It Girl. It Girl, genau. Ich hab das Wort nicht gefunden. Danke. Die ganze Zeit überall irgendwelche Fotos macht. Natürlich mit sich am besten irgendwie drauf. Das ist genau das andere Beispiel von... Wenn andere Entwickler die Marken benutzen dürfen. CDI-Titel. Und dann sowas. War da nicht im letzten... War da nicht noch was? Crossover? Gerüchtet, glaub ich. Strategisch teilweise echt vorn. Also wenn du halt auf 100% bei dem Spiel gehen willst, dann definitiv. Wie weit bist du denn gekommen, Marcis? Kannst mir gerne eben... Raushauen die Info. Immer interessieren. Na ja. Geht so. Besten Cut-Scenes. Hallo LP Markus. Hier sind wir wieder. Hast du uns vermisst? Ja, Motzan. Ne? Das ist Spaß. Bei dem bin ich auch herzer. Wie viele Freunde hast du den heute im Stream dabei. Und den Volo höre ich schon mal. King Boo Slenderman. Danke für den Euro. Er hört den Volo, sagt er. Ihr seid jetzt verflucht von King Boo und Slenderman. Ja, meine Leute sind manchmal ein bisschen... Aber die sind ja eigentlich ganz lieb. Stehe ich nicht. Aber ist okay. Von mir aus. Dankeschön auf jeden Fall. Für den Support. Fast am Ende. Der Sorbetwüste. Wenn man mal alles abklappert. Das heißt, den ersten Boss hast du schon gemacht. Den ersten... Kennst du soweit? Ich weiß, Madden. Wenn ich mit Mozart auswendig merken müsste, hätte ich auch... Dann würde ich das Spiel ja nicht oft spielen. Ich glaube, das war ursprünglich geplant. Dann haben sie es geändert, dass es... Ja, war es auch. Dann haben sie gemerkt, dann ist es zu krass. Und jetzt ist es schon Kinderkram, aber... Viel zu einfach. Finde da mal die Waage, ne? Finde ich ganz schön, dass sie sich noch entschieden haben. Der Decay verschnitt, genau. Wer führt jetzt, Markus oder Bolo? Ich weiß es nicht. Das... Ich hab' 60 Noten. Markus kann ja mal sagen, wenn er die nächste Note eins auf der VR hat, dann kann man so ungefähr... Eventuell was dazu sagen... Ja, Moment. 60 Noten und ich habe... 79. Wie viel? 79! 80! Aber... Wenn die Mumbo-Schädel ausgehen und ich die Welt verlassen müsste... Ich kann doch hoffen, dass da nicht genügend Mumbo-Schädel... Ich hab' mittlerweile 24 Mumbo-Schädel, also... Ich glaube, das wär' der K.O. Ich weiß, hier oben sind auch noch welche... Also sind schon einige in der Welt verteilt, das ist schon mal schön. Wenn du das jetzt alles noch mal sammeln müsstest... Die Noten... Das wär... Das ist entscheidend jetzt. Ich glaube, ich muss sogar in den Brunnenreimen schwimmen. Normal mach' ich das anders, aber... Das... Ja... Das ist scheiße. Aber ich bei meiner Geschwindigkeit... Aber es geht heute echt gut voran, ey. Wenn ich mir denke... Sind hier eigentlich nur noch zwei Welten hier nach? Ich brauch' nur noch zwei Schädel, Alter. Wo sind die bloß? Raus hier aus dem Gotteshaus. Das ist die einzige Hoffnung, die ich halt irgendwie haben kann, wenn du wirklich da mit den Schädeln Probleme hast, aber... Das ist... Beim Mumbo muss auch einer sein. Beim Mumbo muss hinter dem... Ja, aber... Ich müsste jetzt mich verwandeln. Das ist echt der Punkt. Ich guck' nur mal im Heckenlabyrinth. Oh mein Gott, bitte! Bitte, 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 bitte! Lass ihn keine finden! Lass ihn doch bitte keine finden! Da hinten ist eine. Ja, aber da... Da sollst du eigentlich mit dem Kürbis hin, aber... Ich... Ich... Krieg' das schon irgendwie. Pass auf. Ne, da... Ja doch, da könnte man hin. Mit ein bisschen Damage-Boost. Aber da ist auch nur eine. Ja, eine. Und beim Mumbo ist... Eigentlich immer einer dahinter, oder so. Das wär's. So. 19. Und jetzt geh' ich mal zum Mumbo rein und... King Boo, Slenderman, ich danke Ihnen für den Euro, aber ich kann dir sagen, musste ich hinten anstellen bei den ganzen, die mich schon verflucht haben. Da ist eine goldene Fede dahinter! Alter! Jetzt komm ich bei ihm am... Am... Am Sitz. Bitte! Bitte nicht. Ich meine, ich mag dich, willst du ja auch irgendwo rühren, aber irgendwie... Ich will diesen Sieg! Ich will ihn unbedingt! So, ich muss woanders suchen. Da muss ich in den Brunnen gehen, hilft ja nix. Da müsste auch noch einer gewesen sein. Fuck man! Ich könnte dir doch nicht mal sagen, wo man da irgendwo vielleicht noch... einen geheimen Schädel finden kann. Oh, da braucht man da 15! Na klar. Äh, 20. Keine Tipps! Keine Tipps, der führt! Ist kein... Im Brunnen unten, im Brunnen unten! Oder wechsle ich das mit Klick-Lock, wo die ganzen... Geschwingene... Da ist der 20. Jetzt muss ich hier aber durch mit Banjo... Muss ich hier noch irgendwas machen? Ja. Mach's gut, Shari! Bis zum nächsten Mal! Jetzt hol ich mal nochmal Sauerstoff. Gut, aber ich hab die 20 Dinger voll. Also ich hab noch nicht verloren, jetzt... Oh! Das ist wenigstens heute richtig spannend. Teilweise. Ne, ich find's auch richtig spannend. Ja, bei euch beiden. Ich will's nicht schlechtreden, nein. Bei euch ist es wirklich halt spannend. Ich hab mir einfach zu viele Fehler erlaubt schon. Wenn ich meine Fehler nicht gehabt hätte. Wollo, hast du große Fehler? Oder einfach nur... Nein! Deswegen ist es ja auch so unglaublich, dass du... Dass du... Führst! Da liegt dann aber auch nicht mehr an... Ähm... An... Dialog skippen. Nee! So kann der einen gemütlich auskippen. Ja, das reicht. Darauf kann ich's nicht mehr schieben. Lieber Doschten, danke für den Reese-Up! Fünf Monate! Sehr schön, freut mich. Du bleibst dein Pikmin in der Bombenbande im fünften Monat. Ich glaub, mein Problem ist, ich sammle einfach zu viele Monoschäden. Du bist jetzt gebrieft. Ich hab 27 mittlerweile. Ich glaube, hier liegt auch noch der 28. So, und die letzte Verwandlung ist im Klick-Lock-Wort. Und da... Wenn ich... Vor allen Dingen, wenn ich erstmal alle anderen Jahreszeiten mache, dann ist das doch kein Ding. So, jetzt aber ab zum Mumbo. Barkan, mach's gut auf dir. Schönen Abend noch. Bis... Freitag nächstes Stream. Morgen ist frei bei mir, mal zur Aufwechslung. Das hätte, ne? Ich hätte mir einen Ast abgesucht. Und wenn es nicht erfolgreich... In einer anderen Welt Schädel suchen. Dann wieder neue Noten im Mad Monster. Ne. Ne. Einfach nein. Bleibt spannend. Echt, ne? Weiß ich nicht, ob es jetzt noch spannend bleibt. Der führt halt krass und... Ach, hör auf! Der war immer das selbe. Wir sind in der selben Welt. Ich habe nicht so einen Vorsprung wie letztes Mal. Ja, aber ich kann mich heute auch nicht drauf verlassen, dass du wieder... Den dicken Pferdenfehler am Ende machst, ne? Wir werden sehen. Bosskampf... Bosskampf rockig heute. Aber das Quiz vielleicht? Ich bin unzufrieden. Trotz allem. Diese Fehler. Ein Tag Ruhe muss halt zwischendurch mal sein. Ja. Auf jeden Fall. Man kann das eine Zeit lang machen, aber ein freier Tag ist halt auch. Ich habe das halt mal wirklich eine... Eine Woche gemacht. Sieben Tage. Und da merke ich schon ein Kuh. Es ist halt doch sehr anstrengend eigentlich. Und beim zweiten Mal habe ich gemerkt, ne. Ich... Tut mir leid, Leute. Den Stream für morgen muss ich absagen, aber... Ich brauche diesen einen Tag Ruhe einfach zwischendurch. Sollte man die auch... So, was fehlt jetzt noch? Habe ich alles? Das habe ich gemacht. Ich hoffe einfach... Da, Mann. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Aber Leute, das ist die drittletzte Welt. Ihr wollt nicht verpassen, wie das ausgeht. Ja, Markus, du hast dich ja noch nicht mal verwandelt. Kein Kommentar. Ein Fenster war noch zu. Ich guck grad. Hä? Ich hab die ganze... Der hat sich schon verwandelt. Der führt soweit. Schau mal gar nicht. Oh, vielleicht fühle ich doch. Kannst ein Fenster muss ich jetzt auch erst mal abklappern. Ich dachte schon so... Was fehlt mir hier grad alles? Die Fenster. Und dann kommt die Verwandlung. Das muss halt nicht sein. Das ist mir letztes Mal auch nicht so krass passiert. Ich hab irgendwelche Noten nicht bekommen. Diesmal finde ich alle Noten. Aber mach anderen Bullshit. Es ist versaut. Es ist versaut. Es ist versaut. Sie hat aber trotzdem gerne die Goldmedaille. Deswegen geb ich weiter Gas. Kostet ein Discord-Server was? Nein. Außer, dass du dich damit halt eventuell auseinandersetzen solltest. Managen. Genau. Zeit halt. Ist ein Discord-Server kostenlos. Ich will ehrlich sein. Mein Discord-Server hat mir bisher wie in der Zeit noch... Geld nicht gesehen. Gut. Ich stell dir mal die Gegenfrage. Was machst du auf dein Discord? Nichts. Bist du da? Eben. Also ganz ehrlich. Ich guck mal rein, ne? Und wenn ich der Meinung bin... Der Pöbel hat's verdient. Dass der König mal reinschreibt. Dann mach ich's. Und dann denkt er... Ja. Die machen das schon. Ja. Madden schreibt. Immer wenn man sich auf Fehlerverwendung konzentriert... Macht man diese nicht mehr, aber dafür andere. Völlig richtig. Ich hab mir ein bisschen in meinem Kopf... Ich hab mir die Tage schon überlegt, ne? Ich lieg im Bett und denk so nach. Ah, wie geh ich am besten bei Treasure Trove auf? Macht das so Sinn? Und ich denk nicht über die Kackschädel nach. Ich war wirklich schnell. Ich hab mir das echt zurechtgelegt. Oh, wo ist der? Wo ist denn jetzt der Brunnen hin? Ja. Wo er letztes Mal auch war. Den haben sie nicht umgebaut. Und platziert. Gott sei Dank. So, 100% Madmonster-Menschen raus hier. Also in der Tat führe ich. So. Aber marginal. Nur knapp. Nur knapp. Nur knapp. Ja. Ja. Ist nur nur umgucken. Rusty Bucket Bait. Leak Lockwood. Quiz. Da ist noch Potenzial. Ich hab keine Brent Hilda angesprochen. Ich auch diesmal nicht. Eine. Ich hab das Gefühl, das bringt halt nichts. Ich glaub auch, dass es nicht sein muss. Das ist mal bei Markus und bei mir halt einfach das Spiel auf Englisch, das das ein bisschen, ein bisschen schwieriger macht. Ich bin gespannt. Keine Ahnung. Ob ich das Spiel jemals auf Englisch gespielt hätte. Das ist meine einzige Chance. Vielleicht, wo ich noch aufhören könnte, wenn bei euch das Quiz bei beiden halt so ein bisschen daneben geht. Kann passieren. Ja, aber. Na, okay. Weiß nicht. Das Twist würde ich an der Stelle nicht hoffen. Dann eher Rusty Bucket Bay oder so. Mega fails. Von wegen. Verbreit. Irgendwas zu holen. Du hast die Xbox Version. Das bringt mir da auch nicht viel. Na, ich werde nicht sterben im Maschinenraum. Das Ding ist halt, also sterben werde ich nicht in diesem Spiel. Ich sterbe nicht. Die Xbox Version ist für mich nur ein Nachteil. Ich bin letztes Mal nicht gestorben. Ich bin dieses Mal noch nicht gestorben. Und das Mal davor auch nicht. Ich werde nicht sterben. Die Xbox Version hat so viele keine Vorteile. So deutlich, wie er es gesagt hat. Ja, aber es ist doch auch so. Ihr tut immer so, als wenn ich gewinnen würde, weil ich die Xbox Version habe, weil ich die Noten nicht nochmal sammeln musste. Aber ich musste sie doch sowieso nicht nochmal sammeln. Also hatte ich doch gar keinen Vorteil. Das mag sein hier, aber von wegen. Diese Aussage geht mir so auf den Nerven. Jedes Mal kann ich mir das anhören. Und denke mir, wenn ich nicht sterbe, habe ich dadurch auch keinen Vorteil. Follow Rage. Ja, aber das ist doch so. Das macht mich echt sauer. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal. Das ist halt Blödsinn. Wenn du so schlecht bist und stirbst, dann hol dir ein Auto, die Xbox willst. Aber ich habe kein Geld für den Jomper. Ich danke dir vielmals für deinen Reset im zweiten Monat. Nein, aber wie er es gerade rausgeschrien hat. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Nee, werde ich auch nicht. Karma ist da. Ich habe ihn da halt auch schon mal sterben sehen. Das ist wegen der Fall. Es ist ihm schon mal passiert. Ich bin schon mal gestorben. Wow. Er ist schon mal in Banjo-Kazoo gestorben. Das ist jetzt der Beweis, dass jedes Race an sich faked. Nein, nicht in jedem. Aber es kann hier einfach faktisch passieren. Natürlich, aber es passiert mir nicht. Bisher ist es mir noch nicht passiert gegen euch jetzt. Ich erinnere nicht dran. Sollte es so weit kommen. Ja, wenn es dazu kommt. Dann dürfen wir dich aber auch aufziehen dran. Dann dürfte das. Aber das ist unwahrscheinlich. Ich bin auch nicht gestorben. Also nur ertrunken, um Shortcuts zu machen. Ja, das ist ja was anderes, ne? Ja, ja. Das ist was. Ich hoffe, da war jetzt direkt. Anonymous. Vielen Dank für 69 niceste Euros. Vielen Dank. Habe ich nicht verdient, Mann. Hör auf. Action. Ist ja kein schlimmer Rage. Ist ja nicht so ein Rage, wo ich mir danach denke, ne? Jetzt ist mein Leben schrecklich. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Gut, dass ich weiß, wer das ist, ne? Hätte ich mir schon lange gesagt. Ja, hab jetzt gut. So was muss ich jetzt machen? Hm. Das giveaway kommt erstmal auf Keks. Entweder wenn wir nachher ne kurze Pause haben. Oder... Am Ende des Films. 1 zu beiden. Wolltest du... Ich das giveaway machen, als ich auf Oktober? Da hab ich's gestartet. Da hab ich's geöffnet. Ah. Aber ich hab noch nicht die Auslosung gemacht dafür. Wieso erst mal melden die Leute dafür? Hm, macht Sinn. Wer jetzt neu dazugekommen ist, wir könnten auch teilnehmen mit Ausrufezeichen Banjo. Gibt nen Steam-Spiel, was ich verlose. So, da hab ich mir den Visado doch einfach mal auf den anderen Bildschirm geholt. Um zu gucken, was da abgeht. Na, willst du mal wissen, wie man das richtig spielt, ne? Vielleicht. Das ist die Frage, wer guckt jetzt bei wem ab von euch beiden? Also, ich guck sehr selten aufs Gameplay. Ich guck nur mal so... ...erhaschenden Blick, um zu schauen, wie weit sind die Leute? Ja. Äh... Also, meine zarte Führung hat Bestand, aber das ist echt... Hat nix zu heißen hier. Gefällt mir nicht. Da hab ich mich letztes Mal viel sicherer gefühlt. Ja, da war ich zu diesem Zeitpunkt auch noch ne ganze Welt hinten fast. In Rusty Bucket Bay hab ich alles aufgeholt im Grunde. Hm, deswegen... Jetzt komm ich. Jetzt muss Rusty Bucket Bay wieder genauso gut laufen wie beim letzten Mal. Und bei dir einfach ne Riesen-Katastrophe. Niemals! Aber Drakel würde ich jetzt auch noch nicht komplett... ...außen vor lassen. Ist auch ne Macht, mit der man rechnet. Ich muss nochmal in Creasy Peak rein. Und mir fehlen zwei Noten gerade. Wow. Wo hab ich denn zwei Noten jetzt ausgelassen wieder? Okay, Drakel ist vielleicht doch keine Macht mit der man rechnen muss. Vielleicht heute nicht. Zwei Noten, wow. Zwei Noten, wow. Zwei Noten können ja sein am Rand vom Brunnen, eventuell. Da bin ich einmal außen rum gegangen. Ich war aber oben, aber oben sind keine davon. Im Heckenlabyrinth sind glaube ich zwei. Da waren mehrere. Vielleicht hab ich da eventuell noch eine Ecke ausgelassen. Im Heckenlabyrinth. Ich guck da nochmal nach. Da war nochmal ein Mumbo-Schädel. Mumbo-Schädel gibt's halt echt viele. Das ist Wahnsinn. Ja, dem Herrn sei gepriesen. Wer da struggelt, ne, dem kann man auch nicht helfen. Der soll doch auch nicht gewinnen eigentlich. Das ist... Ja, und du fängst Pokémon trotzdem erst am Freitag an? Oder, oder morgen? Oder wie machst du das? Ja, ja, ja. Wie kommt's? Fairness? Äh, nein, natürlich nicht. Äh, aber ich kann's auch nicht. Kann morgen nicht. Morgen, morgen ist Fettencamp. Und... Ach so. Ja, ich hab mich heute auch schon mit Juli drüber unterhalten. Der hatte gefragt, wie ist das eigentlich? Darf man das eigentlich schon streamen? Und grundsätzlich ist ja, wenn du's dir selber kaufst, ja. Kannst du das machen, aber... Ein bisschen Gefahr ist immer. Und der meinte dann auch so, dass vorher noch 15 Streams online waren. Mit Pokémon. Und dann plötzlich nur noch einer. Also es kann halt immer mal sein, dass Twitch da auch dann sagt, nee, Freundchen ist nicht. Da muss man ja... Muss man ja doch ein bisschen mit Vorsicht genießen, ne? Ich mach's halt immer so, ich guck... Die Tage vorher, wer streamt das alles so? Sind das Größere? Und so weiter. Und wenn ich dann der Meinung bin, okay, das passt... Das sieht sicher aus, dann würde ich's halt auch schon streamen, aber... Vorher... Auch keine... auch keine Versicherung, wenn du siehst das andere machen. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber ich würde zum Beispiel niemals der Erste sein. Also das... Ich sag nur Yooka-Laylee. Da hatte ich... Da war ich auch nicht der Erste. Hab heute ja schon mal gesagt. Ich weiß, wer der Erste war. Da hab ich ja auch... Oh, 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 oh. Wer macht's, dann seh ich. Markus macht das und heißt das für mich... Das ist, äh, das Go, ne? Das einzige Spiel, was ich vorab gestreamt hatte, war Mario Odyssey. Das war ein oder zwei Tage vorher. Das hab ich auch einen Tag vorher im Endeffekt gemacht, weil... Äh, nee, da hab ich gewartet, bis Japan Release war. Aber das kannst du auch machen. Also wenn's in Japan 0 Uhr ist und es ist da raus, dann... Bist du halt eigentlich auch safe. Danke, Graviatius, für den Host. Vier Zuschauer. Hallöchen. Also für die Leute, die eventuell jetzt wirklich, äh, irgendwie dringend Pokémon Let's Go streamen wollen... Kann ich halt den Tipp geben. Wartet, bis es in Japan raus ist. Dann hab da... Ein paar Stunden vor und dann seid ihr auf jeden Fall sicher. Gerade kein Stream online. Ja, das ist ein... Das ist ein deutliches Zeichen, Leute. Wenn da kein Stream ist... Dann... Ne. Machen die richtig Radau. Gerade Pokémon Company, ey. Pokémon Company, deswegen... Ja, die... Aber ich dachte... Ich dachte halt, weil auch, äh... Die Bibels schon draußen sind. Das ist ja meist schon zeigen für... Ja, dann könnte er. Ah, scheinbar nicht. Gibt es denn direkten Bann? Wenn du Pech hast, ja. Kommt drauf an, der wird wahrscheinlich von Kanal zu Kanal geschaut. Ich glaube nicht, dass... Ein größerer Partnerkanal direkt komplett weggebannt wird für immer. Wegen dem Spiel früher spielen. Würde er für ein paar Tage raus... Aber für ein paar Tage auf jeden Fall. Ja. Und bei einem kleinen Affiliate... Weiß ich nicht, ob die dann dann auch sagen würden, nee... Kommt auf jeden Fall nicht gut, deswegen... Der Eddy fragt, soll die achte Generation eigentlich 2019 schon kommen? Ja, wurde gesagt, ne? Das ist der Plan, eigentlich. E3 2017, es dauert noch länger als ein Jahr. Bitte Geduld. Und das spricht für mich auf das Weihnachtsgeschäft 2019. Ja, wie immer halt. Herbst, so die Zeit jetzt. Ja, wie immer. Pokémon kommt immer, um die Zeit. Pokémon kommt immer im November, in der Regel. So Oktober, November, Dezember. Aber schon seit Pokémon Platin, ne? Jedes Jahr. Eine Ausnahme gab's. Selbst Rot und Blau war, ähm... 1. September. War im Ernst, sobald ich war. Nein. Das war immer ganz schön. Finde ich ne schöne Zeit. Ja. Und natürlich sagen die jetzt noch nix. Erstmal Fokus auf hier die Spiele und dann... Ja klar. Wäre ja bescheuert. Gibt's bestimmt wieder März oder so ne Direct. Oder... Naja gut, Pokémon macht oft eigenes Ding. Pokémon macht oft eigenes Ding. Ja gut, Halligalli, ne? Persona 5 durfte man ja gar nicht streamen. Oder beziehungsweise nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ich sag mal bei... Bei so einem Persona 5 macht's halt auch mehr Sinn als bei Pokémon. Weil... Auch wenn jetzt gerade jemand sagt, man könnte gespoilert werden, wo ein Pokémon ist. Also... Aber so... So insgesamt... Story-technisch... Ich hab nur eins... So spektakulär... Eins mitbekommen, dass Misty in Orania City wäre. Jetzt hab ich die Leute gespoilert. Und irgendeinen Dialog hat. Und da... Tja... Bitte. Und... In Orania City. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, was die da will und so. Aber... Scheinbar hat das GameXplain auf dem Thumbnail gehabt. Und da haben die geraget, ne? Ja, die Leute ragen über alles. Ja. Wie gesagt... Ich erinnere mich immer wieder gerne zurück. Ich erzähl's doch immer wieder gerne. Damals... Äh... Zu... SMO... Hieß es dann plötzlich... Der Endboss ist geliebt! Alle waren wütend! Und ich dachte mir so... Oh mein Gott, wenn alle wütend sind... Dann muss ja irgendwas krasses als Boss sein. Was ist das denn? Extra nachgeguckt... Und ich war so enttäuscht. Ich dachte mir so... Was ist denn los mit den Leuten? Bowser ist der Endboss, ja! Wow! Welches Spiel? Spoiler-Alarm! Super Mario... Odyssey... Der soll ich mal aufsichern... Ja, natürlich ist Bowser der Endboss! Wusterbritzt so kein Spoiler! Das ist so, als wenn man sagen würde... Ja, bei Zelda... Wenn der Link gewinnt! Hopp! Ne! Erzähl mir mehr! Jetzt brauche ich Zelda nicht mehr spielen! Ich versteh's manchmal... Also die Leute scheißen sich auch mittlerweile so dermaßen ein... Bei Spoilern... Versteh ich gar nicht! Früher... Zu meiner Zeit... Über jeden Fitzel, den man kriegen konnte... Und hat sich gefreut... Und heute gibt's halt schon Menschen, die gezielt bei Trailern einfach nicht mal mehr hingucken! Die dann sagen, ne ich guck die Trailer nicht, ich will alles blind erleben! Ne... Oder... Oder... Was ich auch hatte... Mario Kart 8 Stream damals... Da kamen Leute rein, die... die... die gesagt haben... Ne... Ich guck das heute nicht! Ich will mir die Strecken nicht spoilern lassen! Hm... Wo ich mir dachte... Also jetzt ist mal irgendwann... Es ist... Dreh die irgendwann völlig durch! In Mario Kart... Die Strecken spoilern! Würde ich auch übertrieben finde, hätte ich gesagt! Hilfe! Hilfe! Ich verstehe das nicht! Vielleicht bin ich da auch... Äh... Merkwürdig! Ja, Pokémon Sonne und Mond... Pokémon Sonne und Mond waren sie auch sehr schlimm dabei! Weil ich auf... Keine Ahnung... In den ersten 5 Thumbnails halt doch die Pokémon drauf hatte, die ich da am Gras getroffen hab oder so! Ja, aber das ist... Es wurden doch sowieso im Vorfeld alle Pokémon 50 Milliarden Mal gezeigt in irgendwelchen Directs! Ja! Ne? Von daher war doch sowieso jedes Pokémon klar! Sondern auch kein Spoiler mehr so richtig! Gut, was es gibt ist natürlich, wenn am Release auf einmal... Äh, äh... Heißt... Das ist der Endboss! Gut! Was war das zum Beispiel? Was war das? Weiß nicht! Irgendein Kirby-Spiel? Kirby Starlise? Irgendwas? Da hast du den Endboss gesehen! Okay! Ja und? Offensamt, ey! Habe ich halt den Endboss gesehen! Von Kirby! Das kann doch auch nicht belasten, wenn man mal ehrlich ist! Also... Ich zumindest nicht! Nein! So, ich habe wenigstens den Maschinenraum jetzt schon mal hinter mir! Da hatte ich jetzt... Das ist ja schon mal eine Erwähnung wert! Schon lange! Na gut, ich habe erst drum herum gemacht! Das ist aber auch nicht so clever, ne? Das ist mir eingefallen! Also habe ich auf halbem Weg dann aufgehört mit so einem Maschinenraum! Wollen wir gerade sagen! Also das ist halt überhaupt nicht clever! Aber deswegen ging es ja gut! Ich werde das erst gleich da reingeben! Und jetzt hinkommen! Als nächstes! Du gehst da rein, obwohl du Xbox spielst! Und eh nicht stirbst! Und trotzdem! Und trotzdem! Wer hätte es gedacht! Das ist meine Route! Die ich mir so antrainiert habe! Damit ich hier auch... nach Möglichkeit nichts vergesse! Hast du Rusty Bucket Bay Route zurecht gedacht? Nicht wirklich! Also ich habe es dann so oft gespielt, dass ich sagen würde... Das ist... Das ist halt der offizielle Weg! Ich weiß, dass es im Speedrun anders geht! Ja, ist man nämlich jetzt... Wo ich jetzt gerade bin, ist das Letzte, was man im Speedrun macht! Wenn man sich da trötet bei! Überleg gerade... Du holst die Honigwabe bei dem Boot! Hm, genau! Ist mein Bild offen? Oder kennst du den Speedrun? Äh... Die Stelle kenne ich lustigerweise vom Speedrun her! Habe ich mal gesehen bei jemandem! Nicht so! Jetzt kann ich mich daran erinnern! Und der ist da glaube ich dann bei GeFail! Hat eine Stammvertrag gemacht, wollte das haben... Hat es aber verfehlt, das Letzte da! Das ist richtig! Eben weil man sich dabei ja tötet! Genau! Ja, das ist belastend! Und wieder hoch! Ja! Ja! Jetzt mal wenigstens Hexenschalter first try und nicht 10 versuche! Finde ich halt auch nicht so schwer rein! Ja! Weiß nicht, was ich da im letzten Stream hatte! Eigentlich habe ich als Kitty damit angegeben, dass ich das kann! Zwei Welten noch! Dann Quiz und Endboss! Dann war es das mit dem Bandrash wieder! Und wir halten, wie gesagt, echt schnell! Also... Ich glaube auch, das könnte mein schnellster Bandrun ever werden! Wüsste nicht manchmal schneller gewesen sein sollen! Der Eddy hat Markus sich nicht mal beschwert, bei Sonic 4 Episode 2 den Endboss auf dem Thumbnail gesehen zu haben! Hm... Ich weiß nicht, wer das war, aber ich nicht! Ich weiß nicht, wer das war, aber ich nicht! Also mit Generations ist der Endboss doch auch eigentlich ziemlich unspektakulär, oder? Also da würde man ja auch nicht sagen... 3D-Sonics klammern die sich so dran fest irgendwie aufzubauen an Sonic Adventure! Immer diese Super-Sonic-Finale! Ja! Generations ist doch keine Ausnahme! Und ich fand den eigentlich... Genau, das weiß man halt auch eigentlich schon im Voraus! So, so... Ich fand den so... Weiß nicht, so unsinnig, so... Weiß nicht! War Käse! Also in Sonic Adventure 2 den Endboss-Fight war halt lächerlich! Der Endboss-Fight! Fand ich! Ne, da hab ich's noch richtig abgefallen! Aber das hab ich halt auch mit, äh... Mit 14... So... Da war das... Da dachte ich mir so... Boah, krass! Wenn man weiß, wie's geht, ist der einfach natürlich! Also der Final-Hazard! Ja! In Sonic Generations hatte ich halt richtig... Richtig Probleme mit dem Endboss! Aber das hatte, glaub ich, auch jeder! Anfangs! Muss man erst mal raffen, wie der überhaupt funktioniert! Das bräuchte nicht... Bis heute nicht gerafft, wie der genau geht! Aber hauptsache irgendwie... Irgendwann ist er down! Hab ich schon wieder vergessen! Aber ich wusste es mal! Mit welcher genau? Äh... In Generations der letzte, wo du... Time-Eater! Also zwischen... Zwischen 2D und 3D wechselst! Mit den Supersonics! Und unten... Da musste ich da irgendwie ran boosten! So... Rechts und links gibt's einen! Diesmal... Passiert mir das hier aber nicht! Ich hab's zwar gespielt, aber ich kann mich halt auch nicht mehr so genau dran erinnern! Da gibt's im Prinzip... Ja, ja! Also wenn man... Fragen wir nicht mehr, wie's war! Aber ich... Ich weiß... Dass man den können kann! Rikimania Host! Ja, krieg ich auch mal einen Host jetzt! Rikimisch mag niemand! Ich krieg keine Hosts! Vielen lieben Dank! Aber jetzt hast du mehr Host als ich! Hast du keinen? Aber ich hab mich dem Letzt... Ich hab mich dem Letzt schön gehostet! Da... Bin ich immer noch sehr dankbar! Immer gerne! Immer gerne! Immer gerne! Zu wenig RP für Hosts, ne? Das stimmt! Das stimmt! Das stimmt! Ja, hast du! Lief denn dein Internet mal, Rikim? Was sagen... Was sagen die Noten bei dir? Weiß ich nicht! Wenn du gleich mal weißt! Weiß ich gerade wirklich nicht! Ähm... Anonymus! Vielen lieben Dank! Für 99,99! Uff! Ich denke auch, dass wir die 1000 heute nicht mehr voll kriegen! Aber das ist okay! Komm! Alter Schwede! Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es muss, oder? Das war jetzt ein Trigger! Mach die 1000 voll bei Volo! Ich weiß nicht, wieviel da noch fehlt! Aber es kann nicht mehr viel sein! Heftig! Ja, es fehlt noch 1 Cent! Wow! Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh! Mein scheiß Ernst! Also letzte Neck kam nicht so viel rum! Ich wollte sagen, es ist ein... Es ist ein ganz normaler Streamer! Okay, es ist ein Racer, aber trotzdem... Es ist vor allen Dingen... Vor allen Dingen Racer! Racer bedeutet immer... Wesentlich weniger Support als normalerweise! Das ist... Das weiß man! Wenn man ein Racer macht, muss man sich immer darauf einlassen, dass es ein bisschen weniger Support ist. Ein bisschen! Oftmals auch wesentlich weniger Support ansonsten! Aber... Vielen, 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 vielen Dank! Der Anonymous auch im Speziellen an dieser Stelle! Und hier ist Mo! Die beiden muss man da besonders hervorheben! Und danke dir, Schinkie, für den Bit! Für den Cent! Hättest du mal Lust, die originalen Spyro-Teile auf PS1 zu streamen oder let's playen? Ich glaube, das ist nicht mehr nötig, wenn man das Remastered gemacht hat. Ist einfach nur schlechte Grafik, oder gibt's da wirklich noch Unterschiede? Es gibt keinen Grund! Hätte ich gedacht, ne? Darf sie sich anonym aus dem Spiel wünschen? Naja, will ja anonym bleiben! Aber ja, von mir aus darf sie sich anonym aus dem Spiel wünschen! Das wär schon angebracht, Klaus! Da hast du eigentlich noch einen Punkt! Wäre angebracht! Banjo-Tooie-Race! Ne! Kaiso Mario 3 Das will doch keiner! Zumindest nicht bei jemandem wie uns, die's halt nicht können! Ich konnte's auch nicht! So ein Kaiso Mario oder generell diese Mario-Hacks, wenn jemand sowas gut spielen kann, macht das wohl Spaß zuzugucken! Aber... Also wenn das jemand mit Safe-States nur spielt, dann... Fühl mich angegriffen! Bist nicht mehr! Eigentlich alle so, die es als LP gemacht haben, aber... So! Wenn man dann später irgendwelche Streamer sieht, die solche Dinge halt blind spielen, solche Kaiso-Teile und das ohne Safe-States... Das ist dann schon... Das ist dann schon spannender! Und angenehmer zu gucken! Dieses wunderschöne Messerbrett in der Küche! Ist nur für das Quiz so schön animiert! Gibt's davon ein Bild? Ja! Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir nur, wo das hier ist! Messerbrett! Das würde ich sogar erkennen! Topstar! Vielen Dank für zwölf geile Monate! Ein ganzes Jahr! Danke dir für die Treue! Und bleib so! Rainier Entertainment-Steuer! Hat denn auch jeder heute schon die Entertainment-Steuer abgedrückt? Ich glaube... Expertenrunden-Steuer! Hey, aber wenn ich sehe, dass wir immer noch vor Mitternacht haben und schon in der vorletzten Welt soweit sind... Ja, wir kommen halt verhältnismäßig gut durch! Ja! Das geht noch besser! Da können wir uns alle noch steigern! Das geht noch besser! Das geht noch besser! Nächstes Mal lege ich mir einen Mumbo-Schädel-Plan zurecht! Welchen ich wo genau einsammeln muss! Dich hat die Küche fasziniert, Annie, als Kind in dem Chef! Da wurde also schon festgemacht, dass du koch wirst im späteren Leben dann! Das kann ja gut sein! Keks macht's gut! Bis zum nächsten Mal! So, ich hab' gar gesehen, Markus hat 84 Noten! Also, Rusty Bucket? Heute? Jemand, der vielleicht gerade den Multilink guckt! Und hat vielleicht ne Ahnung, wer gefühlt führt! Von den beiden! Ja, ja! Von den Ost-Vor! Ich mach' ich natürlich nicht drauf! Ja! Ecki! Vielen lieben Dank für die 5 Euro, Ecki! Aber ich hab' neun von zehn Puzzleteilen und ich weiß, wo das zehnte ist! Von daher! Also, lieber Chad, die, 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 die Schädel in, die mach' mir keine Sorgen mehr! Ich glaub' in Klick-Pop-Boot gibt's wirklich noch genug! Die hat man am Ende echt im Überfluss! Das stimmt! Vor allem, wenn man halt erst die Verwandlung als letztes macht, nach dem Winter! Ein Jinjo! Ein Jinjo! Ein Jinjo! Lass' mal überlegen! Den hab' ich! Den natürlich! Den natürlich! Den natürlich! Hä?! Ich war der Meinung, ich hätte alle! Das ist aber ein Irrtlaube! Okay! Ich weiß, welcher fehlt! Los, Bobo! Sagt, du führst ganz tief! Okay! Okay! Okay, okay! Blues, Brobo! Abkürzend! Blues, Brother, Best-ofs! Vielleicht mal erwähnt! Manche quälen sich ein bisschen! Genau! Ja! Er ist halt ein bisschen komisch für den... Blues, Brobo! Das heißt, Brobo, weil... Das hast du halt so normalerweise nicht! 92! 92, 92! Also ich fehlen dir 8 Noten, oder wie? Nee, gleich hab' ich 96, 4 fehlen noch und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich diese 4 noch in irgendeinem Bullauge finde, das ich mir nicht geholt habe. Ansonsten hab' ich 10 von 10! Ich auch! Der LPM hat auch gerade 10 von 10 eingesammelt, hab' ich gesehen! Mhm! Jetzt ist die Frage! Wie sind denn deine Notensituationen? Noch 4! Aber wo? Ach guck mal, genau wie mir! Ich hab' die vermutet! Aber okay! Das ist ja interessant! Die müssen... 3, 2, 3! Ich weiß es! Wahrscheinlich... Das Neueste! Ich frag mich nicht, wie das heißt! Wo könnte ich denn jetzt noch ne... Nein, 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 nein! Oder vergesse ich das hier hier? Nee, das hab' ich... 100 Prozent! So, weiter, 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 raus hier! Sack, Mann! Der hat... Ich weiß nicht, wo die sind! Was fehlt denn noch? Lass dich nicht nervös machen! Keine Hektik! Nicht in Panik verfallen! Panik! Panik! Hörst du? Morning ist auch ein guter Song, das stimmt! Alter, wo ist das denn jetzt? Ja, know that feel! 300 Tacken liegen auf mir? Captain Puke, was? Hast du ne Wette am Laufen? Du siehst von 300 Coins, oder? Ich hoffe, du hast nicht 300 Euro auf dieses Face hier gesetzt! Seid an! War das... War das... Sehr gewagt! Ist hier echt... Stil ist aufgehend! Ich rufe der Races! Demnächst könnt ihr auf die Wetten... Auf die Races noch wetten! Trakel, wie ist der entstand? Da kriegst du erst mal 500 Euro auf mich gesetzt! Fünftes Puzzleteil, glaub ich? Viertes oder fünftes jetzt? Noten sind immer ein guter Maßstab! Bin ich bei knapp 60, glaub ich, grad gewesen... Aha! Den hatt' ich nicht! Wenn wir Fehler machen... Wenn wir Fehler machen... Wenn wir Fehler machen, hast du Chancen! Ja... Ne... Also ich meine, klar, ich merk halt auch schon, dass ich halt... Recht gut bei euch noch mithalten kann, trotz meiner... Zwei riesen Fehler, die ich hatte... Aber selbst wenn ihr da jetzt halt noch jeden Fehler macht, das reicht nicht! Ich bin bei 69 Noten! Was denn alles, die unser Trio nicht mehr dabei ist? Ja... Ich find Masaki Sato ganz gut und... Äh... Miki! Miki no Naka! So! Ist auch egal! Ich bin in Rusty Beckett Bay durch! Das macht mich ziemlich glücklich, wenn ich ehrlich bin! Vor Mitternacht nur noch eine Welt! Herrlich! Ich weiß ja nicht, bis wann saßen wir letzte Mal dran? War das 2.30 Uhr? Es war vor 2! Ja! Oder haben wir überzogen? Das glaub ich nicht, dass wir überzogen haben! Nicht stimmt! Wir hatten gesagt, eigentlich Ende sollte 2 Uhr sein, aber wir waren vor 2 Uhr fertig! Stimmt, da war war's! 1 Uhr wär schon ziemlich gutes... Vor 2 wird's auf jeden Fall! Voll geil! Voll geil, ey! Jo! Und du? Wo muss ich jetzt nochmal hin? Du hast jedes Mal wieder ein neues Rätsel! Da! Schlimmste Welt! Hm? Das macht immer noch Spaß! Das ist auch ziemlich gut! Ja! Ist auch nicht immer so! Jetzt fängt's an, langsam ein bisschen zu schlauchen, aber das letzte Mal hat's mich schon... Bei der Monster Mansion ein bisschen... Ja, Monster Mansion ist eigentlich auch für mich der Startpunkt, wo ich mir denke... Ich geh jetzt nach Hause, ihr könnt mich mal... Ja, da ist nichts mehr! Samy Dos Santos! Moin LPM und Chat! Guten Morgen ist gut! Zwei Minuten, kannst du's sagen! Genieße Sparen... Spiel mal Hetzer nicht so durch! Ich hetze ja nicht! Und ich genieße es auch! Ist ein gutes Spiel! Ja, Hetzmann ist schwierig! Bei dem Race ja! Aber das Ding ist, ich würde das Spiel immer so spielen, ne? Vor allem, wenn ich's am Stück durchspiele, dann hetzt man ja erst recht! Weil man will ja auch fällig werden! Ihr müsst euch das so vorstellen! Stellt euch vor, ihr seid auf der Arbeit und es wird euch gesagt, wenn du das fällig hast... Kannst du gehen! Kannst du gehen! Was meinst du? Was meinst du, wie ihr dich beeilt? Ne? Und so ist es hier ja auch! Wenn ich fertig bin, ist Feierabend! Dann kann ich nach Hause gehen! Also von daher... Hallo Donnerstag, cheer 100! Hallo Kaki! Habe ich jedem die Gründe, mich zu beeilen! Danke für 100 Bits, mein Gutes! Ja, und wenn's heißt 16 Uhr ist Feierabend, dann willst du nur irgendwie die Zeit rumkriegen! Ganz genau! Dann kümmelt man bis 16 Uhr halt rum! Deswegen, wenn die eigentlich schlau wären auf Auferknechte, dann würden die das immer so machen und sagen, das und das ist deine Aufgabe! Fällig bis gehste! Dann hast du auch motivierte Arbeit! Mhm! Na, ist das Problem, dass dir dann einfach die Arbeit halt nicht richtig gemacht wird teilweise! Dann suchen die sich weitere Aufgaben, um einen noch weiter zu beschäftigen! Oder das genau! Wie schon fertig, dann mach doch noch das! Genau, dann wird einfach gesucht, ja, dann hast du ja noch genug Zeit, um das und das zu machen! Na ja, und wenn's Beschäftigungstherapie ist am Ende! Ja! Ja! Das hab ich immer richtig gemacht! Vor allem, wenn ich noch Überstunden hatte zum Abfeiern, ne, und wir haben nichts zu tun! Und ich hab dann gesagt, ja, wie wär's denn, wenn ich gehe? Ich biete euch an, abzufeiern! Werd ihr Stunden beim Stundenkonto los? Nee! Kannst du ja noch hier Beschäftigungstherapie machen? Zähl mal da ein bisschen! Du wie denkst, Alter, das konnte ist doch sowieso... Von dem zähl ich sowieso nicht richtig! Jör mal! Das überschlagt das nur! Bei mir sind das so Sachen gewesen, dass ich dann entweder mal hin zum Rehbe fahren sollte... Zum Rehbe? Ja! Ich sollte für dich immer zum Rehbe... Es ist halt so ein kleiner Zehn-Mann-Betrieb da gewesen, dann zu dem Zeitpunkt. Ich sollte zum Rehbe fahren, Kaffeepulver holen, Kekse holen, neue Getränke holen, sowas halt, damit wenn halt Geschäftsleute eingeladen werden, dass man halt mit denen da halt was zu Essen halt anbieten kann und Kaffee anbieten kann. Oder wenn halt das alles schon da war, dann heißt es ja dann... Der Firmenwagen könnte mal gewaschen werden. Haha! Ja! Dann hieß es mit dem Wagen nicht einfach mal eben durch die Waschstraße fahren, nein! Zuerst zur Waschstraße gefahren, einmal da durchfahren, dann wird ausgesaugt und dann wird im Lacken schön Türrahmen, Kofferraumbereiche, all solche Sachen halt sauber gemacht. Ja, so habe ich eine Geschichte. Bei uns aber Knechte gab es damals, gab es halt logischerweise halt einen Typen, der das... Das war seine einzige Aufgabe, das ist um die Autos zu kümmern. Die zum TÜV zu bringen, Öl nachzufüllen, zu putzen, also durch die Waschanlage zu fahren und irgendwann kam dann raus, dass er regelmäßig, wenn er zu den Waschanlagen gefahren ist, in den Puff gefahren ist während der Arbeitszeit. Wow! Und ist dann natürlich rausgeflogen, ne? War ja der Sinn. Zahlt! Das ist für den besten Job! Den fucking besten Job der Welt! In dem du nichts zu tun hast! Das ist gar nichts! Was man ja auch daran sieht, man sieht mir zwischendurch den Puff an! Ne, aber ach! Da komme ich nicht drauf klar, solche Leute! Ihr wollt's aber richtig wissen, absolut! Keine halben Sachen! Ja, und wie ist er aufgeflogen? Muss ja irgendeiner, muss er erzählt haben, oder? Das weiß ich nicht, wie es aufgezählt haben, aber... Ist es! Ehrenmann! Hm! Fuck, ich weiß nicht, ob ich alle... Hab ich jetzt irgendwie ein Puzzleteil vergessen? Von der Oma? Eigentlich nicht! Also ich lese das halt gerade, Leute wegen Tricky Tower. Ja, wir können durchaus auch mal wieder eine Runde Tricky Tower spielen. Gucken, wie, wo, wann, Zeit und Co halt. Das ist nicht komplett aus der Welt. Werden wir mal machen. Ich hoffe aber, ich hab mich vergessen. Werden wir mal vergessen haben. Weil dann, gehe ich jetzt in den Kipropot rein. Da habe ich gerade den Sommer aufgemacht. In Sommer! Aber gut, der kommt ja schon nach dem Frühling. Ich dachte gerade bis zum dritten Mal. Wie viele Subs noch zum nächsten Emote? 70. Also... Du hast doch vor kurzem erst neun Emotes freigeschalten. Wie viel Grund bei dir denn vergeben an Subs, meine Güte? Oh, gestern, gestern hatten wir über 90 Subs. Was? Ich bin jetzt bei 630. Okay, komm, 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 komm. Das ist hier gestern auch schon eskaliert tatsächlich. Wie viele Punkte hast du Trakel? Subpoints? Ja. Bei... Bei... ...196 waren das. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Das kopiere ich mir mal direkt raus. Ich stehe bei 220. Ja, bei mir ist es halt auch mal so um die 200 so drumherum mit den Subpoints. Das ist das, was ich meinte hier gerade wegen dieser Speedrun-Route. Und da machen die Speedrunner erst einig, dass sie die leere Honigwappen mit einer Standfattacke erwischen. Und dann dabei drauf gehen. Und er hat halt die Honigwappen halt leider gefehlt. Genau wie ich. Ja, 200 Subpoints habe ich knapp. Und der nächste Emote ist halt bei 350. Aber der nächste dauert halt wirklich, bis der erstmal freigeschaltet wird. Ja, hier Volo von wegen 90 oder 80 Subs an einem Tag, ne? Das ist schon eine Marke. Ja, das waren auch fast alle verschenkt, ne? Eben. Das ist so... Ansonsten kommt man da auch nicht ran. Das ist so das Ding. Fleder, ich wollte gerade sagen, tu es nicht, ne? Also selbst wenn du darüber nachdenkst, tu es nicht. Das muss echt nicht. Also, bitte. Sagen wir es mal so, Leute. Wenn ihr den Stream supporten wollt, mit Donations könnt ihr das ein bisschen besser als mit Subs, wenn ihr da was verschenkt. Sub verschenkt natürlich auch, schöner Support. Zumal man damit halt auch nochmal anderen Leuten in Gefahr tut. Aber einen Stream hat am Ende von der Donation mehr als von deinem Sub. Ja, das stimmt schon. Das soll ja grundsätzlich auch jeder so machen. Ja, wir brauchen. Bei der Meinung, ne? Hm. Und ich muss immer in Deutschland wäre der Shit-Halliga, ne? Der absolute Übershit. Aber... Das sieht momentan nicht danach aus und und und... Vielleicht in Zukunft. Wer weiß. Ich denke mal so bald nicht. Aber wenn, gehen wir natürlich allesamt hin, ne? Das ist ja klar. Samy Dos Santos. Weißt du schon, was für ein Team du aufbauen wirst, ein Pokémon? Let's go! Also, ich habe ja den Tick, dass ich keine Pokémon nehmen möchte, die in irgendeinem anderen Let's Play schon mal dran kamen. Starter ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich Klurak seit 2011 nicht mehr hatte. Nämlich neben Pikachu Klurak. Na gut. Weiß nicht, ob du das hören willst, aber... Aber ich weiß es. Ich habe morgen ja leider Schule. Ich schaue mir morgen das Endergebnis an. Da sehe ich mich irgendwie. Danke, lieber Horror-Neid, für den Euro. Auch dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Oh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie ich in so einem Konzert ausrasten würde. Bei Morning Musume. Ich würde so eskalieren, in der ersten Reihe, dann wäre es schon nicht mehr feierlich. Ich würde denen auffallen, das kann ich euch sagen. Sie würden sich denken, okay. Was ist los? Der will doch Backstage, das merke ich doch. Jaja. Wie viele sind's? Sehr schön. Es fehlt nur noch Hexenschalter. Und die Kiste. Dann bin ich hier auch. Endlich fertig. Das ging jetzt aber schnell. Jetzt würde ich fast sagen, was am schnellsten in dem Bereich ist. Gefühle ich mich sparen würde. Heieiei. Ja, noch muss ich die nächste Schalter erst mal kriegen. Und die Kiste ist halt eigentlich kein Thema. Aber ich habe nicht so viele blaue Eier. Bei der Kiste kann man ja ein paar blaue Eier holen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die reichen werden. Zumal, das ist halt am zu spät ja schon, wenn du die holst. Also du brauchst tatsächlich viele Eier für den Trick. Gehen. 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 Schieß da drei bis sechs Stück hin und dann rennst du schnell hin und holst sie das. Wenn du nicht 90 Millionen gewinne, dann lass ich es richtig raushängen erstmal. Das ist immer von eins. Tja. Gehen. Darauf kann sie nicht verlassen. Eventuell wirst du es merken, dass ich 90 Millionen gewonnen habe. Einiges wird sich hier ändern. Geht damit los, dass ich nicht mehr aus Deutschland scream, sondern plötzlich der Typ in Tokio bin. Aus dem achtzigsten Stock in Tokio. Scream. Während ihr im Hintergrund seht, wie die Skyline von Tokio ist. Das wäre so der erste Punkt. Und dann mal schauen. Dann würde ich es in Tokio raushängen lassen. Arrow fragt, wie lange geht das Scream noch? Das ist die letzte Welt, dann das Finale. Also ist noch ein bisschen. Das ist die größte Welt, ist halt einfach so. Das klingt immer so nach dem Motto, als wäre es gleich vorbei. Aber das ist... Das sage ich, damit die Zuschauer bloß zahlen bleiben. Shit, das hat irgendwie gar nicht geklappt jetzt gerade. Oh! Okay, unter dem Aspekt mach ich was anderes. Äh, Tascha, ich danke dir für die 4 Euro. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Tascha. Ich brauche die Kiste ja nur ein einziges Mal anschießen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Für den Trick. Du wirst dich absaugen lassen, wenn du die 90 Millionen gewinnst. Ich glaube, das geht bei mir nicht. Du wirst dir überall saugen lassen. Wirklich überall. Das geht nicht. Das geht mal. Bloose, Bruder, schenkt der Arrow einen Sub. Supergeiste, Bloose, Bruder. Arrow, du bist jetzt ein Pikmin. Willkommen in der Bombenbundle. Giftsab-Hype. So, die Bienchen vergesse ich jetzt natürlich auch nicht diesmal. Ja, das, das ja. Das definitiv, aber ansonsten nicht. Aber, die wichtigste Frage ist ja, streamst du dann weiter? Das wären einige Sachen, macht er bestimmt nicht die Frau genau. Aber, das ist ne Lüge. Ich würde, ich würde tatsächlich beides mal allein, weil ich schon ne Aufgabe brauche, weil mir sonst langweilig wäre. Schon allein aus dem Grund würde man's weitermachen. Aber du musst, äh, müsstest verheimlichen, dein Reichtum, weil sonst, ich weiß nicht. Nicht, wenn ich in Tokio lebe. Achso. In Tokio guckt ja keiner zu, ne? So. Und, äh, die anderen, für die anderen wird es schwierig, mich ausfindig zu machen in Tokio. Wenn ich natürlich hier mein würde, stimmt's, dann dürfte ich's nicht so zeigen. Dann würde wahrscheinlich mal jemand vorbeikommen. Aber so. Spiral, hallo! Aber du gehst in 3 Minuten pennen. Vielleicht nächstes Mal mehr Zeit. Sonntag wieder Pikmin 3. Ich weiß noch gar nicht, ob ich Freitagabend streame. Weil, wenn, wenn das verdammte Pokémon morgen nicht, äh, in greifbarer Nähe ist. Dann... Tja, das wird sich weisen. Also auf Twitter und Co. Sag ich rechtzeitig Bescheid. Deswegen erstmal auch für die Hardcore-Projekte dann einfliegen kann. Aber nur für einen Abend. Muss er wieder zurück. Alles richtig, Devil. Alles richtig. Was ich bisher gemacht habe. Das passt. Ich bin ganz zufrieden, dass ich bislang keine gravierenden Fehler mache mehr. Seit... Seit den, 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 den Kürbiskram. Wie viel habe ich halt heute gemacht? Ich habe beide eine Menge Fehler gemacht. Schockierend ist halt, dass ich so weit hin bin, trotz dieser... Fehler. Ich bleib dabei. Das kann eigentlich gar nicht sein. Nee, komm, komm. Endy beholt mich Tragler auch noch, ohne dass ich einen Fehler gemacht habe. Dann ist halt... Dann muss ich doch an allem zweifeln hier. Ja, ich glaube auch. Na, was waren denn die Noten? War das nicht Frühling 20 und Sommer 36 oder erzähl ich Katsch? 20, 36, 84 und nach dem Winter, da halte ich fest, 100. Das kann nicht sein. Glaub's nicht. Sonntag. Die Liebe Leila war schon so nett und hat mir das schon durchgegeben. Charly, meinst du schon ab und dir. Willkommen zum Banjo-Race gegen Marcos und Wallow, auch so gezeichen Race. Hallo, was wär das Schadly? Kann mir das Finale von den beiden anziehen. Keller, Charly. Ja. Hallo? Finale. Finale zwischen den anderen beiden ansehen kannst. Ich muss erst mal aufschließen. Bin ja auch schon wieder mega weit hinten. Mega weit? Fill geht będzie weg. aczy. Marsy dann wünsch dir noch eine gute Nacht. Viel Spaß demnächst auch weiterhin mit Mario Trabbits. Bis zum nächsten mal. Rein in den klickclock. auch den wunderschönen abend ja, sie merkt hin und wieder, hat aber auch viel um die Ohren aktuell ist nicht schön Nachtspyro ist aber auch faktzeitig weniger Rede also ich bin jetzt ein bisschen schweigsamer als zuvor bleiben schon die Fehler aus ja, erzähl mal was, gerade in deinem Tag boah, ja, Krankenkasse also nicht so schön tja, das zeigt sich dann, wenn die Post kommt, wie viel ich bezahlen muss demnächst aber das Thema halt noch schön, das hab ich noch gemacht wunderschöne Spyro Parts ich will noch Thumbnails aber die Probleme habt ihr ja nicht ne, aktuell Gott sei Dank ne das ist auch so ein echter purer Hass meines Lebens ähm ja großer Verfechter der der individuellen Thumbnails, Herr Wollo früher, das war so schön als die noch nicht gar wären das war das Leben Flederbär, vielen, vielen Dank für 95 Euro und 1 Cent ja, Thumbnails seh ich wirklich als die größte und anstrengendste und ja, blödeste Arbeit da, 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 da streue ich mich am ehesten jaaaa also ich hab's so ein bisschen ja so ein ganz paar Thumbnails halt für die Sachen, wenn ich halt irgendwelche Longfaces gemacht hab die hier halt einfach archivieren da stimme ich dir halt zu und Thumbnails ich meine, bei mir sind sie halt wirklich sehr schlicht gehalten einfach und ich hab jeden jeden Tag meine 2, 3 Videos gut, manchmal ist ne Streamaufzeichnung dabei dann, dann fuck off aber äh und ich hab da auch so Ansprüche ich, dann mag ich das nicht und dann fang ich wieder von vorne an und da häng ich mich fest, ey also bei mir ist immer so gewesen ich mach's ja so, dass ich ein Bild aus dem Spiel dann halt haben will ne aber wo, wo ich halt wirklich immer das Kotzen kriege ist halt wenn das Spiel gar nichts hergibt ja er gibt einfach nichts her ja was du dafür nutzen kannst und das ist, das ist einfach nur oh, das ist so belastend dann ich muss bei Spyro auch sagen es gibt keine Artworks oder so ich hab in jedem Part einen der geretteten Drachen drauf immer nur Drachen, Drachen, Drachen was willst du sonst zeigen? das ist langweilig, ne aber bleibt einem nichts kann ich nicht, kann ich nicht ändern also besser ja deswegen, das macht ihm überhaupt keinen Spaß was Pluswater, genau deswegen hatte ich immer einen guten Flicks dafür ja, Flicks Designs hat mir wirklich geholfen seit seit, seit, seit Yo-Kai Watch Blasters das ist halt auch super wichtig so ein, so ein Summit ist einfach kann man nicht kann man nicht anders sagen also es entscheidet über ne Menge ich frage mich jetzt gerade ob du das ironisch meinst nein ich ich wollte gerade sagen weil eigentlich ist ein Summit nicht wichtig weil das haben wir jetzt der erste Eindruck das habe ich doch gesagt oder nicht war das nicht genau meine Aussage dass ein Summit mir super wichtig ist es klang leicht ironisch deswegen wollte ich es so so ironisch selbst Drage kann nicht verstehen wann ich ironisch bin und wann nicht das sagen immer so viele oh oh weißt du jetzt ich weiß das nicht weißt du ernst na klar weißt du das gesagt bei anderen Sachen merke ich das ja aber bei dem war ich mir jetzt wirklich nicht sicher ich sehe das immer wenn ich da so richtig hübsche Summlights sehe und dann sehe ich meins denke ich mir auch immer so ein ein Wunder, dass ich keine Klicks kriege wo ich einen Haufen Pumpnets erstellt hatte war für den Katalog, den ich erstellt habe da wollte ich halt auch so ein paar Bilder einfach mit da drin haben da gibt es eigentlich Megaman nächste Woche genau sagen kann ich die jetzt gerade nicht nennen aber es kommt nächste Woche dran alle sechs Teile jetzt haben wir das Wiedererkennungswert ja gut wir haben halt das Grunde sein hat mit mir ja gemacht da macht das ja immer das Grunde sein aber die einzelnen Parts finde ich dann auch nicht mich allein bestellt das merkt man dann auch immer irgendwann ich sehe hier auch mal weniger das ist keine Ironie war zu ernst meine war ich habe es halt nicht genau herausgehört deswegen habe ich sicher zwar nachgefragt alle Megaman-Teile am Stück alter wieder kotzen das denke ich halt auch Dragil meint nicht warte wie lang das dauert das dauert ja eh nicht also Megaman 1 bis 6 die NES-Teile jetzt nicht noch die X-Teile dabei schon klar das ist ja gerade das Schlimme ich weiß halt noch nicht ob ich die die Legacy Collection nehme für die Switch dann oder ob ich es über den Mini-NES mache da bin ich mir noch nicht ganz sicher lieber Kacki danke für 100 Bits ich weiß nicht wann ein Pokémon kommt das kommt drauf an ob ich es morgen bekomme oder nicht bekomme ich es morgen Donnerstagabend dann geht es am Freitag los falls nicht dann fällt am Freitag der Stream aus ich muss am Freitag aufnehmen die Parts starten ab Samstag was natürlich auf der Kackeskala ziemlich weit oben ist ne? ja naja gut aber Donnerstagabend ein Tag zu spät die Parts natürlich tja ja deswegen ich drücke dir die Daumen da wird schon irgendwie ja ich glaube Donnerstagabend hab die Erfahrung gemacht dass das der eine Metiamarkt da wirklich am Abend den Kram normalerweise rauslegt hattest du mit Mario Party da auch Glück bei deinem Mediamarkt? frag ich mal so Mario Party ja wo war das? was war denn bei Luigi's Mansion war das glaube ich am meisten Mario Party habe ich wie gesagt seit kurzem sind die da halt auch bei mir schon strenger geworden ja ach doch Mario Party ja aber das ich habe Mario Party nicht bekommen im Saturn obwohl ich den offenen Karton gesehen habe am Abend auch den Abend davor ich meine auch so Alter es ist ihr macht gleich zu jetzt geht wohl das Scheiß spielen mach doch hier keinen Mario Sunshine Release habe ich ähm stand ich an dem Releasetag was war das der vierte zehnte 2002 jedenfalls Herbstferien ich stand da und suche das Spiel und finde es nicht im Walmart damals war das da gab es ja noch und dann sehe ich den Karton und da liegt alles drin und dann kommt so ein Lehrling und überlegt wie er diese waren damals noch verbreiteter diese Plastik Diebstahlschutz Ding ins Gedöns wie er es drum machen soll und dann geht er weg weil er es nicht checkt und weiß da nehme ich mir einfach so ein unverpacktes Spiel äh an die Kasse schnell nach Hause und suchten das hat geklappt ja hat keiner was gesagt die an der Kasse wissen ja die an der Kasse wissen ja nicht was verkauft werden soll die nehmen einfach nur ja das liegt hier auf dem Band okay wird durchgezogen fertig ja das sagst du das muss ja auch im System sein das war damals im System sind die Sachen schon lange drin das war damals ziemlich ungewöhnlich äh weil damals war wirklich alles noch verpackt und irgendwer macht das neuerdings auch wieder das sagst du halt so tragen dabei in meinem Filuladen ist es schon mehrfach vorgekommen dass ich da morgens dann halt hin um 12 dann kommt halt immer bei denen die Post ne und dann stehe ich da und der sagt mir ja ich muss das eben noch in der Kasse hier dann doch rein machen dann kann ich sie noch nicht geben also von daher also große Läden haben das schon vorher halt einfach drin in den ganzen Stammladen generell kann ich auch nur den Tipp geben wenn ihr Spiele früher haben wollt kleine Läden sind die anderen auf Stelle mhm die ihr sucht und nicht Geld keine Ketten kleine kleine Einzelgeschäfte am besten oder Macmedia da hat man aber dann halt auch rechnen dass es halt 5 oder 10 Euro mehr kostet muss man mir denken ja aber dann hast du es auch früher ja die Leute gehört haben Markus ist auch bereit 50 Euro mehr zu zahlen haha das war damals so das war der Wahnsinn wo noch nicht jeder gegeiert hat aufs neues Spiel hat muss schöne schöne Zeit Legenden ich kenne die Zeit nur wo gegeiert wurde ein Tag vorher muss ich habe ja Mario Galaxy 2 am Release gekauft habe aber erst irgendwie zwei Wochen später gefragt wollt ihr es als Let's Play haben alle geschrien ja und dann ging das ab war aber noch unerfahren oder tja das war ich habe gar nicht auf die Zahlen geguckt weil keine Ahnung da habe ich auch Resident Evil nachts um 2 hochgeladen weil ich sonst eh keine Zeit hatte weil es keine geplant Funktion gab oder was war es hochgeladen dann war es hochgeladen 2013 war aber nach wie vor Pieckgeiern 4 Parts 3 Tage davor und dann haufenweise Beef mhm der gute alte Beef was heißt Beef es gibt halt auch eine Person die mich damals angeschrieben hat nach dem Motto jawoll du bist ja auch so einer der immer die Spiele halt früher bringt das ist ja nicht so schön nicht so die feine Englische mich damals belabern lassen aber im Nachhinein im Nachhinein ist mir klar geworden dass es eigentlich nur darum ging dass wahrscheinlich Person X die Spiele schon bekommen hat von Nintendo die nicht vorher hochladen durfte und deswegen ich wollte dass andere das hochladen so im Nachhinein wenn ich darüber nachdenke mhm ich bin doch schmuh ey Spatzenhirn muss man fragen wie viele Noten nach dem Herbst Alter ähh ähh 84 84 84 kein Vertrag keine Regeln ne das gefällt mir auch heutzutage ne jetzt wo die wo es keine Verträge mehr gibt kommen die Spiele auf einmal auch früher ja irgendwie gefällt mir das nicht 84 kann es jemand bestätigen hast du vielleicht teuer in der 80 ist richtig ich hab auch gerade mal 60 84 sonst hast du was vergessen ich weiß ganz genau dass ich noch 6 im Frühling habe ich muss die ganze Zeit ich weiß ich weiß da dcp tcp nein 6 Stück sind nur noch im Frühling das ist kein Ding ich weiß genau wo die sind aber dann fehlen noch 2 uuuuuh noch 1 Energie ich sterbe nicht hahaha ich könnte es dir zwar dann vorhauen aber dann sagst du ja aber es war nicht der Maschinenraum ich bin auch noch nicht tot weil ich nur noch 1 Energie wenn ich nicht gestorben bin wenn ich nicht gestorben bin bin ich nicht gestorben auch wenn ich langsam Angst huuuu Markus erinnerst du dich noch an Mr. Stoney LP klar, klar, klar alter und wieder hoch ich überlege gerade ob das jetzt der Stoney ist den ich kenne hm hm der hat sich in Urzeiten angelegt ist der bekannt als Hater? kann man sagen ein negativer Dude der der mich angeranzt hat und den den wie soll ich bezeichnen den Kollegen der bei Nintendo Let's Plays mitmischt hm na Stoney war auch eine ganze Zeit lang hier aber dann dann habe ich irgendwas gesagt was ihm was ihm sauer aufgestoßen ist glaube ich und dann er war er weg er ist halt so einer der 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 gut Kritik austeilen kann aber wenn ein Fitzelchen zurückkommt er ist sofort hm dann ist nicht mehr so schön ich weiß auch nicht warum aber irgendwann hat er sich nicht gar nicht mehr blicken lassen weil weil ja er im Unrecht war und das war das Ende vom Lied Mensch oh muss ich das überhaupt machen? so jetzt jetzt muss ich die zwei Noten finden sonst habe ich das sind sechs Noten so mir fehlen zwei ach ich weiß da habe ich mir leider da habe ich leider ein bisschen ins Klo gegriffen gestern ich weiß es ja ja Blue Spreader nah dran ja der Cry Golden Boy hat gestern tatsächlich zugeguckt während ich diese Aussage getätet habe war nicht so schön aber das heißt es war ja keine schlimme Aussage ich äh ich hab ja nur so laut gedacht er hat mich aber auch nicht nicht irgendwie böse angeschrieben ne falls das jetzt einer denkt überhaupt nicht so wer von euch holt heute das Extraleben im Winter ich nicht ich führ doch für Wollo eigentlich naja wer führt denn aktuell? derjenige der führt ja dann muss mal was davon machen ne ne ich lass heute nix anbrennen hab ich gesagt also ich zumindest meine Mühen also ich führ unter Garantie wieder mal nicht das ist äh ich lieg zu weit hinten ich kann mir keine Extragun erlauben das ist Fakt aber keiner macht mehr Fehler merk ich na ich bin grad einmal runtergefallen in Klickklot Klickklok Klickklok 36 36 36 war doch richtig für den Sommer meine ich äh Waage ist in 38 bist du ernsthaft? ja erstmal Trage war noch ne Stunde durch den Sommer drehen ne ne nein Trage ist in 36 ich wollte sagen ich ich hab doch ein gutes Gedächtnis waren doch meine ich 36 zumal es mir leider auch noch mal bestätigt hat mit einem ja ja vertus dich dann hat sie sich bei dir aber auch vertan ja vielleicht nicht am Ende ja so und jetzt auf die 84 hochkommen im Herbst der Markus ist fucking fucking Winter ich darf erstmal den kompletten Herz jetzt machen ja die wollte ich oh bloß Schädel sammeln wie viel hab ich? 24 einer noch aber ohne dass ich ja 24 dann ist ja gut ohne dass ich großen mir Mühe geben müsste ich weiß grad nicht wie viel ich hab irgendwas mit 20 waren's aber ich hab schon 2,3 geliehen lassen weil ich dachte mir ne ich darf jetzt ne goldene Feder ausgeben das muss nicht sein leute 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 könnt ihr mich sehen? ich führe ja das hast du beim letzten Mal auch bis zum bis zum grunty fight das Problem ist ausgemerzt hast du den grunty fight noch vorher einmal trainiert vorm Stream ja ja wie gesagt die Tastenbelegung war es der verdammte Stick ich hab mir sogar ich hab wirklich mir mal einen N64 Controller Adapter geholt den hab ich rausgekramt aber so richtig will das nicht mit den Kont- die funktionieren auch meist nicht so richtig gut ne die Kontrollsticks ne also ich hab sogar einen der noch relativ unausgeleiert ist weil ich mir den spät noch geholt hab aber ist im Endeffekt aber trotzdem nicht wie auf dem N64 die wollen nicht bis an den Anschlag also es kommt nicht an im Spiel ja trotz meines Controllers also war ich gezwungen aber Steuerkreuz das war echt ein Krampf aber ich hab im ersten Stream auch so wenig Huckepacklauf benutzt einfach weil mich dieser Stick angekotzt hat dann bin ich mit Banjo rumgerannt und das macht man ja nicht Moment du bist mit Banjo die ganze Zeit rumlaufen und bist trotzdem auf dem ersten Platz gewesen was meinst du warum der jetzt so abgeht der ist ja viel schneller als wir Drackel das ist gar nicht vergleichbar naja oft ne sagen wir 50-50 50 Banjo das ist glaube ich echt nicht vergleichbar aber wenn jetzt hier kann ich bei jedem Kram gut jetzt hier Klick-Klockwort oben in den Dingern nicht oder doch aber boah diese Frame-Eintrück hier grad danke Oberwelt hab ich auch noch nix vergessen hab ich immer schön geholt gut ich müsste alles haben ihr habt ja auch alle schön Chito geholt und besucht natürlich dann ist gut das ist mir immer das wichtigste was ist das denn Noten 82 hä das geht nicht das sind ja noch so viele Nöten ich hoffe ich werde es nicht bereuen Marco sollte sich überlegen eventuell Banjo zu Speedrun ich glaub das wär voll sein Ding ey ist halt auch schon so gut dass ich sagen würde da brauch der gar nicht so viel Lügen wie schnell wie der ist wenn ich wenn ich richtig Training hätte und diese dummen Fehler ausmerze ey wenn du diese ganzen krassen Fehler jetzt nicht gemacht hättest wär schon wär schon unter 4 Stunden Zeit das war eigentlich das Ziel fehlerlos unter 4 Stunden ja die Sachen sind aber weit entfernt zumindest ich bin da weit entfernt ich auch ich hab mir ja nicht vorgenommen krasse Stunts zu machen ja also gibt's ja auch bei Treasure Trove Cove mit Fliegen du fliegst in die Truhe mit dem Puzzleteil rein und landest nicht das äh das hab ich glaub ich beim letzten Mal gemacht und all so Scherze naja wenn du das übst dann naja wenn du das übst dann was hast du denn gegen Banjo Casino? ich versteh das nicht mal diese Gegenstimmen gegen dieses wunderschöne Spiel das ist ey das ist mir ein Rätsel hartes Argument was spricht gegen ein schönes Banjo Spiel? das frage mich halt auf also was macht dieses Spiel nicht gut? als ich vorhin im Metiamarkt war's das Spiel gesucht hab Pokémon da sah ich äh ne Xbox One war's die X oder die normale und was war drauf? einige Spiele aber das Original Banjo Casui auf dem Karton von der Xbox One ich hab mir ja nicht im Detail geguckt aber warum? das ist da mit drauf? das gibt's doch für Xbox One doch gar nicht im Store sondern nur im Rare Replay denke ich ähm vielleicht ist das ja auch ein Werbebild für Rare Replay gewesen ne ne da stand Banjo Casui und da war ein Artwork ok das fand ich schon irgendwie da hab ich blöd geguckt ein bisschen ich hab mich erinnert heute Abend ne da bin ich mit den zwei Dudes verabredet mir fehlen vier Noten und ich hab keine Ahnung wo sie sind das gefällt mir ich hab keine Ahnung brauche ich wirklich noch vier? wow im Herbst ja ich brauche noch vier ach ich weiß natürlich weiß ich wo die sind auf dem Dach des verdammten Hauses Moment mal Wollo du bist im Herbst oder bist du im Winter? ich bin im Herbst du bist im Herbst und dir fehlen da noch vier Noten es kann doch nicht sein dass ich dich jetzt gerade einhole also warum? naja du hast ja auch Wollo hast du die Biene schon gemacht? so Quatsch die Biene? nein die Biene haben wir noch nicht gemacht nein hm ich bin bei 73 Noten jetzt schon und ich bin glaube ich bei Näppen aber ok ich muss erst noch die Näppen absagen und die dauern ein bisschen hä? Hilfe! Hilfe! Ernsthaftig Frau Hilfe! wo hab ich das denn? das Geld gibt's doch gar nicht ich hab doch alles ich fahr doch überall oder? oder? Ohne Quirk mir kommt ne Idee mir kommt ne Idee mir kommt ne Idee wo es sein könnte der Trakel schöpft Hoffnung lass ihn dir kommt keine Idee ja uuuuuh danke Kamera fuck 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 und auch nochmal runter gefallen oh ich will nicht mehr das gefällt mir gerade ausnahmsweise Kamera so oft gesehen so oft kam das hin weil es oft gesehen ist deswegen mag man das Spiel nicht ich hab keine Ahnung wo mir 4 Noten fehlen sollen hä? Biene? kann ich hier noch gar nicht die 84 haben? oder wie oder was? oder was Biene? na gut da helf ich ähm 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 natürlich kannst du also die Bienen sind ja in jedem Fall weg im Herbst egal was du gemacht hast vorher das soll trotzdem nochmal reingehen eventuell ne da war ich drin ich war ein Bienenstock da sind vier Noten ja aber die hab ich geholt tja ich glaub insgesamt muss man sogar dreimal da rein ich guck doch mal rein aber die hab ich doch geholt ja ist offen dreimal ja Winter ist es weg und sonst alles genau dann musst du da halt einmal den Jinju genau Jinju der Kampfnoten aber im Frühling hatte ich doch schon mal eine 20 Noten ja im Frühling machst du ja auch den Jinju der da drin ist ja aber ich muss ja jetzt noch vier Noten finden ja im Herbst da drin im Herbst sind da vier Noten drin die hab ich doch schon die sind es ne okay seht ihr das Leute hört ihr das Leute die sind es nicht versteht ihr nicht jetzt darf ich langsam Kampfansagen machen ne okay das Quiz kann mich noch killen immer vorsichtig ich hab keine Ahnung ich weiß auch nicht wo die sind wahlsam ich war überall ich war doch überall ich bin dabei ich bin dabei gerade niemand hat aufgepasst keiner weiß es weißt du 300 Zuschauer und keine Sau interessiert sich wir das fast klar machen die vertrauen uns das wissen sie auch nicht besser mal ah ah ein uhr wird n bisschen knapp ey ein uhr wird grad knapp bei mumbo sind halt noch welche drin Oh, da sind sie. Ich breche ins Essen. Wo waren sie? Beim Momo war ich nicht drin. Das ist natürlich... Sie haben wohl auch nicht vier. Ich glaube, es ist aber noch welche drin waren. In jedem Run wird irgendwas vergessen. Und das will ich halt abstellen. Ich will nicht die krassesten Moves und jeden Millimeter genau perfekt getimt haben. Aber einfach mal so fehlerlos einen Run machen. Und das wäre so mein Ziel. Das habe ich halt bei Mario World ja auch, dass ich da gerne einen fehlerfreien Lauf hinlegen möchte. Bei Mario World, da könnte viel schneller was passieren. Das halte ich für schwieriger. Das ist das Unterfangen. Ja. Banjo sollte jetzt eigentlich möglich sein, fehlerfrei durchzukommen. Eigentlich. Jetzt hat jetzt die Frage, was deklariert man da alles als Fehler? Deklariert man einfach nur, wenn man Sachen vergisst? Als Fehler oder auch, wenn du irgendwo runterfällst? So weit rechts gelaufen oder so, deklariert man nicht als Fehler. Ja, okay. Aber Noten suchen, das ist für mich dann nicht mehr perfekt. Also in dem, was ich da definiere. Ja, genau. Sobald du sagst, was muss ich jetzt machen? Hilfe. Dann ist scheiße. Und das war halt heute ein paar Mal. Trage, lad mich ein, wo das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch nicht normal. Was mache ich denn so anders? Oder ist mein Spiel echt, mein Spiel ist doch langsamer. Erzähl mir doch nichts. Ey, ich habe die übelsten Frame-Albrüche hier im Klickverbot immer wieder. Von daher, das lasse ich nicht als Ausrede zählen. Ja, aber warum müsste denn so viel, warum fährt die denn alles so viel schneller? Gut, jetzt musste ich ein bisschen rumsuchen, aber du hast doch vorher noch eine ganze Welt wiederholt. Nicht nur eine, ich habe quasi zwei Welten wiederholt. Freezy Peak habe ich halt doppelt spielen müssen bis hin und Gobis Wüste musste ich teilweise doppelt spielen. Also von daher... Hm, Bumbo und Freezy Peak. Das war schon, da war für mich nicht ein Laune am Ende. Und Gobis Wüste, so rum, Entschuldigung. Nicht Momo, sondern Gobis Wüste war das. Momo war jetzt Kleinkram, was da halt falsch klauchen ist. Nee, die Reins schmarrt, Annie, meinst du? Wissen wir dich mal zum Raidseinnahmen, habe ich das Gefühl. Weißt du nicht, Annie hat es schon mal bei einem Tuck gespielt, glaube ich. Ich habe das mal bei ihm gesehen gehabt. Auch am Stück. Auch am Stück, okay. Hab auch gut gebrochen dabei und so, wie es gehört. Hab mir schon genau das gegeben, was ich wollte. So. Dann können wir ja gehen. Bist du durch? Alter, ich fang gerade mit dem Winter an. Moment. Lass mal schauen hier. Alle Noten, alle Puzzleteile. Als Wermutstropfen, ich habe vergessen, zu Knorti zu gehen. Aber jetzt hole ich erstmal eine Oberwelt. Das letzte Puzzleteil des Spiels. Ich werde gerade etwas nervös. Yes. Okay, da ist der. Nee, alles gut. Passt. Alles gut. Ja, HD-Free. Leere Honigwabe im Click-Clock-Wort. Ich verlange nur nicht viel von mir. Das ist auch schon wieder, was ich als Fail betrachte. Ist jetzt nicht so schlimm wie Noten, aber... Du brauchst eine leere Honigwabe vergessen. So ist das. Also ich habe sie nicht vergessen, weil ich denke ja gerade an sie. Aber erst nach dem Kontrollblick. Ich habe da einen Tweet gelesen. Oha. Das... Ging nicht auf im Endeffekt. Und dann... Du hast meinen Tweet gelesen und dann fühlst du mich so vor. Was soll ich machen? Da musste ich, ne? Muss ich auch noch so Fehler einbauen, damit es so aussieht, als... Also für die Zuschauer, dass es spannend bleibt. Aber immer wieder muss ich nochmal Fehler bauen. Ja. Mir auch leid. Okay. Jetzt bin ich hier. Extra-Leben-Challenge. Jetzt machst du es doch wieder. Ja, jetzt macht er es. Das ist... Das ist dir die... Lass uns richtig vorführen dann, natürlich. Disrespect hoch 10. Ja, aber... Es wäre sogar ein Shortcut, wenn ich sterbe. Ich glaube, ich lasse mich einfach sterben, weil... Ich bin ja schneller draußen. Das stimmt. Ja. Ich glaube, der sehe ich mir. Wir haben es so einen weiten Bogen genommen. Das ist gemein, das Ding. Das schon, schon. So, Andy, werde ich die Flugphase auf jeden Fall mindestens einmal verkacken. Das, das... Die Flugphase, ich habe die so gerockt im letzten Stream. Alle, die Eier schießen, hatte ich so Probleme, aber... Eier schießen ist easy going. Aber Flug hier. Zack, 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 zack. Weiter. So, machen wir nochmal einen Check, ob wirklich alles, alles, alles ist und nur noch das Finale fehlt. Geh auf Gesamt. Gesamt. 900, 124. Drei Stunden, 57. Wow. Ohne die Fehler, ähm... Heftig, ne? Das will ich nochmal. Also, Dezember, so um Weihnachten rum. Nicht an Weihnachten oder so, aber... So irgendwas im Dezember. Das werde ich auch nicht gemacht, aber um Weihnachten rum gerne. Woll, du weißt schon, was du Freitag streamen wirst, ja? Ich weiß es auch. Pokémon. Ich dachte schon... Nicht begeistern. Ich dachte schon, du hättest uns vergessen, Woll, wegen... Die Leute haben mich alle gefragt nach dem Tweet. Ja, kommt jetzt heute Pokémon? Und schreibe ich so, nein, er hat andere Pläne. Nein, er antwortet nicht. Dann denke ich mir so, nein. Nee, nee, ist ja ganz klar, dass ich andere Pläne habe. Ich fand das schon noch gar nicht zur Debatte. So. Kommen wir aber zum Race. Ich weiß nicht, ob du das ein Kühlstir ist. Ich glaube eher nicht, dass das da ein Kühlstir ist. Bei Nepnath, was da mit dem Bett liegt. Quiz auf Englisch. Was für ein Spaß. Da sind meine Noten. Nepnath hat eine Sexpuppe. Jetzt wird es ekelhaft. Jetzt geht es mir ein bisschen zu weit. Ander Luft ersoffen. Kann ich ja nichts für. Ich lese nur vor, was es im Chat geschrieben hat. Allgemein, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Family Friendly nimmt ab bei mir so langsam. Ja, das ist ein Grüße. Das heißt, es ist ein Grüße. Das war auch Family Friendly okay, aber... Bisschen weltoffen. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Oh mein Gott. Ich habe sogar das verdammte Messerbrett. Na guck mal, ist ja gut, dass du das nochmal genauer angeguckt hast. Damit du auch weißt, was es ist. Sehr schön. So, wo ist er? Da ist er. Okay. Ich will zuerst den Hexen-Schalter haben, bevor ich da durchs Eis gehe. Ist ja wohl klar. Okay. Ja, sind die letzten vier... Ab durchs Eis, dann zur Biene. Ich bin sehr schweigsam, weil ich gerade die englischen Texte lesen, verstehen, umsetzen. Mach du mal ein Ruhe, der Chris. Genau. Oh, das wird nochmal knapp zwischen uns beiden glaube ich fast. Ja, ja. Ich kenne das. Ich kenne das. Findet... Die Rache, die Rache. Mann, Grunty-Fragen. Wahnsinn. Bolo, was musst du noch machen? Ich glaube, ich muss nur noch eben hier die Honigmarbe holen. Wie ich mich in wenigen Sekunden eingesammelt habe. Und dann muss ich mich nur noch als Biene verwandeln. Oder will mir jemand was anderes sagen? Ich weiß auch nicht, wie viele Puzzleteil ich gerade bin. Acht. Acht, müsstest du jetzt eigentlich haben, Mann. Ja, ich muss in die Statistik gucken. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Acht, ja. Dann sind wir wirklich minimal. HD-Freak, der Abstand ist... Mein Vorsprung ist größer, aber wenn ich das Quiz verhaue, dann nicht mehr. Das stimmt. Am Ende ist es wieder alles im Grunty-Fight. Alle drei im Grunty-Fight. Der Erste, der den Grunty-Fight verhaut, liegt halt hinten. Was bin ich? Wenn du als dritter reinkommst, bist du erst mal hinten. Das Ding ist, ich denke, wenn ich beim Grunty-Fight anfange, ist Markus halt schon durch. Das ist so ein bisschen das Ding. Das nimmt mir aber auch ein bisschen den Druck. Ich bin dafür, er macht eine 100-Prozent-Quiz, um Eier zu zeigen. Das wäre natürlich respektvoll, ne? Und würde ich persönlich auch begrüßen. Wo war das denn, Freunde, lieber Chad? Dieses Lagerfeuer habe ich nicht erkannt. Das ist die Gluck. Ah, das struggelt er schon. Go, go, Gadgetto! Und nicht einmal die Waschmaschine unterbekommen. Dafür hat Markus sie vorhin gehabt. Ja. Sie war jetzt aber nicht schuld. Der Gluck. Ach, das war das Feuer von Norti. Meine Herren, habt recht. Ich habe irgendwie an Madmonster-Menschen gedacht die ganze Zeit. Sky King, schlafen Sie gut. Flieg, kleine Biene. Yo, Sky King, auch von mir eine gute Nacht. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Skully, ciao. Verfliegen mit der Biene, ne? Oh, nein, tipptopp. Das darf nicht wahr sein. Am besten einfach gar nichts machen. Und warten, dass du die Zeit verkackst. Und dann ein neues Spiel bekommst. Yo, what's up? So wie ich euch kenne, würdet ihr das hier aufschreiben, das tipptopp. Ich will nicht. Vor allen Dingen da bei Dings. Aber da muss man immer noch mega schnell sein, um das überhaupt zu schaffen. Jetzt mal ohne Scheiß. Echt schwer. Ja. Ne, ich verliere die komplette Energie. Ich mache nicht weiter. Leck mich. Da, da, echt. Ne, das geht ja auch irgendwie weiter und du kannst deine komplette Energie weghauen. Ja, genau. Was ist das denn? Raus hier. Obwohl. Nächster. Ja klar, damit der Chat ihn halt auch nochmal dran erinnern kann. Mr. Wild! Warum kriege ich die geilsten Viecher? Will er uns nochmal eine Chance geben, der Ehrenmann? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. War der schwieriger als der echte? Nicht einmal genau. Ich glaube, er ist gleich. Oh, Mann. Die Viecher wechseln aber viel schneller. Kein Zeug. Im Fünf-Sekunden-Takt anstatt im Zehn-Sekunden-Takt anstatt im Zehn-Sekunden-Takt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist genau, was ich will. Okay. Dann haben wir jetzt gleich wieder eine ruhige Runde, Chef. Ach, da sind doch die Turnschuhe. Warum nehme ich die nicht? Oh! Jetzt häufen sich nochmal die Fades zum Schluss. Ich habe mich ja akzeptabel geschlagen, aber... Ach, bitte sehr. Danke. Wie man ganzer Chat ausrastet, weil er sagt, nimm die Turnschuhe. Sorry, Leute. Ich will fast Spannungen machen. Ich sage es mal so, Laila. Also, wenn sich der Anonyme nicht irgendwie meldet, wer das halt ist, dann geben wir die Coins halt irgendjemand anderem. Dann geben wir die halt in Zweitplatzierten. Klar, bei Anonyme ist es halt ein bisschen schwer da, die Coins passend zu verteilen. Fertig. Ja, das Quiz geht first, Schmeid. So ein Mist. Das kann ich nicht mehr einholen. Ich bin ganz Quiz hinten. Doch, kann Markus das nicht fehlen? So, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit für meinen lieben Chat. Die Credits. Ich bin nur da, um Trage zu besitzen. Und dann dann wenigstens Crunty er wirklich weghauen. Also wirklich, ich habe da echt noch Wut im Bauch von der Alten. Und der konnte wieder die Texte weghauen, wenn ich jetzt 10 Stunden Folge sammeln würde. Knapp heißt es. Wenn es knifflig geworden wäre, wäre ich nochmal zurückgegangen auf dem Brett und hätte mir Honigwaben geholt. Hätte nichts riskiert mit nur einer Honigwabe. Leute, erstmal sorry, dass es heute wieder länger dauert. Das an einem Bergtag. Aber für den guten Zweck. Danke an alle, die so lange dabei bleiben. Jetzt nur noch der Endboss-Kampf. Und mal gucken, wer Silber und Bronze bekommt. Das war Absicht. Ich möchte wieder volle Energie haben. Das habe ich auch gemacht. Das gefiel mir nicht. Bei dem, wo du gerade das Quiz bist, hast du das schon mal gesehen, wie das gespeedrunnt wird? Ja. Ach komm, das ist doch nicht Fernspiel. An die Leute, die es nicht kennen, da musst du an eine bestimmte Stelle laufen, eine Frage da verhauen und du bist ja, wenn du falsch beantwortest, in die Lava, oder eine Todesfrage, in die Lava gekickt. Und da, an einer bestimmten Stelle gibt es einen Punkt, wenn du es perfekt machst, stößt es dich halt aufs Brett und du kannst, dann kannst du dann quasi über das Brett, weil das irgendwie deaktiviert ist. Weil das geht. Ja. Joker-Frage war eine Grunty-Frage. Das ist bitter. Oh, das ist gut. Da ist der halbe November auch schon wieder um, ne? Tipptopp. Yay. Geil. Starker Lauf. Naja, eben. Seit Mad Monster läuft's. Blue Spur, für das epische Comeback lohnt sich das müde sein doch allemal. Sorry. Ich könnte auch Schlaf gebrauchen, aber Prioritäten. Ich bin dir sehr, dass du spielst mit TikTok, aber ich werde jetzt YOLO gehen einmal, ich muss es gehören lassen. Clay macht das immer. Das Quiz skippen. Es ist halt reines Lucky mit den Grunty-Sachen. So, bitte Todesweltfragen, gib mir was Gutes. Frostbitten, ich hatte ja heute noch gar nicht High gesagt, glaube ich. High, Frostbitten. Backflasher, vergiss nicht, dass Grunty sich schon mit Iron bombardieren kannst, wenn du dich noch positioniert. Wir werden mal sehen, wie ich mich schlaggegen Grunty jetzt. Ich kann was erleben. War das mit Waza nicht das Lagerfeuer? Das habe ich mir auch überlegt. Waza? Aber ich glaube, das war Gnordi. Das war immer ein gutes Memory, oder? Jetzt mal hier, loben, auch mal den Volo loben können. Finde ich. Tasha, das tut mir jetzt gerade leid. Ich kann das gerade nicht ausmachen, hier in meinem Gameplay-Sound teilweise. Ich danke dir aber für die 4 Euro. Ich muss beim Quiz nur ab und zu mal reinhören können. Ist das nicht eh falsch? Ja, ich gehe falsch. Play Madden, du hast im Let's Play mal gefragt. Ja, auf dem Notenblatt im Madmonster Mansion beim Klavieren der Kirsche ist tatsächlich ein Ausschnitt aus dem Song geschrieben. Ich habe es mir mit meinen Klavierkenntnissen analysiert. Was, der Banjo-Kazooie-Opening-Song, oder was? Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist die erste Welt. Vielen lieben Dank, aber Tasha ist jetzt nicht zu vernachlässigen. Ich bin gerade nur so ein bisschen hektisch, weil ich das hier eventuell noch auf Platz 2 abschließen könnte. Ach, der Song der Welt. Madmonster Mansion. Okay. Ein schönes Detail. Kacki, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Note. Wie gesagt, da muss ich halt immer kurz auch mal reinhören. Das geht nicht anders. Das ist auch klar, was das ist. Grillparty. Kann ich über skippen? Wir sind auf dem selben Feld? Als ob Tragen so schnell die Fragen überantworten wie ich. Kann mir gar nicht vorstellen. Mal auf. Nicht, dass noch was anderes. Äh. Beinahe verwechselt. Also ich bin links jetzt auf dem zweiten Time-Feld. Linker Seite. Das Problem war nur, ich kann halt das ganze Quiz noch verhauen wegen den Grunty-Feldern. Ich habe einen Joker weniger. Ich konnte halt eine Frage nicht beantworten. Ja, das ist total ist echt gut. Wenn ich einen Song gerade vor mir hätte, könnte ich auf Stelle sagen, die ist mega prägnant. Auch den Text wird schwer. Ich kann mich gar nicht auch so mit Musiknoten lesen. Nein, das sind acht. Shit. Ich weiß, was gemeint war. So, Leute. Eine Etappe noch. Oh, du verhau'n bitte das Quiz einmal. Das Race nun bald beendet ist. Nun abzuschalten, beweisst, dass du irre bist. Schöne Reihen. Blues, brother. Ich habe mich als Kitty ja immer gefragt, was in dem anderen Raum ist, wo die Maschinen stehen. Oder wie man da die Tür aufkriegt. Ich weiß, ihr seid beschäftigt. Was? Was für Türen? Von dem letzten, von dem Grunty-Puzzle-Bild. Rechts kannst du in den Raum, wo die Maschinen stehen. Tutti verschönern. Äh, nee, Grunty verschönern. Der Raum, in dem nichts ist, außer ein Gegner. Ist die rechte Seite da, meinst du, ja? Ja, ja. Ich war immer der Überzeugung, da ist was. Und im Lösungsbuch, auf der 3D-Map, ist auch die Tür nicht da irgendwie. Deswegen dachte ich, die geht irgendwie auf. Aber hat mir auch durch Cheats und Bugs und Litches herausgefunden, da ist nichts. Okay. Die Grunty-Fragen machen mich leider gerade fertig. Das ist bei mir ähnlich. Meine Energie geht mir halt gerade aus. Oh mein Gott, das muss jetzt und da kommt gleich noch eine. Nein, warte. Gib doch mir mal Ritt, bitte das Richtige jetzt. Oh, das darf nicht wahr sein. Was ist los? Ich kann mir... Oh, bitte sag, dass ich hier noch irgendwo Energie habe. Ja, ich werde gleich verlieren. Zwei Grunty-Fragen machen. Das kann jetzt nur noch das sein. Gott sei Dank. Nein, Bodo, nein. Die beiden. Ich lasse mir hier auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Ich könnte knicken heute. Ich habe schon meine Schmach gehabt. Deine gewesen. Jetzt müsste ich noch nepper gewesen sein, ne? Neppnacht. Rückwärts, ne? Banjo-Kazumi-E, ne? Ich habe dasselbe! Banjo-Kazumi-E. Ich will das selber einfach raus. Also... Das war jetzt schön, ne? Das habe ich selten. Ich gebe so oft diese Aufgaben beim Quiz, dass ich das kaum kenne. Was ist das? Ah, wo ist das? Hä? Banjo? Habe ich das Z nicht? Oh, jetzt kann ich es zeitlich gar nicht mehr schaffen. Ja, vergiss, es kann ich zeitlich nicht mehr schaffen. Wollen wir nicht weitermachen. Ist nämlich auch sauknapp. Was? Nein, ich habe das End vergessen. So. Der Moment. Verdammten Eier sitzen. Okay, Tür hoch wieder. Oh, Mr. Weiss. Aber das Gute ist... Rakel fehlt, äh... fehlt, fehlt, fehlt ein Joker. Ja, hast du alle Joker? Aber warum machst du dann die verdammten Aufgaben? Weil ich die für andere Sachen brauche. Hast Angst vor den Todesfragen, ja? Was soll ich sagen? Komm, ich muss nur einmal die Grunty-Frage richtig beantworten. Richtig raten. Spiel, bitte. Ja, ich bin durch. Führung. Offen, come back. Führung. Also, zwischen Wolle und mir halt. Führung zurück halt. Ich meine, du bist da safe drin. Ich fühle mich richtig ausgegrenzt. Ich bin richtig... Nein, bist du nicht, sorry. So. Geht doch. Also. Eine Joker-Frage falsch war. Aber ich hätte noch ein paar Grunty-Fragen halt wegmachen können. So, ich habe gewonnen. Also. Bist du auch durch? Ja, sofort. Was gibt's hier am Platz Nummer 3? Watt? Ich bin gar nicht aufgepasst. Was war denn die Frage? Oh. Oh Gott. Wie viele Wege mit Monster Mansion führen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Nein. Gott sei Dank ist das richtig. Mit meiner letzten Energie. Oh mein Gott. Wie viele Wege mit Monster Mansion führen? Wahrscheinlich in die Villa rein. Eingegener an der Villa. Ja, das ist das Einzige, was mir vorzunehmen hat. Oh mein Gott. Oh, das ist aber auch eine böse Frage. Ja. Vor allem, wenn du keine Energie mehr hast. Das ganze Fenster gemeinsam. Ich wusste nicht, was die Frage ist, Duka. Ich wusste nicht, was ich mit Platz Nummer 3 meine. Herr Tasha, was bist du eigentlich am Basteln? Du hast was für ein gewesen. Du brauchst Pappe. Was bist du denn genau am Basteln aktuell? Markus, wie sieht dein Grunty-Fight aus? Jinjus. Der ist an den Jinjus dran. Wie viel Energie noch? Alles. Ich bin letzter, ey. Okay. Markus, das kann halt passieren, weil ich halt bei mir eben einmal alles halt ruckartig schnell leiser machen musste. Ich gehöre mich gerade darum, Moment. Obwohl, war gelogen. Ein bisschen Energieauschalte. So. Unwesentlich. Die müssten jetzt wieder ganz normale Lautstärker haben, oder? Wenn ich den Lautstärker nicht passt, Bescheid geben. Werde ich befreitlich erfahren. Aber noch nicht. Okay. 15. Dezember also. Aber trotzdem guter Lauf insgesamt, ne? Also ich war echt so schnell, wie ich glaube ich noch nie, aber es reicht ja trotzdem nicht. Krass. Ich habe gerade gesagt, du musst dir irgendwie ein Fehler gemacht haben, Bono. Nee, ich war wahrscheinlich, also, ich bin wahrscheinlich einfach langsam. Ich bin zweimal gestorben mittendrin im Level, also. Irgendwann los, ja, was geht uns in der Fall? Das Zerne sind Twitch VIPs, was? Ja, du hast das nicht mitbekommen mit dem Twitch VIP-Sachen auch? Das ist ne, zusätzlich zu der neuen Funktion mit dem Multilink, den Twitch einkommt, führen die auch den Status VIP ein. Und du kannst halt den Leuten den VIP-Status gehen, wodurch die halt ein neues Abzeichnen halt vor mir dadurch bekommen. Ich frage mich aber jetzt nicht, was sie dann auch so für Vorteile hat. Du kannst halt ein paar Leuten einfach zu dir kümmern. Die hast die, glaube ich, von einem Slow-Mode-Chat ausgeräumtet und sowas. The Eddy fragt, ist der Kampf genauso, wenn man keine Jinjos rettet? Ja. Das habe ich zwar noch nie gehabt, aber wird so sein. Ich würde, grob gesagt, kannst du es sagen, ist das ein VIP, wenn du den Stream bei dir irgendwelche Subs bevorzugen möchtest und du möchtest, dass diesen Vorzug halt auch Leute haben... Time, time, time. Danke. GG. Ah. G-Man. 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 Mann. In Respekt mit Wunsch. Danke, danke, danke. Ach, der Schmach vom letzten Mal. Hast du ja gut erholt. Hat er uns eiskalt vorgeführt. Der hat das Run-Up noch geholt. Das Run-Up hat nicht gezählt eben, weil ich ja eh ersoffen bin. Ja, okay. Danke, Leute. Danke, danke, danke. Jetzt noch die Entscheidung. Wer wird... Wer wird... ...der Verlierer des Tages? 4 Stunden 40, der Markus ca. gebraucht. 4 Stunden? 4 Stunden? 4 Stunden? 4 Stunden? Ich war doch fortliegt für Wurz. Ja, du kannst die Ingame-Zeiten nicht so ganz nehmen. Ach so. Wenn man überlegt, wir haben 20, 30 angefangen. Ah ja, stimmt. Dann können wir ja die Wetter auflösen, tatsächlich. Mal gucken. Ich hätte jetzt eigentlich die Zeit nutzen können für meine... ...für das Giveaway bei mir. Für die Leute, die für Markus gewettet haben. Ich habe es mir so viel auf mich gewettet. 2. 2 haben gedacht, ich verteidige das Ganze. Ja. Eben war klar, dass du scheiße warst eigentlich vom letzten Mal. Danke aber, dass ihr an mich geglaubt habt, die 2. Aber ich sage es mal so, ich bin... Ich habe ein gutes Comeback gehabt. Diese Credits. Rachel, wir sind beim Abspann genau gleich weit. Ja, wie wollt ihr es machen, wenn bei der Xbox das... ...wieder länger dauert, die Credits? Ja, ich gucke, wo Drakel da... ...vorbei hat. Und dann muss ich da einfach gut starten. Ich wollte gerade sagen, wie kann es sein, dass wir an der gleichen Stelle sind, wenn ich eher in die Credits gegangen bin? Mein... ...meiner läuft es scheinbar schneller. Meine Credits. Dann gleicht sich das vielleicht aus. Ich habe mich auch schon überholt. Dann darfst du die Credits gar nicht skippen. Weil bei mir passiert jetzt was ganz anderes als bei dir. Ja gut, dann ist ab sofort erwiesen, die Xbox-Version darf die Credits auch nicht mehr skippen. Ja, aber dann läuft die Filme mal durch. Irgendwann muss ich skippen, ne? Deswegen skippt man, ja. Ja, ich dachte, es kommt noch irgendein Zusatz mit den Leuten, die halt das... Außerdem, du startest danach sofort wieder bei diesem Race und ich muss da hinlatschen. Da bordet man sich mit zwei Fässern hin und fertig. Ja, aber das dauert auch wesentlich länger, als wenn du sofort da bist, ne? Das muss ich nochmal kontrollieren. Was? Auf dem N64 bist du wieder beim Podium und Xbox am Haus? Xbox scheinbar nicht. Ne, ne. Nicht am Haus. Am Anfang vom... Von Guanty's Reich. Warum? Wer ändert sowas? Und wisst ihr, was Weihnachten so ist? Ich kann auch noch, es gibt jetzt, weil ich muss vom Haus wieder starten. Bis zu früh. Ich schau grad rein, der ist wieder im Menü, das gibt's doch nicht. Come on, hier genau. Ich bin dann im Menü, ich muss das Menü auswählen und dann muss ich das ganze Grunty Reich wieder hochlatschen. Von daher, das ist schon legitim. Das wird ein spannendes Finale jetzt. Ja, gib nochmal den Multilingen in den Chat, bitte. Dann darfst du kommentieren, dann darfst der Kommentator sein dafür. Ich verliere, ich will nicht verlieren. Du bist noch nicht sicher, dass du verloren hast. Hier ist auch hier falsch. Taten wir uns nochmal auf. Ja, ja, Alucard Darking. Meine Ehre wieder. Irgendwie bin ich jetzt... Ich will mehr. Ich will mehr. Bist halt nicht zu viel gewesen mit deinem Lort. Ja, dafür gehörte ich euch in Dona vorbei. Dona kann wie Returns können auch Drami gewinnen. Ich bin schon. Eben, Tagesform abhängig. Ja, Returns mache ich mir keinen Kopf. Da mache ich gechillt. Da können wir halt gucken, ob Mu da vielleicht Zeit hat, wie gut er da drin ist. Was kann der Mu denn gut, was man racen kann? Wer in Animal Crossing New Leaf zuerst das Museum freischaltet? Könnt ihr gerne machen. In Donkey Kong 64 Any Person. Ich glaube, Donkey Kong 64 möchte man nicht am Stück durchspielen. So viel ich weiß. Hat keiner mal eben den Link? Ich bin wieder traurig, ne? Im Riss-Rotel testet du ihn. Ah, bei Volo. Danke, Lehobert. Ausrufezeichen Rays. Bei mir war er auch im Chat übrigens. Bei dir war er auch im Chat. Tut mir leid, Zilo. Ich habe es halt probiert, am Stück durchzuspielen. Aber Donkey Kong 64 ist mir da ein bisschen zu hardcore. Kong Dragl, wenn du verlierst, machst du es? Donkey Kong 64 am Stück. Und wenn du verlierst, machst du es? Mir wird aber schlecht. Ich kann das leider nicht machen. Liegt dann aus den Fickness-Probleme, leider. Ansonsten würde ich das ganz gerne mal spielen. Tatsächlich. Ich hätte uns an Spock, aber... Der Verlierer von uns muss ein Sub bei Markus verschenken. Hey, das klingt gut. Weil er der Race-Gewinner ist. Aber dann habe ich ja nichts davon, wenn ich jetzt gewinne. Ist auch schlecht. Oh, das ist so viel Arbeit. Ich muss das per... Per sofort Überweisung machen. Dann muss ich das mit TAN eingeben. Also, shit. Willst du mir das jetzt echt antun, Dras? Davon habe ich halt auch nichts Sache. Wolle, du musst Gas geben, ne? Wieso? Ich bin im Fall drin. Ja, ich werde jetzt noch 15 Minuten von Ding-Bot zugelagert, weil ich die Texte nicht wegmachen kann. Wissen wir was? Nächstes Mal spielen wir auf N64. Ja. Richtig so. Das ist halt ein Riesen-Nachteil, den ich hier habe. Vor allem, dass es mega viel Text, der jetzt kommt, den ich nicht wegdrücken kann. Ja, Funfact. Eigentlich geht's, aber Xbox-Controller macht an und für sich, dass es gleicht sich aus, N und R. Also, es ist nicht möglich mit dem Controller. Witzigerweise. Ich meine, man sieht aber, dass das ein Nachteil ist, oder? Guckt euch das mal an. In der Zeit hätte ich gar nicht schon gesiegen können. Das ist warm. Wie gesagt, lass uns irgendwann. Wir machen davor noch andere Sachen. Aber irgendwann, wenn ihr nochmal Bock habt, dann macht der Volo auch schön N64. Ich heiße das aber mit dem Emulator. Tja, ich finde das auch hübscher. Nur, ihr habt gesagt Racer, so, habe ich mir gedacht. N64. Achtung, Marco, ich gucke. Ich zeige dir einen Trick. Jetzt zeige ich den Trick. Da wirst du staunen. Das kennst du nämlich nicht. Und erste Phase zu Ende. Alter! Ist das geil. Du hast irgendeinen Trick benutzt, um die Phase zu skippen? Alles legitim, ey. Nicht kein legitimes Ding. Also, das war nichts irgendwie. Mal gucken, hier sogar macht er den Zauber mit einer Stampfattacke. Das ist gut. Ja, den mache ich auch. Das habe ich schon mal gesehen, ja. Der Stampf war jetzt nicht so schwer. Du hast doch keinen goldenen Federmangel. Naja, wir... Kann man machen. Sieht schön aus. Sehr schön. Erster Treffer. Keine Mods. Ja, bei mir sind keine Mods mehr on. Das ist der Witz. Oh, war das knapp. Puh! Whisky! Wo ist da Probleme, Paddy? Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe Probleme mit Phase zu einem X bei mir. Das ist einfach zu schnell alles. Das ist mit den Farben. Oh nein, bitte nicht wieder der Vierte, der Letzte, der jetzt so Probleme macht. So, Freunde, Sie sehen hier einen spannenden... Jetzt kommt der Schlimpse. Jetzt kommt der Schlimpse. Ein Endboss-Finale vom Feinsten. Beide Kontrahenten im Flug. Unterwegs. Ich sehe, dass wir uns wieder nicht aufgeladen haben. Ich habe alles noch mal aufgeladen. Ich habe alles nochmal aufgeladen. Der wird entscheidend sein, Freunde. Nee, ich brauche zu lange für die Flugphase. Ich habe eine Frage durch. Und wenn ihr noch die Federn ausgeht. Jinjo 1. Ja, das habe ich verloren. Fuck, Mann! Das ist noch nicht safe. Ich muss dich halt nicht erst safe setzen. Ich muss auch noch neue Federn erst mal sammeln. Warum, du hast noch vier? Reicht das nicht? Das reicht nicht! Stell dir mal vor, ich fliege irgendwie nach außen. Das ist hart. Und dann komme ich nicht mehr zurück. Keine riskieren. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Das ist die Chance für den 1988er. Wah! Er nimmt die Eier da nicht an. Was sind das jetzt? Ja, musst du gerade schießen. Ich kann das nicht. Ich kann einfach die Flugphase nicht. Ich hasse sie so sehr. Die sind doch drin. Ich verstehe nicht, wie ihr da treffen könnt. Er trifft den Jinjo nicht. Du könntest... Ich kann die nicht reinschießen. Die nimmt die nicht mehr an. Die gehen voll mittig rein. Aber er nimmt sie nicht an. Das ist gerade fake bei mir. Das ist... ...strange. Ich muss schon wieder Federn. Oh, gefährlich. Ja, bei mir ist der Kampf verpackt. Wollo, das funktioniert leider nicht mehr. Sorry. Ja, du musst neu starten. Das ist ja richtig ärgerlich. Ja, probier mal da hinten schießen. Richtig rein. Das habe ich auch noch nicht so. Ich dachte, der ist schief geschossen. Aber irgendwann treffen die normalerweise. Ich kann machen, was ich will. Emulator-Bog. Ich würde es auch fast sagen. Aber das ist halt jetzt Kacke. Ne, von weiter weg. So nah wenigstens. Gäbe es doch nur eine Konsolen-Version, die man gut spielen könnte. Schade, dass es sowas nicht gibt. Der eine kriegt den Flug nicht hin. Der andere den Jinjo nicht. Wie kann man denn nur beim End-Boss-Kampf? Ich kann diese Flug-Scheiße einfach nicht. Es ist immer wieder das gleiche Problem. Ich treffe nicht und ich habe die scheiß Fehler nicht aufgeladen. Das ist so ärgerlich. Unglaublich. Ja, vergesst es. Geht halt nicht. Mach erstmal einen anderen, oder? Ich habe alle drei durchgehabt. Das war der letzte, der mir fehlte. Das ist halt jetzt echt Kacke-Sauber. Das muss ich sagen. Ja, das ist schon unfair. Kennt ihr diese Armut? Diese Ohnmacht. Wenn man illegale Versionen nimmt, dann muss man damit rechnen, dass die nicht funktionieren. Wer sagt, dass meine Illeganz ist? Diese Ohnmacht beim End-Boss-Kampf, wo man plötzlich alles verliert, wofür man gekämpft hat seit Stunden. Oh, Gott sei Dank. Die Phase ist vorbei. Ich gewinne. Ja, eigentlich schon, Paddy. Eigentlich müssten wir beide den Fight nochmal neu machen dafür. Wie ist das denn? Ja, wie geil. Ich habe dafür meine Texte. Weißt du, wie viele die Texte insgesamt ausmachen? Das ist ein Degenpot. Hat aber auch gelabert. Schieß doch Eier drauf. Achso, du hast nicht gesehen. Wenn die stehen bleibt, einfach Eier, Eier, Eier und dann geht es weiter. Achso, ja, ich kenne das halt nicht. Ich habe keinen Bug bei dir gesehen, Raquel. Warum hat die Phase jetzt geendet, weil ich sie getroffen habe, Luca? Das ist einfach eine Frage. Tja, und bei der Konsole sollte wohl eher nicht der Jinjo nicht funktionieren. Wir werden es sehen. Und immer rettet sich der Volo im Endbosskampf auf den zweiten Platz, weil der erste, äh, weil, weil der andere, nee, Moment, ja gut. Vielleicht schreit er wieder Time. Ja, ich denke, ich werde es jetzt schaffen. Ja, es ist halt schon klar, dass du halt jetzt zweiter bist. Also, es ist halt echt, echt kacke so gerade gelaufen, viel mehr. Ja, lernst du drauf. Nächstes Mal lernst du den Xbox 360 auch aus. Reimt sie sogar. Und was ich reimt, ist richtig und gut, Raquel. Von daher. Wofür war der Schlüssel nochmal? Was, der Eisschlüssel? Oder was meinst du? Nee, gibt's in Banjo-Tooie das Eisschloss? Joa, Credits auch durch, Banjo-Tooie-Referenz auch durch. Guck ich mir noch an, wie es im Menü ausschaut, die, die Zahl. Wobei, gerade ist noch spannend. Skillig, Wollo, skillig. Sieht gut aus. Ich, äh, sage mal, ganz in Ruhe, Time. Ja, ist okay, ist okay. Dafür kann ich aber damit prallen, dass ich trotz meiner Fehler super aufgeholt habe. Das ist jetzt doch verloren. Nach zwei Races ausgeglichen. Wollo, zweimal Silber und Tragen und ich, beide einmal Gold und einmal Bronze. Hochgleich, alle drei. Der dritte Runde entscheidet. Ja. Dezember entscheidet über den besten Banjo-Spieler der Welt. Von uns dreien. Nee, schon der Welt, würde ich sagen. Okay. Ich bin schon auf dem Level, wo man das sagen kann. Boah. Der Eisschlüssel. Ja, an Banjo-Tui gibt es Eisschloss. Eigentlich sollte man die Spiele verbinden. Doch. Nächstes Mal gewinne ich, Leute. Wobei, wenn Markus da nicht so derbefehle, ich weiß nicht, wie ich Markus besiegen soll, wenn er, wenn er nicht so heftige Fehler macht, dann keine Ahnung. Dann sehe ich da überhaupt keine Chance. Außer ich habe vorher den Speedrun gelernt. Ich glaube, ganz fehlerlos, das kann ich mir schwer vorstellen. Ich hatte keine schwerwiegenden Fehler. Ja, 4 Stunden 15 steht im Menü beim kochenden Banjo. Hau dir seine Aufzeichnung an und lerne. Das ist keine schlechte Idee. Müsste ich normalerweise machen. Die Flugphase will gerade nicht. Das ist geil, Drache, ne? Die Flugphase macht einfach viel Spaß. Vorhin hat es halt die ersten drei direkt getroffen, der vierte den dritten Anlauf dann. Aber man merkt trotzdem bei mir die ersten Welten, die rockig. Ich habe die schon Milliarden Mal gespielt. Aber dann, je weiter hinten die Welt, desto weniger kenne ich die. Wobei... Ey, Andy, der war so schnell durch Mumbus Mountain durch. Das geht gar nicht. Da dachte ich auch so, was zur Hölle. 7 Minuten noch was steht immer. Da habe ich mich noch nicht mal verwandelt. 7 Minuten noch was. Ich war fertig mit Mumbus Mountain, ey. Wollen wir noch mal in Mumbus Mountain kommen? Das machen wir noch mal. Die 5 Minuten da. Aber ich trage das Spiel endlich durch, hat das dauert auch noch. Ich bin ja nicht in der Lage, bei den Jinjos reinzuschießen. Guck dir die Aufzeichnung an, das war verpackt. Ich habe es von allen Winkeln probiert. Ich habe den Jinjo resettet. So bildtechnisch. Und jetzt geht's. Wir werden gucken. Das ist der dritte. Jetzt gucken, ob der vierte auch noch geht. Das Spiel ist ja nicht verpackt. Der hat ja schon mal durchgespielt. Grundsätzlich mir das ja. Grundsätzlich ja. Hei, 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 mache ich hier gerade Fehler. Ich glaube, der hat einfach nur nicht getroffen. Guck ich mir auch in der Aufzeichnung an. Guckst du dir an? Dann wirst du es sehen. Oh, Draken, da gießt aber knapp, ne? Ja, ich weiß. Junge, Junge, der ist ja noch richtig eng. Bisschen riskant gerade gespielt. Übrigens, ich bin nicht gestorben im ganzen Spiel, außer mit Absicht halt zum Schluss. Aber da darf ich es ja. Ansonsten kein Tod. Halten wir das mal fest. Wo hast du mit Absicht gefällt, ne? Also, ich habe mich mal... Leider's Cavern. Leider's Cavern, um halt den Weg zu sparen. Macht Sinn. Aber das kann man mir ja nicht vorwerfen. Sonst habe ich mich daran gehalten, was ich gesagt habe. Keine Vorteile durch meine Version gehabt. Das nächste Mal richtig hochoffiziell. Alle dieselbe Version. Alles Pipapo. Ich habe doch da schon... ...drei Eier reingeschossen. Und man muss auch fünf reinschießen. Weil mir das klappt. War das eventuell das Problem, Drackel? Er hat halt kein einziges gezählt. Und bei den Kleinen musst du nur drei reinschießen. Okay, aber bei den Kleinen musst du auch noch drei. Gucken wir jetzt mal, man muss mal unten. Wie ich das anstelle. Da wird sie sich... Ich bin heute auch noch anders gelaufen dort. Das war ja das Problem. Ich hätte das letzte Mal gewonnen, hätte ich den richtigen Controller gehabt. Wenn du danach gehst, könnte ich jetzt auch sagen. Auch wenn mir das und das nicht passiert, hätte ich gewonnen. Das ist ja Blödsinn. Du hast am Ende nicht gewonnen. Fertig. Hättest du die Expos 360-Version genommen, hättest gewonnen, Drackel. Ich habe sie aber nicht gemacht. Entsprechend hast du nicht gewonnen. Ich habe sie genommen und habe deswegen gewonnen. Ich bin zufrieden. Und mit dem zweiten Platz bin ich sehr zufrieden. Das ist in Ordnung. Also, auf dem ersten Platz hatte ich keine Chance. Das habe ich sehr schnell gesehen. Da ging es nur noch um Platz zwei. Deswegen ist es okay. Erster Platz war heute zu crazy, ey. Boah, Diddy Kong Racing Race wäre auch mal richtig nice. Würdest du uns auch zerstören drin? Weiß ich nicht. Das kann Markus eigentlich auch ganz gut. Na, aber nicht so. Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. Das ist eine andere Liga. Das wäre halt geil. Also richtig geiles Diddy Kong Racing Race, ey. Können wir ja machen. Ja, ich weiß nicht. Komplett kriege ich es nicht am Stück. Kannst du knicken. Das dauert zweieinhalb Stunden am Stück. Nee, nee. Bei mir nicht. Doch, doch, doch. Das dauert nicht viel länger. Guten Morgen. Ich bin nur wegen der Kameraeinstellungsdiskussion auf Twitter hier. Doch. Was? Dann bist du hier falsch. Offengrund nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Riki hat ja Kamera. Kamera-Bief angefangen. Riki hat Kamera-Bief angefangen. Schiki, vielen Dank wieder eine Witz. Leider, ich weiß nicht. Weißt du, wer auf dem zweiten Platz in der Donation gewesen ist? Oder soll ich das gleich für dich raussuchen? Jeder, der sein Camp-Solo gesehen hat, dass er aus dem Bild rausguckt, hat die Kontrolle über sein Leben. Und dann mal im Ernst, wenn die Camp links macht sie so, dass er nach rechts guckt, quasi in das Leben. So gut, wenn er los wird. Ja, Volojo ist ein gutes Beispiel. Du wachst jetzt. Guck doch rein. Ich bin ja der, der. Ich muss ganz sagen, eigentlich gucken wir doch immer. Noch mehr ins Gameplay, noch mehr ins Gameplay kann ich ja gar nicht gucken. Was will er da jetzt von mir? Macht er mich an? Bin ich sicher, ob der mich anmacht. Zwei weitere Bits für den zweiten Platz. Ich danke dir, Zylo. Ja, war aber trotzdem schön. Ja, macht doch Spaß. Und dann war es okay, was will er jetzt gesagt. Mich hat es natürlich geärgert. Ich bin ja aus auf dem Bild. Bin ich ja. Mich haben meine Fails geärgert und der Bug am Ende. Aber trotzdem, das ist dann noch das Race. Kann man jetzt nicht meckern. Auf jeden Fall, ich hatte Spaß. Ja. Zumal die Führungsplätze waren auch immer wieder anders. Ich glaube, es war nie die ganze Zeit, dass Markus vorne war. Da warst du vorne, Wollo? Bei mir war es die ganze Zeit, dass sie aufhören. Ja, für Sekunden, oder man... Es gab so einen... Man weiß es nicht genau. Vielleicht könnte Wollo Winnie Mark wählen können. Aber... Naja. Kommt, kommt, Tasha, ja. Kommt gleich. Kann ich eigentlich jetzt im Prinzip machen, die Giveaway-Verlosung schnell. Also wer jetzt nochmal eben schnell teilnehmen möchte, Ausrufezeichen, Banjo in den Stream. Dann machen wir jetzt sofort die Verlosung nochmal. Letzte Chance, ein Steam-Spiel zu gewinnen. Subs haben erhöhte Chancen. Dann verloren war es jetzt noch schnell. Gut, dann verabschiede ich mich auch mal hier aus dem Discord, Jungs. Ja, genau. Also das nächste Race, wie gesagt, gucken wir halt einfach. Schauen wir. Ich danke für den gemeinschaftlichen Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Jo. Und macht's gut, liebe andere Communities. Und macht's gut, ihr beiden. Ciao. Gute Nacht. Tschüssi. 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 Ja, auch bei dir, Markus, noch einen schönen Abend. Ja. Wann hört sich zum nächsten Race dann wieder? Ja, wann schätzt du, nächste Woche ist zu früh, wa? Nächste Woche wird bei mir ein bisschen schwer, vermutlich. Also wegen dem Donkey Kong Race jetzt speziell. Ja, ja. Lass uns zwei Wochen gucken. Nächste Woche ist halt der Pokémon Release. Ah ne, das ist ja diese Woche. Ja. Irgendwas war nächste Woche. Nächste Woche hab ich halt schon ein paar Sachen vor. Ja. Das ist deswegen lieber nächste Woche. Ja. Yes. Gucken wir dann. Krass da. Sag ich dir auch schon mal einen schönen Abend noch und deiner Kommite wieder drüben. Und man hört's. Dankeschön. Euch ebenfalls. Glückwunsch zum ersten Platz. Tschö, tschö. Danke, ciao. Freunde, dann spiel ich nur noch für euch. Können wir trotzdem sehen, wie schnell man das hinkriegen könnte. Aber dann ist Schluss. Bin doch wahnsinnig. Ja, hat's euch gefallen? War das denn in Ordnung? Ihr habt's ja selbst mitbekommen. Kann man so machen. Muss man nicht. War, denke ich mal, besser als letztes Mal, wenn man diese punktuellen Fehler ausmerzt. Aber wie auch immer. Der Spaß ist, was zählt, nicht wahr? Ich würde jetzt echt diese Minutenanzahl interessieren. Plus, brother, das war bombastisch. Und euer Support. Ich meine, Races haben ja weniger... Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Das ist wieder so ein Frischigkeitsfehler, so ein Hektikfehler. Races sind immer weniger Donations, aber die waren heute groß. Ja, und deswegen danke, Link, der Angel und auch Raxay. Falls beide noch vorhanden, selbst mal nicht, haben sie meinen Dank gewiss. Es kommt halt, ne? Man will nicht so oft dazwischen quatschen. So, holen wir noch kurz hier das letzte Puzzleteil und dann will ich mal die Zeit wissen. Aber es hat nicht so geschlauft wie letztes Mal. 91? Da ist jetzt ein Fehler drin. Wenn ich einen Fehler habe, dann brauche ich sie nicht weiter. Maurice Zock, hab nichts mitbekommen, bin vor 10 Minuten aufgewacht. Tja, das, ähm... Ich habe gewonnen. Was mich sehr freut. So, jetzt nehme ich gefälligst diese Noten hier unten mit. Ich habe wahrscheinlich irgendeine Klippe übersehen. Tja. Das ist doof. Egal. Blues, brother. Wir müssen irgendwie diesen Anonymous zu uns rüberziehen. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Das wäre natürlich... Aber ich sage mal so, jetzt haben wir den halben Monat und das Goal ist 58% voll. Was will ich da meckern, Freunde? Was will ich da meckern? Auch nicht perfekt. Und die Zeit war... 7 Minuten 51. Okay, mir hat es gefallen. Ich will euch jetzt gar nicht mehr lange aufhalten. Danke, dass ihr dabei wart, so tapfer. Und auch einige Zuschauer. Ich glaube, 180 bis zum... Bis zur Entscheidung. Da das... Daumen hoch. Und selbst in diese Uhrzeiten... Wie gesagt, Freitag soll es weitergehen. Seid, schaut auf YouTube-Community-Tab oder auf Twitter. Da werde ich rechtzeitig posten, ob wir am Freitag streamen oder nicht. Ich tendiere zu Mario Kart 8 Online. Mario Kart 8 Deluxe Online. Wenn. Also ein bisschen gemütlich. Aber es kann auch sein, ne? Ich weiß es nicht so. Muss man gucken. Blues, brother. Wir müssen jetzt eigentlich mal mit Holy Magic Century für den Stream. Auf jeden Fall. Jetzt mal ohne Scheiß, da habe ich Bock drauf. Aber momentan ist es ein schlechter Zeitpunkt. Ich will Terranigma eigentlich auch irgendwie. Das könnte Terranigma ablösen. Aber das dauert noch ein bisschen. Na, Abend. Äh, schlaft gut. Wie lange der beim Race-Speicherstand? Ah, das hatte ich vorhin... Ähm, hat Unreal... Das hatte ich vorhin offen, ähm... Aber stand da 4 Stunden 31, glaube ich. Also im Menü. Im Speicherstand Menü war das hier zu sehen. Zur Genümus. Danke für den skilligen Stream. Ja, insgesamt habe ich das Gefühl, mich verbessert zu haben. Also ich habe nicht... Ich habe die Noten nicht... Das ist mal ein guter Punkt. Ich habe nicht wirklich nach Noten suchen müssen. Es gab nichts, wo ich gesagt habe, wo ist das jetzt? Das waren irgendwie andere Sachen heute. Terranigma wird aber erstmal von Portal abgelöst. Muss man gucken. Portal muss ich mal so richtig mir vornehmen für den Abend. Da habe ich halt Angst, auf die Schnauze zu fliegen. So von den Rätseln. Da kann man sich nur blamieren. Gut. Haut rein. Spätestens Sonntag. Der nächste Stream mit Pigment rein. Aber vielleicht Freitag. Danke, dass ihr dabei wart. Ich gehe jetzt wirklich, ähm... Ja, die Kollegen... Das macht keinen Sinn, Wollo oder Dracke zu hosten, deswegen. Dann halt nicht. Gut. Tschüssi, gute Nacht. Bis dann und ciao. Tschüssi, gute Nacht. 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 Vielen Dank.